Guten Tag, Frau Bruchpilotin. Guten Tag, Frau Hell. Oh. Ich bin mir nicht sicher, wie ich die Frage beantworten soll. Oh. Also grundsätzlich, meine Bruchpilotenverletzungen, denen geht es so weit wieder gut. Mein Knöchel ist wieder in Ordnung, meine Schulter ist noch so ein bisschen grünlich, aber das haben halt blaue Flecken so an sich, wenn die weggehen. Ja. Dauert halt auch immer ein bisschen. Ja. Also die Bruchpilotengeschichte, da geht es mir wieder gut. Aber? Aber ich habe eventuell einen Streifschuss. Also streiche ich das eventuell vielleicht. Wie? Das kann ich dir tatsächlich nur sehr schlecht erklären. Also wir lagen am Strand, beziehungsweise wir sind am Strand rumspaziert. Weißt du, da unten, wo du die Boote ausparken kannst, da ist doch dieser komische Wachturm, wie ich es jetzt mal nenne. Und wir sind da unten am Strand rumgetingelt und auf einmal standen Leute auf diesem Wachturm und haben wild um sich geschossen. Und ich war nicht schnell genug hinter diesem komischen Beton-Ding und hatte dann einen Streifschuss. Und ich war schon im MD. Und ich bin auch schon gemischt. Das ist heute passiert. Das ist heute passiert. Vor uns, warte, lass mich ganz kurz überlegen. Äh, ungefähr dreieinhalb Stunden. Ich wollte heute schwimmen gehen, weil ich dachte, es ist auch gut, ne? Dein Knöchel ist wieder gut, mit der Schulter ist auch okay. Ich dachte, ich gehe mal schwimmen. Ich gehe dann jetzt nicht schwimmen. Ja, ich habe mich natürlich jeden heute nicht schwimmt. Äh, manch... Hallo? Manchmal frage ich mich einfach... Nein, ich frage mich das eigentlich gar nicht mehr. Was denn? Wie ihr das alle immer schafft? Keine Ahnung. Ich war... Wir waren scheinbar zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich weiß es nicht. Ich bin manchmal ganz froh, dass ich so fast gar nicht aus dem DOJ rauskomme. Da passiert mir wenigstens nichts. In der Zeit, als ich nicht aus dem DOJ rauskam, ist mir auch nie was passiert. Mhm. Das kann praktisch sein. Aber ja. Kann ich denn irgendwas Gutes für dich tun? Ach nee, eigentlich, wie gesagt, das ist tatsächlich alles gut. Und ich hatte echt Glück, weil ich da halt hinter dieses Betondingens gehöppelt bin. Mhm. Aber ja, ich bin halt vor allem wütend. Ne? Also ich hätte es ja verstanden, wärst du da irgendwie in eine Schießerei reingeraten, weil, keine Ahnung, du irgendwie Rambo-mäßig die Heldin spielen wolltest oder so. Aber das glaube ich nicht. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte, ich war tatsächlich, ich hab nichts getan. Ich stand da einfach nur. Wir standen nur an diesem Scheiß-Fucking-Strand. Oh Mann. Ey, du kannst ja auch nirgendswohin in der Stadt. Ne? Und ich dachte dann, ich hab kurz überlegt, gehst du jetzt auf die Penner los oder springst du hinter das Ding? Ich habe mich dazu entschieden, mir die Hunde zu schnappen und hinter das Ding zu hüpfen. Mhm. Aber da war es halt irgendwie schon geschehen. Ja. Oh Mann. Und dann fragt ihr immer, warum ich mir Sorgen mache. Und zwar um euch und nicht um mich. Ja, aber mir geht's gut. Du hast einen Streifschuss. Dir kann's gar nicht gut gehen. Ja, ich wurde auch vielleicht mit 90 genäht, aber das ist nicht so schlimm. Nein, ist es nicht. Bella ist morgen nochmal da, die zieht die Fähne. Ist nicht schlimm. Und dann erzähle ich ihr auch, dass ich den Zadamann mache. Ist nicht schlimm, sagt sie. Nein, ist nicht schlimm. Natürlich nicht. Nein. Es hätte dich töten können. Der hätte es können. Ja. Aber er hat es nicht. Gabi, du weißt doch, ich bin eine Katze, ich hab neun Leben. Ja, davon hast du aber im Minimum schon sieben aufgebraucht. Nein, warum denn sieben? Das eine mal mit dem Vektor, okay, das war eins. Mhm. Und jetzt das vielleicht mit dem Schuss war zwei. Okay, das vorgestern waren, okay, dann sind wir vielleicht bei drei. Aber dann hab ich immer noch... Was war damals, als du von Mount Chiliad runtergekugelt bist? Fünfeinhalb. Siehst du, sind fast sieben. Das zählt nicht. Mhm. Da bin ich selbst noch aufs Motorrad noch wieder gekommen. Es ist über die Hälfte. Ja, vielleicht. Über die Hälfte. Also, sobald sich das irgendwie beruhigt, ich stehe unter Beobachtung. Hm. Ja. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das Lali nachher erzähle, um ehrlich zu sein. Ja, Lali ist da vielleicht etwas rabiater unterwegs mit ihrer Kommentierung solcher Situationen. Ja, vielleicht. Ich mach das ja dann eher so... Ja. Aber wie gesagt, ich möchte betonen, ich bin ausnahmsweise, und ich sage ganz bewusst ausnahmsweise, nicht schuld. Wirklich nicht. Du sagst sehr häufig, dass du nicht schuld bist. Aber du gerätst trotzdem immer in solche Situationen. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich stand nur am Strand, Mann. Ich stand wirklich ausnahmsweise einfach mal nur am Strand. Ich hatte meinen Hund dabei und Neo. Als ob ich da irgendeine Blödsinn mache und irgendwelche Schießereien anfange. Trotzdem. Ich mach mir nur Sorgen. Ich weiß. Ja. Aber wir können doch telefonieren. Und ich kann gleichzeitig spazieren und telefonieren. Also so schlecht kann es mir gar nicht gehen. Ja, toll. Hallo, Alonso. Hallo, Sie. Hallo, Alonso. Äh, Hallo von Leia. Die ist noch am Telefon. Hallo, Leia. Er sagt Hallo, Leia. Hallo, Alonso. Hier scheint gerade irgendwie was Größeres zu sein. Warum? Weiß ich nicht, weil... Ja, ja, Kurve gerade noch so gekriegt. Ja, aber ganz knapp gekriegt, die Kurve. Äh, weiß ich nicht, weil hier gerade, ich glaube, das waren jetzt zwei oder drei Streifenwagen mit Code 3 aus der Tiefgarage in, äh, ja, nördliche Richtung gefahren sind. Hm. Äh, ich hab mal eine Frage. Also, nehm mir das jetzt nicht übel, aber sind die Richtung LSC gefahren oder in die andere Richtung? Nee, 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 Richtung Norden. Äh, LSC wäre ja, äh, Osten. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob du wirklich Norden, Süden, Westen und Osten kennst. Nee, ohne Seife waschen. Ich muss zwar mal nachdenken. Ja, du weißt, in der Reihenfolge, das steht mir klar, aber ob du weißt, in welche Richtung du gerade guckst, war eher so das, was mich nicht... Ich gucke gerade Richtung PD und PD ist, äh, nördlich vom DOJ, steh auf der DOJ-Straßenseite. Okay, dann ist das, dann ist das richtig so. Ja. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Ortskunde kann ich mittlerweile. Also wenigstens DOJ und PD. Ja, ich wollte gerade sagen... Und das LSC kriege ich auch hin. Bei Hand wird's schon schwierig. Ja. Ja, ich, äh, glaube ich, guck mal, was Lani mir da geschrieben hat. Ja. Ja, mach das. Ja. Pass auf dich auf. Ja, und wenn ich's nicht mache, macht's Nio. Mhm. Dann soll er besser auf dich aufpassen. Aber er kann doch nix dafür. Mhm. Er soll, er soll besser auf dich aufpassen. Ja, aber er hat doch nicht geschossen. Er hat mich doch nicht angeschossen. Ja. Ja, äh. Ja. Ja. Guck mal, was Lani geschrieben hat. Ja, ich guck mal, was Lani geschrieben hat. Bis später. Bis später. Okay, tschüss. Tschüss. Hey. Was soll ich jetzt dazu sagen? Da war sie am Strand und ist angeschossen worden. Ohne, dass sie irgendwas getan hat. Ist? Mhm. Unten da, äh, an dem Steg, wo die Boote eingeparkt werden können. Da war sie unterwegs und stand da am Strand mit den Hunden und so, hat nichts weitergemacht. Und da ist irgendwie so ein Ausguck oder keine Ahnung. Und da sind sie beschossen worden. Ohne Grund, ohne alles. Und ich denk mir einfach fast... Das ist ja wild. Was passiert denn hier in dieser Stadt? Ja, gibt manchmal so welche, so. Kriminelle heißen die, glaube ich. Meinst du, das sind die Kriminellen, von denen man immer so viel hört. Ja, und die schießen auch manchmal einfach ohne Grund. Also ich meine, ich hab mich ja dran gewöhnt, so die Nachrichten zu kriegen hier, Officer, angeschossen, wieder einen Streifschuss oder keine Ahnung. Da hab ich mich dran gewöhnt. Aber nicht, wenn es um meine Zivilfreunde geht. Nein. Ja, ist ja, ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber hätte auch schlimmer laufen können, sagen wir mal so. Ja, es ist ja Gott sei Dank nur ein Streifschutz, aber... Manchmal ist es ganz gut, dass ich so mehr oder weniger Workaholic bin und eigentlich dieses Gebäude hier links von mir, beziehungsweise das Gebäude rechts von mir nie verlasse. Das finde ich mir auch manchmal. Ach ja. Aber mal ganz ehrlich, vermisst du so ein bisschen die Zeit als Cop? Ja. Manchmal schon. Hm. Aber ich geh nicht mehr zurück. Das ist gut. Ich hab Eddie schon gesagt, es gibt nur einen Weg, der mich dahin zurückbringt. Das ist wahrscheinlich der Weg als Anwalt. Nee. Ach so. Also auch, aber... Also wirklich, dass ich zurück in den Polizeidienst gehe. Hm. Und das ist, wenn ich schief werde und erstmal alle anderen rausfliegen können. Okay. Und ich von Anfang an das Ding neu aufbauen könnte, dann würde ich das machen. Aber vorher. Oder sonst nicht. Okay, ich muss mit Miller und Dana sprechen, dass sie sowas bitte nicht planen, weil dann muss ich mir eine neue Hauptstrafverteidigung suchen. Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn das passiert, dass dann zwei weitere Mitarbeiter eventuell mitgehen. Das könnte sein. Es ist halt die Frage, ob du die dann mitnimmst, ne? Ein Jahr, der kann er nicht. Wie, du würdest Lucille nicht mitnehmen? Das ist jetzt aber unfair. Ach. Wie kommst du jetzt da drauf? Dass du Lucille nicht mitnimmst? Ja, Lucille ist eine äußerst fähige Mitarbeiterin. Ja. Also das, was ich jetzt so bisher mitgekriegt habe, macht die sich gar nicht schlecht. Ja. Ich glaube, ich werde sie auch vielleicht jetzt im Laufe des Wochenendes, wenn ich sie sehe, einfach mal auf Fachkrafthochstufen. Ich glaube, sie hat da echt das Zeug zu. Kann ich nichts zu sagen, aber macht das ruhig. Okay. Nein, aber ich, also das, was ich bisher so mitgekriegt habe, macht sie das echt gar nicht so schlecht. Ja, das ist, sie arbeitet halt für Oldfield, ne? Oder arbeitet Oldfield viel zu. Deswegen kann ich halt wirklich nichts zu sagen, ne? Ja gut, aber es macht ja auch Sinn, wenn sie wirklich in die Staatsanwaltschaft möchte. Und das ist ja das, wo wir aktuell wirklich Not haben. Ja. Da will ich sie dann auch gar nicht großartig einschränken, was das angeht. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, Feli sehe ich einfach nicht in der Staatsanwaltschaft. Feli sehe ich im Moment irgendwie grundsätzlich nicht. Nee, nee. Also wenn sie, ich meine, sie hatte jetzt ja Urlaub bis zum 18., wenn ich sie das nächste Mal sehe. Ja, so leid es mir tut, aber da steht uns dann die nächste Kündigung ins Haus. Kündigung von ihr oder Kündigung von dir? Wie soll ich denn kündigen? Bei wem? Bei der Stadt? Nein, aber du kannst jemanden kündigen. Ach so, ja. Ich kündige sie wahrscheinlich. Echt? Ja, ich sehe halt, ich habe jetzt zwei oder drei Gespräche mit ihr geführt und ich sehe halt keinen Fortschritt in dem Sinne. Also das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass sie jetzt so lange weg war oder so. Überhaupt nicht. Aber das war ja schon davor so, dass ich wirklich mit ihr gesprochen habe, gesagt habe, hier, so und so sieht das aus und es kam halt irgendwie nichts. Und das ist halt das Problem. Und ja, jedem seine Freizeit und Privatleben und so in allen Ehren, aber irgendwo ist dann auch mal der Punkt, wo ich dann sage, okay, aber wenn ich was erreichen möchte, dann muss ich halt auch was investieren und sei es eben Zeit. Ja, das stimmt. Das ist halt super schwierig. Ha. Ja, nee, aber mal gucken. Ist ja noch ein paar Tage hin. Ja, das stimmt. Ich muss übrigens ein Geständnis machen. Echt? Mhm. Was denn? Ich habe mit dem Protokoll noch nicht angefangen. Boah, heim mir bloß auf, ne? Wieso? Das ist doch die größte Scheiße. Dieses Protokoll. Ja gut, aber was wollen wir machen? Also, das ist ja nur für den Richter, der den Fall übernimmt. Beziehungsweise für die Angeklagten, beziehungsweise deren Verteidigung, damit wir alle auf einem Level starten können in den zweiten Tag. Weil wir haben zwei Angeklagte, die nicht da waren. Ja, aber für die ist es ja uninteressant. Ja, aber um eben mit offenen Karten zu spielen, sonst hätten sie es ja auch mitbekommen. Ja, weil da müssen wir halt auch grundsätzlich, also wir können jetzt nicht, ne? So, pass auf, jetzt ist, am nächsten Mal fehlen wieder zwei Zeugen. Nein, 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 nein. Also nicht. Doch, machen wir das dann wieder. Nein, nein, darum geht es nicht. Also, Fokus ist wirklich, damit die Übergabe an den neuen Richter oder die neue Richterin halt reibungslos funktioniert. Ja, und da würde ich sowieso sagen, wie soll sich das Videomaterial anschauen, da kriegt man einen viel besseren Einblick. Auch was die Emotionen angeht. Weil, wenn man, ganz ehrlich, ich habe jetzt anderthalb DIN-A4-Seiten-Protokoll geschrieben. Einfach nur stumpf runtergeschrieben. Frau Hell fragt der bla bla bla. Der Mandant sowieso antwortete bla bla bla. Frau Hell fragt der bla bla bla. Und immer so weit. Anderthalb Seiten. Wo ich gerade schon wieder feststelle, dass das meine Fehler waren, weil ich hätte gar nicht so viel fragen müssen. Dann Herr King hatte Zwischenrufe. Das ist alles scheiße gemacht. Bla bla bla. Er wurde von Frau Hell bla bla. Also, das ist auch nicht schön zu lesen. Also, ich habe mir da auch jetzt nicht wirklich Mühe für gegeben. Nein, das ist gut. Du solltest da auch keinen Shakespeare-Roman draus machen. Also, es sollte kein Romeo und Julia werden. Oder, keine Ahnung, Frank Schätzing ist der Schwarm oder so. Dass man da einen besseren Eindruck als Richter von kriegen würde, wenn man sich das Videomaterial anschaut. Ja gut, aber um die Aussagen aus der, also die Aussagen mit den Aussagen zu vergleichen, macht das vielleicht doch Sinn, wenn man beides schriftlich hat. Weil bei den anderen Sachen war der Richter ja auch nicht dabei, ne? Weißt du, wie ich meine? Nein, weil die Aussagen, die ja aufgenommen worden sind für die Ermittlungen, das sind ja auch Beweismittel. Und das dann übereinander zu legen, ist dann vielleicht schon einfacher. Ich habe halt einfach nur die Befürchtung, dass wir auch jetzt bei der Übergabe zu viele Fehler machen. Und uns deswegen dieser, Entschuldigung, verkackte Fall durch die Finger rinnt. Und das möchte ich einfach nicht. Deswegen lieber zu viel Arbeit reinsetzen, als dass man am Ende dann sagt, Jo, hätten wir das mal gemacht, dann hätten wir vielleicht was reißen können. Es kommt auch nie wieder vor. Bis zum nächsten Mal. Nein, also es wird insofern nie wieder vorkommen, weil ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie das überhaupt mit der Richterschaft aussieht. Also jedenfalls die Richterschaft, wenn es um Gerichtsverhandlungen geht. So einen Richter benötigen wir sowieso. Also jemand, der halt befähigt ist, Sachen auszustellen und gegebenenfalls eben außergerichtlich halt zu vermitteln zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft, sofern das notwendig ist. Oder auch bei Zivilklagen oder so, wo es aber eher in kleinerer Runde ist, sage ich mal so. Dafür bräuchten wir schon Richter für so große Fälle wie der jetzt, da werde ich auf jeden Fall weiterhin mit der Stadt nochmal sprechen, dass wir da eben entweder dauerhaft oder wenigstens irgendwie, ja, weiß ich nicht, dass wir da eben regelmäßig dann eben auf Richter aus anderen Staaten irgendwie zurückgreifen können. Dass wir da irgendwie sowas wie einen Kooperationsvertrag machen können oder ich habe keine Ahnung. Hm, ich habe euch immer reden, ich habe... Oh, oh. Da sieht man sie direkt hier rumrennen, Alter. Oh, was? Sogar noch den richtigen Nachnamen, Hell, ey. Oh, oh. Oh, oh. Hallo, Herr. Ja. Ich habe endlich jetzt mal den Namen gekriegt der Zeugen. Welche Zeugen? Von diesen, die da, was zumindest mir geschrieben wurde mit Zeuge. Zeuge ein, Zeuge zwei, Zeuge drei, Zeuge vier und keine Ahnung was. Mhm. Gut. Packen wir mal das ganze Zeugenpool zusammen und das besteht, was zumindest bis jetzt lautige Zeit meiner Info, vom DOJ und vom PD. Mhm. Ja, wenn ich da war. Ja, einfach jetzt nur Aussagen treffen, was die Summer irgendwie erzählt hat oder was gehört wurde. Mhm. Oh, hey, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob ich richtig lege. Vielleicht haben sie ja noch einen versteckten Ass im Ärmel. Aber das ist ja... Wollen Sie mein verstecktes Ass wissen? Nein, natürlich nicht. Ich will mich überraschen lassen. Ich will ja auch... Na gut, dann lassen Sie sich überraschen, wie das weitergeht. Ja, aber was soll ich denn jetzt noch dazu sagen? Wenn ich da beim nächsten Mal loslege, ich zerpflücke euch alle in der Luft. Das ist doch alles nichts Standfestes. Naja, wenn Sie uns vorwerfen, dass Zeugen von der Staatsanwaltschaft aufgerufen werden, die im Staatsdienst sind, dann können wir Ihnen genauso vorwerfen oder Ihrer Anwaltschaft, dass die Zeugen von der Verteidigungsseite halt alle aus Ihrer Gang sind. Nein, das ist ja was ganz anderes. Nein, grundsätzlich eigentlich nicht. Wir sind Zivilbürger. Ihr hängt den ganzen Tag da miteinander rum. Sie sind eine Familie, haben Sie selber gesagt. Ja, aber Sie vergessen einiges, dass wir keine Akteneinsicht und sowas haben. Wir können uns nicht abends hinsetzen und uns die Zeugen aussagen und Akten schreiben, wie wir das wollen. Das könnt ihr aber. Ihr arbeitet mit dem PD zusammen. Ihr arbeitet mit dem Staatsanwalt zusammen. Ihr arbeitet mit allen zusammen. Also, was ist das denn wieder mal für eine Kacke? Ja, aber ich muss das dann auch mal so sagen. Aber wir sind ja auch in der Pflicht, Ihre Geschichten zu widerlegen. Ja, Sie können sich, also wir müssen Akten schreiben, wir müssen Beweise sammeln etc. Sie können sich eventuell irgendwas... Ja, aber Sie können sich eventuell irgendwas zurechtlegen und erzählen und wir müssen das Gegenteil bereiten. Ja. Also, auf beiden Seiten ist es schwierig, oder? Und wie läuft das bis jetzt? Wie viele Brownies habt ihr gegessen? Weil ihr wahrscheinlich zusammenzählen wollt, wie groß die Bestellung war und Dingen. Aber, dass ihr nicht mal nachdenkt, dass wir vielleicht noch vom Vortag Brownies und sowas haben. Das meine ich. Das sind doch alles keine handfechsten Beweise. Wir machen uns doch alle dort in den Raum nicht an. Herr King, ist denn bisher irgendeine Entscheidung gefallen? Ja, ich weiß, dass die Entscheidung schon gefallen ist. Woher? Ja, das geht schon durch die Stadt, weil die Polizei die Schnauze nicht hält, weil die Polizei auch in den Kopf der neuen Richterschaft innerhalb ihres Falls reingucken kann. Ja, das kann ja wohl sein. Nicht sein meine ich, aber... Sie haben mich gerade schon richtig verstanden, oder? Der neuen Richterschaft. Es wird einen neuen Richter geben. Es wird einen externen Richter geben. Ich habe mich aus dem Fall komplett rausgezogen. Den wir alle nicht kennen. Also auch das DOJ kennt den noch nicht. Warum ist denn jetzt immer noch nicht die Aussage von der Lucy Broth raus? Die ist da immer drin. Sie hat doch die Aussage zurückgezogen. Das ist richtig. Deswegen wird sie auch nicht weiter verwertet. Aber aus Dokumentationssicht muss sie trotzdem weiterhin da drin hinterlegt sein. Gut. Aber sie wird nicht verwendet. Und der Oldfield war zu diesem Zeitpunkt, wo angeblich da mit der Summer, mit der Waffenübergabe und so, war er gar nicht am Würfelpark. Haben sie das mal selber nachgeprüft? Ich bin nicht in der Ermittlung... Ob die Aussagen auch stimmen von den Leuten? Sie wissen schon, dass ich bisher die Richterschaft inne hatte und keinerlei Ermittlungsarbeit leisten durfte, weil ich eben nicht befangen sein durfte. Genau. Und darum geht es. Wer untersucht denn die Aussagen vom Oldfield, vom Staatsanwalt, die er da selber reinballert? Wer macht das? Das obliegt am Ende unter anderem ihrer Verteidigung. Die aber zu dem Zeitpunkt dann auch schon die Akteneinsicht hatte. Wo aber alle Zeugenaussagen geschwärzt waren. Wie sollen meine Anwälte denn dagegen vorgehen, wenn in der ganzen Akte... Wenn sie mit uns geredet hätten, in irgendeiner Weise, hätte man bestimmt einen Kompromiss finden können. Wenn die aber alles in ihrem kleinen Kämmerchen absprechen und uns das dann am Ende vor... Doch, auf jeden Fall. Ich war doch beim Oldfield und habe Akten an sich gefragt. Da hat er zu mir gesagt, das zählt unter Sicherheitsstufe... Das ist so richtig gewesen, weil das eben innerhalb der Ermittlungen war. Aber jederzeit hätte die Anwaltschaft oder eben auch sie, und darüber hatten wir ja schon gesprochen, das Ganze auch über mich als Richterin in dem Fall dann einfach anfragen können. Und dann hätte man das gemeinsam machen können. Dann gib mir jetzt mal die Aussagen. Ich stehe jetzt hier, ich will diese Aussagen. Gib sie mir. Jetzt zu diesem Zeitpunkt. So, wie wollt ihr das machen? Gib mir die Akte. Da ich die Aussagen aktuell nicht ungeschwärzt habe, müsste ich mir die Sachen einmal von der MCU geben lassen. Aber, ja, wie schon gesagt, Sie haben ja, Herr King, Sie haben mit Ihrer Anwaltschaft und allen anderen Beteiligten doch immer noch bis zum 17. Zeit alle Ihre Sachen einzureichen. Ich bin gerade dabei, aber ich bekomme doch nichts. Ich bekomme doch jetzt auch gerade nichts. Was soll ich Ihnen mal einreichen, wenn mir keine Sau in diesem Staat was gibt? Ja, aber Herr King, ich... Nein, jetzt lass mich mal ausreden, Mann! Ihr kommt zu mir und sagt die ganze Zeit, ja, müssen Sie uns vorlegen, müssen Sie anfragen, müssen Sie tun. Hier bin ich, ich kriege nie was. Ihr sagt, was soll ich tun? Ich komme und gebe mir nichts. Und dann stehe ich hier, ich sage, ich kriege nichts, ja, müssen Sie anfragen. Was ist das? Sie müssen uns aber, wenn diese Anfrage gestellt wird, wie Sie sehen, bin ich gerade noch zivil unterwegs. Ich bin noch nicht mal im Dienst. Ich stehe hier vielleicht gerade seit 20 Minuten und habe noch nicht mal das Gebäude hinter Ihnen betreten. Wie soll ich denn dann an die Akten kommen, die abgespeichert sind? Aber ZZ, hier geht es um Mordfall. Ihr wollt mir was ans Bein kreiden und ich habe keine Chance, mich hier irgendwie rauszukriegen. Ja, aber die Aussagen, die liegen Ihnen doch vor. Beziehungsweise Ihrer Anwaltschaft. Ja, aber da sind ja Aussagen drin, die gar nicht verwendet werden können. Ich muss doch ein Dokument haben oder Aussagen, die für den Wald relevant sind. Dieses Dokument entsteht gerade. Dieses Dokument ist noch nicht fertig, weil wir halt... Es muss in zwei Tagen abgeben. Es ist noch nicht fertig. Ja, aber Sie müssen doch wissen, was Sie an Beweismitteln haben. Ja. Ja. Dann geben Sie doch Ihre Beweismittel und Ihre weiteren Zeugen einmal als Liste bei uns ab. Darum geht es mir doch gerade gar nicht. Sondern? Es geht nur darauf, dass ich eine Verteidigung aufbauen will und mir Steine in den Weg legt. Nein, das ist doch so gar nicht wahr. Ja, ich habe immer noch keine originalen Aussagen. Das sind die originalen Aussagen. Genauso wie sie an die Richterschaft weitergegeben werden. Aber Sie haben doch zu mir gesagt, dass diese Aussage von der Frau Brot gar nicht drin ist. Richtig. Die ist drin, aber wird nicht weiterverwendet. Sie ist abgelehnt worden als Beweismittel. Und Zeugenaussagen sind genauso Beweismittel wie eine Rechnung. Dann gib mir doch jetzt bitte eine Aussage, eine Akte, die original ist. Die existiert so noch nicht, weil wir eben von beiden Seiten noch auf die Aussagen und ebenfalls eben auf die Listen der Beweismittel in physischer Form warten. Das Ganze wird nach dem 17. erstellt. Nach dem 17.? Ja, weil bis zum 17. die Deadline läuft. Wir fangen zwar vorher an, aber das wäre immer nur ein Zwischenstand, den wir abgeben können, weil wir eben noch keine vollständigen Listen haben. Ich meine, Sie müssen mich jetzt auch verstehen. Ich kann mir das doch nicht aus den Rippen ziehen. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Listen sind nicht vollständig. Hört ihr euch, das ist noch nicht fertig, das ist noch nicht erstellt. Ja, weil wir mitten in der Bearbeitung sind, Herr King. Ja, weil wir hatten schon einen Tag Gerichtsverhandlungen. Ja, wo nicht mal die Hälfte der Sachen abgearbeitet worden ist. Ja, aber da kann doch nicht sein, dass wir eine Gerichtsverhandlung anfangen, wo noch nichts fertig ist, wo noch immer noch Akten geschrieben werden. Das ist jetzt ja am Ende erst so rausgekommen, weil einige Fehler aufgetreten sind, die wir jetzt versuchen, einfach so auszubessern, dass jeder dieselben Chancen bekommt. Deswegen auch die Deadline bis zum 17. Deswegen der Austausch der Richterschaft. Da muss der neue Richter sich auch noch in den Fall einarbeiten. Der neue Richter wird sich hinsetzen und sich die Sachen, die bisher am ersten Verhandlungstag gelaufen ist, zu Gemüte führen. Und den Rest wird er dann direkt vor Ort während des zweiten Verhandlungstages bearbeiten. Und die Protokolle sind gerade noch in Mache. Jetzt müssen Sie aber auch verstehen, dass das zweieinhalb Stunden Material ist, was durchgegangen werden muss. Wir sitzen dran. Wir haben auch schon die ersten Aussagen, die getätigt worden sind, aufgenommen. Aber es ist halt einfach noch nicht fertig. Und sobald das Protokoll vom ersten Verhandlungstag fertig ist, wird auch dieses natürlich frei für Sie zur Verfügung stehen. Aber nur jetzt noch mal kurz für mich. Also ich bin jetzt auch nicht da drin in dem Fall. Ich schreibe ja nur Protokolle. Da gehen schon über Sie, gehen schon ganz andere Gerüchte rum. Lüch mir hier nicht die Hunken voll. Du bist nicht in dem Fall drin, Alter. Ey, fangt nicht so an mit mir. Ich ermittle nicht in dem Fall. Ich bin Strafverteidiger. Aber du weißt trotzdem, voll ab ist nicht Bescheid. Laber mich nicht voll, Alter. Ja, aber ich weiß nicht, welcher Aktenstand wer welchen Aktenstand hat. Ich wollte jetzt gerade nur fragen, ob die Anwaltschaft, also Manne und Dagi Reich, denselben Aktenstand hat wie Oldfield. Ansonsten würde ich, ja, aber dann, das muss so sein. Die Frage ist denn, was fehlt denen denn? Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, ich habe Ihnen, glaube ich, dreimal jetzt schon die Akte komplett zur Verfügung gestellt. Es existiert ein Online-Dokument, auf dem als einziges noch gearbeitet wird. Und darauf haben Sie die ganze Zeit Zugriff. Einen Moment. Wir führen das Gespräch gleich weiter. Ich muss mal eine PD15 lang machen. Das ist mir gerade wichtiger. Der Zeit kannst du doch mal überlegen und mir gleich was Richtiges erzählen. Ich glaube, ich schicke ihm einfach gleich den Link. Das ist mir gerade echt so blöd. Er steht hier ständig und will irgendwas haben, aber er weiß selber nicht, was er hat. Nein, weil ganz ehrlich, alles, was wir verwerten, ist in der Aktenfreigabe drin. Mehr haben wir ja auch nicht. Und mehr wird auch nicht verwendet. Und das Protokoll ist noch nicht fertig. Was erwartet er denn? Ja, ich weiß, was er will. Ja, er will uns einschüchtern. Er will quasi alle Aussagen mit Namen etc. haben. Ja, kriegt er nicht. Das will er haben. Ich glaube, er regt sich darüber auf, dass er zwar die Aussagen hat, aber damit steht, wer die Aussagen hat. Aber die nicht zuordnen kann. Genau. Ja, aber das wird auch weiterhin so bleiben. Weil wenn, dann würden seine Anwälte das kriegen. Und die haben sich gefälligst daran zu halten, dass die Zeugen geschützt werden müssen. Und dementsprechend unter anwaltlicher Schweigepflicht liegen. Auch gegenüber ihrem Mandanten. Willkommen zurück, Herr King. Wann kriege ich den Aktenstand, damit wir jetzt vernünftig da was machen können? Sie können den aktuellen Aktenstand theoretisch innerhalb der nächsten zehn Minuten haben. Dann schicke ich Ihnen einen Link zu mit der Akte, so wie sie aktuell ist. Wobei hier zu sagen ist, es ist das Protokoll noch nicht hinterlegt, es sind die Zeugenlisten noch nicht hinterlegt und es sind halt auch die Beweismittellisten noch nicht hinterlegt. Das heißt, dass dieses Dokument aktuell in Absprache noch in Bearbeitung ist, weil wir ja bei der letzten Verhandlung gesagt haben, dass bis zum 17. noch Sachen nachgetragen werden können. Und was die Zeugen angeht, die aufgeführt sind, anonymisiert, auch hier haben wir uns was überlegt. Jetzt haben wir an der einen oder anderen Stelle das Problem, dass einige der Zeugen bei dem Termin nicht da sein werden, weil sie zum Beispiel im Urlaub sind. Und dementsprechend werden wir im Beisein ihrer Anwaltschaft die Befragung unter den Voraussetzungen stattfinden lassen. Zum einen, dass sie auf jeden Fall jederzeit jede Frage stellen können, aber die Anonymität der Zeugen aus Schutzgründen weiterhin gewahrt ist. Aber sie haben alle Möglichkeiten, den jeweiligen Zeugen die Fragen zu stellen, die offen sind, anhand der Aussagen, die in der Akte hinterlegt sind. Und darum geht es doch am Ende, weil die Aussagen sind da. Die Aussagen sind Bestandteil und Beweismittel innerhalb der Ermittlungen gewesen. Ja, Frau Hell, Sie verstehen mich einfach nicht. Vielleicht versuchen Sie es einfach mal anders auszudrücken, damit ich es verstehe. Ich möchte eine Akte haben, damit ich auf dem gleichen Stand bin wie dem DOJ. Nicht, wo irgendwie noch Aussagen drin sind, die noch gar nicht verwendet werden, irgendwelche Namen, die gar nicht mehr da sind oder, oder, oder. Ich möchte eine Akte mit demselben Stand wie ihr. Ja, und diese Akte liegt Ihrer Anwaltschaft vor? Nein! Doch, natürlich liegt, natürlich. Eine Sekunde. Ich schicke Ihnen jetzt mal eben einen Link per SMS. Mit diesem Link kommen Sie auf ein Dokument. Und dieses Dokument beinhaltet alle Informationen, die zum aktuellen Stand verwertbar sind, beziehungsweise von der neuen Richterschaft einmal neu eingestuft werden. Da wir selber aber noch nicht wissen, wer diese neue Richterschaft ist, können wir nicht sagen, was davon jetzt am Ende wirklich innerhalb der Verhandlung auch verwendet werden darf als Beweismittel und was nicht. Sofern eben das Protokoll vom ersten Verhandlungstag fertig ist, wird auch dieses dort mit eingefügt. Äh, da. Also, möchten Sie auch nochmal die Anklageschrift haben? Ne. Gut. Äh, wo habe ich sie denn? Äh, äh, äh. Ich hoffe, das funktioniert so. Und das ist derselbe Stand, den auch Ihre Anwälte haben. Und Ihre Anwälte hätten Ihnen das auch weitergeben können. Und das ist auch der Stand, der der Staatsanwaltschaft vorliegt. Ich denke, keine Ahnung, wie man mit dem Handy da einen Link öffnet. Keine Ahnung. Ähm. Ja, auf jeden Fall habe ich ja den Link irgendwie hier schon. Mhm. Mach das einfach mal ordentlich, bitte. Wir geben uns alle größte Mühe. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Jetzt mal ernsthaft, Chat, oder? Ich will doch nur meine scheiß Akte. Was ist denn daran so schwer? Eine vernünftige Akte, Alter. Wie soll ich denn... Wer ist denn dieser Chat? Ich habe keine Ahnung. Hi, du kannst gleich gerne zurückrufen. Ah, okay. Wenn du mit dem Gespräch fertig bist. Äh, ja, ich bin fertig, deswegen rufe ich an. Wir fragen uns nur gerade, wer dieser Chat ist. Nicht, dass Chat im Kofferraum am Finger ist. Ja. Darf ein Anwalt einfach so, wenn der Aktenhinsicht, Namen rausgeben? Nein, anwaltliche Schweigepflicht. Genau. Wenn das der Fall sein sollte, dass ein Anwalt Namen aus laufenden Ermittlungen rausgibt oder aus Akten, ohne dass das abgesprochen ist, dann bitte Anzeige wegen Verstoß gegen Datenschutz und ich weiß, boah, warte mal. Kannst du beim DOJ einreichen oder... Äh, sehr gerne. Also Strafanzeige ausstellen, uns eben Bescheid sagen wegen dem Aktenzeichen und dann kümmern wir uns um die weiteren Ermittlungen, weil das ist eine Straftat, die gegebenenfalls sogar in dem Entzug eine Anwaltslizenz enden kann. Je nachdem. Alles klar. Okay. Darf ich fragen, Manne reich oder Dagi reich? Äh, ja, wer auf jeden Fall dann die Person, mit der du gerade gesprochen hast, vertritt. Ja gut, also irgendwie beide. Ja. Mhm. Ja. Ne? Sehr gut. Alles klar. Danke. Okay, bitte. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschau. So. PD wird jetzt erstmal Anzeige erstatten wegen Verstoß gegen die Datenschutzrichtlinien. Okay. Auch an die, selbst als Nichtstaatsbeamte, haben sich Anwälte zu halten. Was haben sie getan? Anscheinend Namen an Herrn King rausgegeben. Tadim. Normalerweise dürfen die den Fall gar nicht mehr bearbeiten. Nein, dürfen sie eigentlich auch nicht. Du musst den beiden die Anwaltslizenz wegnehmen, ne? Ja. Deswegen warte ich jetzt auf die Anzeige und dann wird das Ganze direkt auch weiter geahndet. Wir müssen dringend die Reichfälle von, also die Mannereichfälle, okay, der geht nicht ran, bearbeiten. Und wenn das jetzt während der gesamten Zeit ist, ja, dann müssen sie sich entweder einen neuen Anwalt suchen. Aber dann ist das so. Weil das kann nicht sein, dass die Fälle jetzt ins Stocken geraten, nur weil sie eben aktuell noch eine Mandatschaft haben. Wir müssen da dringend was tun. Weil das geht so nicht. Die bringen nicht nur sich in Gefahr, weil sie irgendeine, Entschuldigung, Scheiße labern. Was ist denn hier mit dem Handy? Oh, soll ich ehrlich sein, Gewi? Hm. Ich hab gar keinen Bock mehr auf den Fall, ne? Ich auch nicht. Der macht mich so fertig. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe keinen Bock zu sterben, nur weil irgendwelche zwei Hampelmänner-Anwälte denken, sie können ja machen, was sie wollen. Nein. Also ich ziehe demnächst auch mal andere Register, ey. Ist auch so. Ich schnauze voll von den beiden, ne? Ähm, ich glaube, das war einfach nur verweht. Ähm, Oldfield. Eddie, Oldfield, wir müssen dringend mit denen reden. Ich will, dass die Sachen heute am besten noch abgeschlossen werden. Also ich hab mir vorhin den Fall da mit der, äh, Frau Brot angeguckt. Mhm. Da kannst du eigentlich nichts machen. Das ist Aussage gegen Aussage. Das ist alles so. Ja, dann einstellend. Also es gibt da keinen Beweis, ja, ne? Das ist so ein Hin und Her. Und der eine sagt, nee, hab ich nicht. Und der andere sagt, ja, hab ich. Und keine Ahnung. Also ich werde da nicht schlau raus und ich sehe da jetzt nicht, dass man auf der Grundlage da irgendwie, äh, ein Urteil sprechen könnte. Ja, dann müssen wir gucken, beiden Seiten nochmal die Möglichkeit geben, Beweise zu bringen und ansonsten, ja, und die Beweise im Laufe des Abends und ansonsten, dann wird das ganze Ding morgen geschlossen. Das kann halt auch nicht sein, die, die Manne-Reich-Sachen, die liegen halt jetzt auch schon ewig, ne? Mhm. Ja, aber das ist ja auch, dann, weißt du, dann kriegt er eine Anzeige wie irgendwas, dann macht er eine Gegenanzeige. So, wenn wir jetzt da tätig werden, dann sagt er, ja, ich will aber erst, dass meine Anzeige dann auch bearbeitet wird. Und die, die werfen uns einfach mit Arbeit zu, sodass wir gar nicht handlungsfähig sind. Ja, deswegen, und das ist genau das Problem und da müssen wir jetzt, äh, irgendwie mal gegensteuern. DOJ Hell, guten Tag. Ja, Frau Hell, hier ist die PD60. Hallo. Ähm, es ist wirklich dringend, ich, wir bräuchten Sie einmal bitte im PD, eventuell kurz ein paar Minütchen von Ihrer Wettkostenzeit entbären. Äh, ja, wenn ich in Zivil rüberkommen kann, ist das kein Problem. Ja, wir sind, äh, nicht vorne beim Haupteingang, sondern halt hinten, wo man halt zur Waffenkammer kommt. Okay, dann weiß ich Bescheid, dann sehen wir uns gleich. Alles klar, bis gleich, Frau Hell, ciao. Ja, tschüss. Was ist denn da schon wieder los? Ähm, ja, ich muss mal eben kurz ins PD. Okay. Ja, wenn du die anderen beiden siehst, äh, die sollen da wirklich hinne machen. Und wenn da jetzt noch Sachen fehlen, ja, dann müssen wir mit dem arbeiten, was wir aktuell haben. Und, ähm, ja, das kann einfach nicht sein. Mhm. Und das ist ja aber genau das, was wir eben gestern auch besprochen hatten. Und das, äh, sehe ich nämlich jetzt bei den anderen Geschichten genauso. Dass wir einfach wesentlich mehr drauf achten müssen. Ist das Oldfield? Ich glaube, das ist Oldfield. Sehr gut. Direkt verhaften. Verloren. Ähm, nein, aber auch bei solchen Sachen müssen wir einfach wesentlich härter durchgreifen und Sachen dann auch einfach abweisen, wenn da nichts dran ist. Den Leuten nochmal die Chance geben, Beweise einzureichen und dann... Aber das Problem, was ich da halt sehe, ist, ja, mit den Entscheiden, wo was dran ist und wo nicht. Im schlimmsten Fall dann über eine Richterschaft. Entweder muss ich das dann am Ende entscheiden, interimsweise. Und dann müssen wir halt gucken. Ich kläre erst mal das Impidi. Okay. Meine Güte. Ja, ist er auch. Aber das ist, ähm, also, ja. Aber schwierig. Da kommt sie schon. Hallo. Hallo, Frau Hell. Sehr gut. Mit so Anschuldigungen muss man grundsätzlich erstmal vorsichtig sein, weil es gilt halt immer noch die Unschuldspflicht. Ja, alles gut. Ja, ja, aber in der Hinsicht hat Frau Hell, äh, Frau Hell, äh, Frau Reich mir persönlich was gesagt, was sie halt das Knick kosten kann. Ähm, Frau Hell. Ja. Ähm, der Herr, wie hieß er nochmal von den Kannen? Genau, Herr King. Kannas. Äh, kann das, Entschuldigung. Die Kannas. Also manchmal führen sie sich auch wie Kanalratten, aber ja. Nein, nein, nein. Ich sag immer Kannas. Ah, ich kann das. Ach so. Ja, ich kann den Namen nicht richtig erspringen. Egal. Auf jeden Fall, der Herr King war, ist ja dann zu uns rübergekommen und schrie die Frau Fogos an, ähm, dass er wüsste, dass sie, äh, gegen Damien, also, gegen Damien King halt irgendwas gesagt hätte. Nee, gegen seine Kanzlei. Äh, gegen seine Kanzlei, Entschuldigung. Und hat sie halt angeschrien, was sie damit zu tun hätte und meinte dann nur noch, ähm, ja, ihr Kops reitet euch immer mehr in die Scheiße und wenn ich zu erfahren kriege... Moment. Hallo. Hey. Hallo. Hi. Soll ich jetzt weiterreden oder nicht? Das entscheidet Salsa. Ja, Mike kann das ruhig hören. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Stimmung wie auf der Beerdigung, ja. Okay, ähm, gut, und dann meinte er halt nur noch, ja, sollte ich erfahren, dass die Kops irgendwas kriegen, wegen King hier und Damien da, ähm, dann werden wir es richtig erleben. Also, das heißt, er hat der Profolos und dem gesamten PD halt bedroht. Mhm. Ich weiß nicht, ob... Nee, ganz kurz, äh, das ist seine Masche, weil er versucht, gerade Druck aufzubauen, damit weitere Fehler passieren. Ja. Oder nicht nur weitere Fehler, sondern uns am Ende auch einzuschüchtern. Ähm, als ganz kurze Info. Hallo. Hallo. Die habe ich gestern auch erst bekommen. Ähm, den Fall werde ich an einen anderen Richter abgeben, an einen Richter aus einem anderen Staat. Das heißt, ich bin als Richterin aktuell raus. Hört. Ähm, einfach aus dem... Um was geht's? Ähm, um den Fall Leonie Summer und die Gerichtsverhandlungen und dass Herr King aktuell versucht, Druck aufzubauen, Einschüchterungen zu fahren, um die Arbeit entweder ins Stocken zu bringen, beziehungsweise... Hallo. Ähm, beziehungsweise eben zu provozieren, dass Fehler gemacht werden. Und genau das... Und Zeugen mundtot. Und Zeugen mundtot zu machen durch Bedrohung, wie jetzt zum Beispiel die Frau Folos. Er war gerade eben auch bei uns drüben, das haben Sie ja gesehen, und wollte unbedingt die Namen wissen. Er hat auch gemeint, dass er einige Namen schon kennt. Äh, deswegen, es heißt ja, da hatten wir gerade drüber gesprochen, bitte dringend Strafanzeige stellen. Ähm, dass wir hier in, äh, auf Grundlage von, äh, Brechen der Datenschutzrichtlinien den beiden, äh, im schlimmsten Fall die Anwaltslizenz rausziehen. Ja. Und... Warte, welchen Namen wollte er wissen? Die Namen von den Zeugen, die aktuell noch geschwärzt sind in der Akte. Und die auch weiterhin anonym bleiben werden, genau aus dem Grund. Können die an meinen Namen kommen? Das ist die Frage. Er versucht zwar jeden jetzt, entweder, entweder die Kanzlei, äh, weiß die Namen und hat sie weitergegeben, oder sie weiß sie nicht und, äh, er versucht bloß, äh, blöffen. Das Problem, was wir aktuell haben, ist, wir haben nicht sowas in der Art wie ein Zeugenschutzprogramm. Das bedeutet, dass alle, die hier jetzt nicht anonym aussagen, natürlich voll in den Fokus geraten. Ja. Die Problematik, die wir haben, gerade bei Ihnen, Frau Folus, ist, dass Sie eine Aussage getätigt haben, die nur Sie getätigt haben können, weil Sie die Einzige mit dieser Information waren. Ja. Und da diese Information halt direkt von der Frau Reich kam, wer soll sonst diese Aussage getroffen haben? Ja, dann kann nur die Frau Reich mich verraten. Natürlich. Und das heißt, dass sie gegen ihre anwaltliche Schweigepflicht und, äh, verstoßen hat, weil die gilt in bestimmten Fällen auch gegenüber ihrer Mandanten. Hat sie aber vorher ja schon, indem sie diese Aussage überhaupt getätigt hat, mir gegenüber? Natürlich. Weil eigentlich müsste sie warten, bis eine Strafanzeige gestellt wird. Klar kann sie vorher schon die Info bekommen, dass da gegebenenfalls was kommt, aber dann wartet man. Im besten Fall passiert nämlich gar nichts. Äh, kurz eine Anmerkung, äh, gegenüber mir und dem Herrn Oldfield genauso, am selben Abend. Von Herrn und Frau Reich. Mhm. Ja, aber nicht dieselbe Aussage, das war ja eine andere. Aber, ähm, meins ist, äh, fast identisch mit, äh, Oldfields. Ja. Hier ist gerade ein bisschen Trubel. Muss ja jetzt auch gerade nicht jeder mitbekommen. Ähm, wie gesagt, einfach zur Anzeige nehmen. Genau, Strafanzeigestellen, uns, äh, einmal kurz informieren. Ähm, wir werden heute auch Druck machen, was die aktuellen Anzeigen gegen Mann und Reich angeht. Wir brauchen dringend den Abschluss, damit wir im besten Fall einfach hier schon mal die Sachen abhaken können. Ja, ich weiß, es ist jetzt sehr viel parallel, was laufen muss, aber wir müssen das spätestens übers Wochenende jetzt erledigt bekommen. Gerade die Mann-Reich-Geschichten. Uns hat halt absolut das Genick gebrochen, dass, äh, PD25, die ja nicht mehr im Dienst ist, ähm, hier im Endeffekt die Aussagen nicht aufgenommen hat. Und dementsprechend haben wir da eben noch die Problematik, dass wir, ähm, ja, fehlende Beweismittel am Ende haben. Grundsätzlich müssen wir uns aber dringend darum kümmern, dass diese Anzeigen endlich zum Abschluss gebracht werden können. Und das kann einfach nicht sein, dass wir teilweise wirklich zwei Wochen warten müssen, bis eine Ermittlungsakte soweit fertig ist. Und dann genau solche Sachen passieren und sich die Ereignisse am Ende eigentlich überschlagen. Gut, kurze Zwischenfrage. Braucht ihr mich jetzt hier noch? Wenn nicht, dann würde ich vorne die Leitstelle irgendwie versuchen, weiterzumachen. Mach du ruhig vorne weiter. Ich komme dann gleich auch wieder dazu. Klar, wenn, wenn Telefon, bin mir, äh, sag Bescheid, ja. Ich hab's Telefon. Ich weiß. Passt. Alles klar, bis später. Äh, ansonsten, ähm, mit Alonso habe ich schon drüber gesprochen. Der war ja gerade mit dabei bei dem Gespräch von Herrn King. Das Einzige, was Herr King jetzt aktuell von mir nochmal bekommen hat, ist dieselbe Aktenfreigabe, die auch seine Anwaltschaft hat. Das heißt, die Basis, auf der er jetzt gearbeitet worden ist. Und, ähm, ja, warum seine Anwaltschaft ihm die Information nicht weitergegeben hat, ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Aber theoretisch hatte er die Information, weil seine Anwaltschaft genau die gleichen Informationen hat. Die redet sich aber die ganze Zeit raus, dass sie nie Informationen oder nur unvollständige Informationen von uns bekommen hat, was so überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Das heißt, auch hier haben wir, äh, eine, eine Verteidigung, die auf absolut unfairen Mitteln aufbaut. Naja, ist doch logisch. Wenn die beiden seine Anwälte sind und noch dazu in seinem Laden arbeiten, was, da muss man doch nicht blöd sein, um das zu merken. Ja, natürlich. Also im Endeffekt, wenn sie diesen Fall verlieren, haben sie nicht nur wahrscheinlich einen Mandanten verloren, sondern auch noch ihren eigentlichen Job. Das ist halt die ganze Problematik. Also im Endeffekt, der Herr Reich hat ja schon herum posaunt, dass er, äh, das gibt, genau, was halt unter Kana Hand läuft. Also der, ja. Ja, soll er mal erzählen. Ähm, darf ich jetzt mal kurz zwischengrätschen? Ja. Ich müsste mal kurz den Herrn Salzer mit zur Seite nehmen. Ähm, Herr, ganz kurz, Salzer. Ja. Äh, machst du die Anzeige fertig? Ja, ja. Oh Mann, ey, schon wieder? Ja. Äh, Streife 2, Streife 2 kann anfahren. Ja. Ja, das wäre in unserem Fall möglich drin. Ja, komm. Gut. Ähm, ich wäre ansonsten auch erstmal wieder drüben. Ähm, das heißt, die Sache, was, äh, Mannereich angeht, ich habe halt kaum noch Informationen, also kaum weitere Informationen, außer dass da eben Aussagen getätigt worden sind. Das heißt, wir können das aktuell noch nicht aufnehmen, außer wir würden sie, äh, gesamt hier eigentlich mehr oder weniger als Zeugen vernehmen, um dann eben die Strafanzeige zu stellen. Ich glaube, schneller ist es, wenn die Strafanzeige vom PD aus selber gestellt wird. Wie schon gesagt. Ja, wer ist, wer ist für interne Ermittlungen, äh, zuständig? Ah, nun, für sich eigentlich Hansi Steffam, der ist aktuell aber nicht da. Das heißt, ähm, die internen Ermittlungen laufen bisher über Alonso und Eddie hauptsächlich. Und so macht das nicht die MCU? Na, ich gehe davon aus, dass es hier eher um die internen Ermittlungen geht, die die MCU selber vielleicht nicht bearbeiten kann, aus welchen Gründen auch immer, wo das DOJ halt mit einspringt. Ich, äh, rein theoretisch kann ich gegen einen, äh, Kadetten, äh, Anzeige, kann ich machen, ja. Ja, muss quasi die Abteilung für Internes machen. Ja. Deswegen. Wie es ja so nicht gibt. Richtig. Ja, shit. Man bräuchte halt irgendwie eine, eine unabhängige, autark laufende Abteilung innerhalb des PDs, die sich darum kümmert. Hallo, hier ist das DOJ, wir übernehmen das gerade interimsweise. Ja. Mhm. Gut, dann bin ich jetzt erstmal drüben. Ja. Ähm, wie schon gesagt, äh, Oldfield und Alonso kümmern sich aktuell um die, ich glaube mittlerweile vier Fälle gegen Mannereich. Ähm. Ich weiß von drei. Ne, es sind insgesamt fünf Strafakten. Ja, dann sind das fünf Fälle. Also nicht gegen, sondern, äh. Ne, wo er involviert ist. Ja, genau. Genau, wo er involviert ist. Genau, ähm, und wir, wir werden einfach. Das sind mehr. Ja. Neun. Ja, vom, 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 vom ja auch 15. Gibt es Straffälle gegen Mannereich? Ja. Ja, aktuell aber noch nicht, ähm, bewiesen. Dementsprechend, bisher ist er halt immer noch unschuldig und hat deswegen auch noch die Befähigung als Anwalt aufzutreten. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das war ja gerade das Problem, die 25 hat die Fälle offiziell bearbeitet und hat gekündigt und sie liegen lassen. Ja, und, äh, ist aktuell auch nicht bereit, als Zeuge sich, äh, bereitzustellen und auszusagen, was uns am Ende wahrscheinlich das Genick brechen wird, weil wir eben die Beweislast haben und im Endeffekt aber nichts beweisen können. Wollen wir ihn verpflichten? Ja, bitte. Ne, gut, dann muss er uns ja trotzdem nicht alles sagen. Dann kann er ja trotzdem sagen, er weiß es nicht, obwohl er es weiß. Ja. Du machst ein Schwurgericht. Auch wir haben nur begrenzte Ressourcen und sind gerade dabei, ein Protokoll vom ersten Verhandlungstag, äh, von dem Fall Leonie Sammer fertig zu machen, parallel dazu die letzten Beweismittel als Kompromiss, der ja geschlossen worden ist, bis Sonntag aufzubereiten, in die Akten einzuführen. Und dann muss ich den gesamten Fall noch an die neue, äh, ja, an die neue Richterschaft übergeben. Mhm, ist ein bisschen viel Arbeit gerade. Und es überschlägt sich einfach, weil viele Sachen so lange liegen geblieben sind, dass, äh, ja, sich die Ereignisse jetzt gerade so ein bisschen häufen. Wer wird denn der neue Richter? Das wissen wir noch nicht. Also ich habe bisher noch keinen Namen, äh, gar nichts. Ich weiß nur, dass er komplett von extern kommt. Also praktisch ein aushilfsfreier Richter für uns. Ja, ein freier Richter. Ein Aushilfsrichter. Ich hoffe nicht, dass es ein Aushilfsrichter sein wird. Ganz, nein, nicht in dem Sinne. Wie in Deutschland, so 450 Euro Basisrichter. Ein Eurojobber. Genau. Das ist eine ABM, man nennt es auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ich komme von Abend nach hier, Richter. Auch Frau Folus, so schlimm war das doch gar nicht. Werd ich noch völlig am Ausrasten. Unfassbar. Das war ganz gut, ne? Nein, also so. Geben will ich dir nichts. Entschuldige. Mein Spind ist voller Brillen. Ja gut, aber dann bin ich nämlich schon mal drüben. Und wir werden gucken, dass wir heute mit Hochdruck auf jeden Fall an den Reichssachen arbeiten. Sofern da die Sachen im Endeffekt dann so auslaufen, dass es zu einer Verurteilung beziehungsweise eben zu einem Freispruch kommt, je nachdem, müssen wir halt gucken, was wir draus machen. Es gibt ja auch gewisse Restriktionen, ab wann man erst die Anwaltslizenz entziehen kann. Das heißt, da müssen wir uns am Ende auch drauf bauen. Aber, naja, er ist ja etwas häufiger irgendwo involviert. Ja, ja, verstehe ich tatsächlich. Aber mich macht es schon sicher, dass der King auf einmal Leute bedroht. Das ist eigentlich noch mehr ein Schuldeingeständnis, wenn man das genau nimmt, ne? Ja, wenn man es genau nimmt, ist das einfach eine Einschüchterungsmethodik, um eben zu verhindern, dass diese Zeugenaussagen so vorgenommen werden. Ja, weil er visiert, dass seine Eier einen Zentimeter vor dem Schredder liegen. Tja, so ist das halt. Das Wichtige ist halt, dass wir uns trotzdem nicht einschüchtern lassen. Und der Plan, den wir haben, die Personen, die halt bei dem zweiten Verhandlungstag nicht da sein werden, werden wir vorher offiziell vernehmen und protokollieren. Das heißt, die Überlegung war halt hier unten, die jeweiligen Zeugen trotzdem weiterhin anonym zu halten, indem sie einfach hinter der Scheibe stehen, während die Anwaltschaft und die Staatsanwaltschaft vor dem Spiegel stehen. und so ihre Fragen stellen können, um die Zeugen zu vernehmen. Die Anwaltschaft aber einfach die Namen nicht bekommt, einfach aus dem Grund heraus, dass der Verdacht eben besteht, dass sie die Namen der Zeugen, obwohl sie unter Verschluss sind und sie eigentlich unter anwaltlicher Schweigepflicht stehen, das Ganze halt weitertragen würden. Und wir natürlich nicht möchten, dass die jeweiligen Zeugen hier ins Kreuzfeuer geraten. Darf ich fragen, worum es geht? Immer noch der Mordfall. Interessensfrage. Leonie Sommer. Interessensfrage. Wie lange würde es dauern, ein Zeugenschutzprogramm auf die Beine zu stellen? Haben wir das Personal dafür? Haben wir Safehäuser? Obwohl, das wäre, glaube ich, eher weniger das Problem. Das meine ich damit gar nicht. Ein Zeugenschutzprogramm umfasst ja noch sehr viel mehr, als Leute zu verstecken. Ich spreche da hier schon tatsächlich auch von anderen Identitäten und sowas. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich hätte aktuell noch nicht mal ein Gesamtkonzept dafür. Wir haben zwar ein paar Ideen gehabt, aber das Einzige, was gegebenenfalls funktionieren könnte, wäre ein direkter Personenschutz, macht aber die Zeugen, die aktuell hauptsächlich noch anonym sind, aber nur Verdächtiger. Weil wir ja keine ausgebildeten Personenschützer haben, die wir aktuell entbehren könnten. Ich weiß, meine ich, Oldfield ist ausgebildet im Personenschutz, aber der ist halt in der Staatsanwaltschaft in dem Fall. Der hat da keine Zeit für. Und wir können auch schlecht alle Zeugen hier im PD verschanzen. Das ist auch irgendwie doof. Also sinnvoll ist es, dass es was Einfaches ist. Solange es dauert, bis es aufgeklärt ist, oder selbst danach eine Identitäts-Ingenz-Kirchen. Dann haben wir aber drei PD-Dealer weniger, darunter zwei von der MCU, und dann ist die MCU leer. Und im DOJ haben wir auch zwei Zeugen. Und das heißt, ich kann das DOJ zumachen. Man könnte den Leuten doch, die die absoluten Kronzeugen sind, ne? Die den King jetzt wirklich, sag ich mal... Dann habe ich keine Hauptstrafverteidigung mehr. Dann könnte man doch jetzt schon eine neue Identität geben. Das Problem ist, ich hätte dann keine Hauptstrafverteidigung mehr. Einer der Kronzeugen ist halt Alonso D. Kane. Ach du Scheiße. Er gehörte zu denen, der diesen Mord direkt beobachtet hat. Aber wissen die das? Sie wissen nicht, dass es Alonso ist. Ja, dann muss man das auch nicht breitreden. Nein, natürlich nicht. Ja, dann braucht er, also diese Person, ne? Ich sag jetzt keinen Namen mehr. Ja, braucht diese Person auch keine neue Identität. Nein, deswegen ja die Idee, dass die Personen, die halt nicht vor Gericht aussagen können, weil sie zum Beispiel im Urlaub sind oder was auch immer, vorher vernommen werden, mit der Anwaltschaft zusammen, damit sie eben ihre Fragen stellen können. Das Ganze wird protokolliert und dann als Beweismittel vor Gericht eingereicht. Auf der anderen Seite, die anderen Personen werden wir während der Gerichtsverhandlung gleich behandeln und eben auch, sofern das möglich ist, unten mit dem Verhörzimmer hinter dem Spiegel stellen und dort dann vernehmen, um dann eben das gleiche Recht für alle zu haben. Das Problem ist nur dabei, dadurch, dass die Anwaltschaft, also die Kanzlei, da zu einem gewissen Personenkreis gehören, vermute ich, dass sie vorher sagt, ja hier, wir machen heute die Zeugenvernehmung, schaut mal drauf, wer so alles hier in der Gegend ist. Ja, und dann werden wir dafür sorgen, dass die Personen nicht ins PD selber reinkommen, sondern im besten Fall vielleicht von irgendwo mit einer Streife abgeholt werden, die Streife sie direkt runterbringt in die Tiefgarage und die Person dann eben ein bisschen warten muss, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten. Dann ist aber wieder das Problem, dass die PD wagen, kannst du reingucken. Das muss entweder ein Zivilwagen sein und der Alistair muss im Dienst sein, aber zivil sein. Oder wir machen das so, dass wir können auch die DOJ-Fahrzeuge nehmen, die sind auch komplett verdunkelt und dann werden die Personen halt direkt ins DOJ begleitet und werden oben über die Brücke ins PD verbracht. Und ein Spotwagen ist auch kugelsicher. Ja, das sind unsere DOJ-Fahrzeuge nicht. Ist es nicht ein bisschen auffällig, dass die dicke Bär da mehrmals rein-raus-rein-raus-fährt? Das war ein Scherz, Rudi. Wir können das ja auch so machen, dass wir verschiedene Fahrzeuge besetzen, sodass die nicht mitbekommen, aber so tarnen. Dass es wie Streife aussieht. Genau, dass wir praktisch sagen, wir nehmen die dicke Bär da vorne und hinten in Streifen wahr, holen die ab, beziehungsweise fahren eine Strecke und fahren dann aber mit einem anderen, unmarkierten Fahrzeug, was keiner kennt, und holen denen die Person ab. Ganz einfach mal fahren, wenn wir fahren, äh, eine Tarnstreife. Ich unterbreche kurz, ich bin kurz weg, ich muss einmal kurz zu Lolo-Schmiedern. Ja, ich bin da, ich gehe außer Dienst. Das war draußen. Da muss sein Eilrad wieder einbauen. Also, was ist das eigentlich eine Tarnstreife mit einer dicken Wärter, zwei Polizeiwagen und einem zivilen, dann, äh, oder einen anderen Fahrwagen weg, äh, ne, das wäre eigentlich eine Idee. Ja, das wäre jetzt so eine Idee, wo ich dir sage, das könnte man vielleicht so machen, dass man hier nicht so viele... Für den CK 15 bis 15. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das euch hilft, aber das wäre mir jetzt so eingefallen. Ja, entweder das, oder dass man das eben während des normalen Streifendienstes eben abhandeln kann, dass eben eine bestimmte Streife die Person irgendwo abholt, ähm, und dann direkt runterbringt, weil auch das... Ich weiß nicht, sind die Streifenwagen gar nicht verdunkelt von den Scheiben? Nicht mehr, die werden geändert. So gut wie... Also hinten, die Adamos gehen eigentlich... Also sie sind dunkel, aber nicht ganz so dunkel, wie wir sie ausgeliefert haben. Also meine Haarfarbe kann man definitiv rauserkennen. Ich habe einen komplett schwarzen, äh, Rebler. Und dort können wir für, für, für dich auch eine Perücke holen. Ja, ich könnte mir auch kurz die Haare färben. Ja, ich, ich, ich sage mal so, wenn sie eh hier sind und im Dienst, dann ist das sogar noch unauffälliger, wenn sie sich sowieso im PD aufhalten. Ja. Also um die Officer, die aussagen müssen, mache ich mir relativ wenig Sorgen. Äh, schwierig wird es halt zum einen, entweder bei den DOJ-Mitarbeitern, ich weiß halt nicht, weil ich noch nicht die komplette Zeugenliste gekriegt habe, äh, inwiefern vielleicht noch Zivilisten dabei sind. Ja, oder derjenige muss sogar, oder die Zeugen, müssen sogar ein Perdieb werden. Ja. Brauchen wir den ganzen Humburg gar nichts zu machen. Also die Officer, die Officer sind ja sowieso hier, die DOJ-Mitarbeiter, das ist unauffällig, wenn wir innerhalb des DOJs sind und dann halt oben über die Brücke hier rüber kommen. Hm, ja. Also das ist ja auch gar kein Problem, weil wie oft, wir gehen wahnsinnig häufig oben über die Brücke, weil es regnet oder keine Ahnung. Und wir treiben uns sowieso hier rum. Das ist sogar. Das ist LSPD, wie kann ich hier sein? Manchmal ja. Ich bin mal kurz 10. Gut. Nein, also, ähm. 32, 10, 10. Sobald ich die vollständige Liste habe, ähm, werden wir das dann, äh, einmal auch hier, ich weiß nicht, ich glaube am besten wäre es, äh, Herr Fodos, wenn ich Ihnen das gebe, per Mail, oder, ähm, soll ich das an Herrn Schmitz schicken? Nochmal. Die vollständige Zeugenliste, also die Zeugen, die dann am Ende, äh, vernommen werden müssen. Können Sie mir ruhig zuschicken. Okay. Ja, gut. Ähm, da warte ich dann jetzt noch auf die Liste von Oldfield. Ähm, und dann, ja, müssen wir halt gucken, dass wir die Zeugenaussagen mit den Befragungen halt vorziehen, das dann runterprotokollieren. Das, äh, sollte aber auch nicht das Problem sein. Und dann wird das Ganze dann der neuen Richterschaft auch vorgelegt. Und dann kann sich auch keiner mehr rausreden, von wegen, er hätte ja nicht die Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen. Weil dafür ist die Anwaltschaft am Ende da. Ja. Ja, oder wenn, ein, wenn du jetzt sagst, da ist einer, warte, Entschuldigung, da wäre jetzt einer da, der könnte jetzt, äh, eine Aussage machen und die Anwaltschaft wäre, da wäre das sogar noch besser, oder? Ja, auf jeden Fall. Wer denn einer da hat? Ähm, ja, Frau... Aktuell. Frau Folos, Herr Folos. Ich weiß halt nicht, ob die Anwaltschaft da ist. Wer ist denn die Anwaltschaft, wenn ich fragen darf, wenn nicht, dann nicht. Dagi Reich. Ich gehe mich erstmal umziehen. Also, Dagi und Mannereich. Äh. Sind die da? Das weiß ich nicht. Äh, Oldfield ist auch gerade, äh, da. Ja, der müsste ja auf jeden Fall auch dabei sein als Staatsanwalt. Ich gehe aber davon aus, dass wir das heute noch nicht schaffen werden, einfach aus dem Grund, dass wir da ein bisschen Vorbereitungs... Für 15. Moment. Hört. Ja, keine Ahnung, muss mal gucken. Deswegen, also ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen, aber Sie sind ja noch ein paar Tage da, richtig? Vielleicht kriegen wir das dann übers Wochenende oder Anfang nächster Woche hin. Ich sage mal so, ich habe zwar in, äh, übernächste Woche Urlaub. Genau, das hatte uns Frau Folos ja schon gesagt. Genau, wir sind, wir sind halt einen ganzen Monat weg und, äh... Ja? Ja, ja, ja. Ja, sehen Sie es mal so. Wenn Sie die Aussage getätigt haben, dann brauchen Sie sich danach erstmal keine Gedanken machen, dass Ihnen was passiert, hoffentlich. Je nachdem, wo Sie Urlaub machen. Zwischendurch werde ich auch öfters mal, äh, vorbeischneiden, so, dass es nicht 28 hat. Gut, äh... Ja, also, äh, wenn, wenn wir, wir haben sowieso noch einen Termin mit den, äh, Reichs, wir würden uns dann melden und dann schauen, dass wir das vielleicht hinkriegen. Ja. 32 wieder im Punkt. Und die, genau, und die Anwaltschaft würde dann einfach erst dann runtergebracht werden, äh, in den Verhörraum, wenn eben die Zeugen schon hinter der Scheibe sind, einfach, um da die Anonymität zu wahren. Da können Sie aber trotzdem im Vorbeigehen noch, äh, reinschnuppern. Ja, dann wird sich da einer vor die Tür stellen müssen, sodass man halt nicht reinschnuppern kann. Wie gesagt, sagt einfach Bescheid. Ich würde mich sogar freiwillig melden und dann... Das ging mal hin. Perfekt. Gut, ich werde vorne gebraucht, äh... Ja, dann... Ich werde drüben gebraucht. Nein, ich muss, äh, zivil noch was erledigen. Ja, aber dann aus dem Funkhaus, denk dran. Nein. Ich bin mal drüben. Bis später. Tschüss, Gaby. Boah, was ein Chaos. Es soll nicht gemeckert sein, ist nur eine Feststellung. Ja, wobei das jetzt aktuell eigentlich halb so wird, da gehen ja keine Zivilisten durch. Der Fall an und für sich ist halt auch nicht mehr unter Verschluss, weil an der Fallakte selber wird nichts mehr gemacht. Es geht jetzt rein darum, die Dokumentation fertig zu machen. Und ohne Scheiß, die Sache hier von King gerade, das war pure Einschüchterung. Und das Schlimmste, was wir aktuell machen können, ist, auf diese Einschüchterung eingehen. Ja, es ist super gefährlich und ja, es wird noch richtig knallen, gehe ich jetzt einfach mal von aus, aber grundsätzlich versuchen die uns einfach nur mundtot zu machen, damit eben keine Gegenbeweise da sind. Weil dann werden sie fein raus. Wenn wir es nicht beweisen können, wir sind ja in der Beweispflicht. Und das ist halt aktuell so ein bisschen das Problem. Das ist aktuell so ein bisschen das Problem. Meint irgendwie, er hat recht und pocht da drauf und dann kommst du halt zu keiner Entscheidung. So, das ist das Problem hier in diesem Staat. Entschuldigung, das waren schon doofe Aussagen. Natürlich sind das doofe Aussagen, aber er pocht einfach darauf, dass er nicht schuld ist. Du kannst es ihm aber halt auch nicht wirklich das Gegenteil beweisen. Nein, ja, also na gut. Ja, aufgrund von Aussagen. Dann sagt er ja, so war das gar nicht gemeint. Und schon fängst du wieder an. Und das ist immer, das dreht sich immer im Kreis, weil die einfach ihre Schuld nicht einsehen wollen. Weil alle meinen, keine Ahnung, sie haben recht und keiner kann verlieren hier. Das ist das große Problem. Soll ich mal klare Worte sprechen? Ja. Alles Kackbratzen. Ich bin auf Toilette. Geil, geil. Wie hat es gesagt? Einfach mal so, alles Kackbratzen. Die wollen ihr Recht und wir wollen unser Recht. Und es wird sich nirgendwo mehr in der Mitte getroffen. Jeder will gewinnen. Die wollen ihr Recht. Ich sage denen, was vorliegt, was Phase ist, zerpflückt denen ihre Beweislage, wenn es KLS ist und spreche denen man Strafmaß aus. Und dann ist doch meistens noch Ruhe auf der Gegenseite. Ja, irgendwie. Ich mache mal die Vorladung fertig. Wenn die mir kein Gegenangebot machen, dafür kann ich nichts. Strafmaß als Gegenangebot gegeben haben, wie ich eigentlich gefordert hatte. Ja. Outfit vielleicht, vielleicht hast du da, also, ähm, die Richter sind hinter mir. Okay, dann kann ich das nicht sagen. Hä? Was? Wir haben neue Richterschaft. Nee, nee, das ist nicht zu dem Fall. Achso. Entschuldigung. Außer du möchtest für den Fall, also, Reich und Winter, ne? Darum geht's gerade. Oder willst du dafür auch einen anderen Richter? Von mir aus nehme ich dann auch wieder einen anderen Richter. Ja, wir brauchen zehn neue Richter hier im Staat. Ja, ich bin dabei. Aber, ganz ehrlich, im besten Fall können wir sowieso häufiger auf die andere Richterschaft dann setzen. Ja, gut, dann, wenn die allerdings alle so argumentieren, wie die da im Gericht, dass wir eben in einem Department arbeiten, dann brauchst du hier noch nicht mal einen Richter ausbilden oder ähnliches. Nö, du bräuchtest eigentlich nur einen Richter, der am Ende eben die Befugnis hat, bestimmte Dokumente auszustellen, der als Mittelsmann agiert, der Hochzeiten machen darf. Solche Geschichten. Also, Quatsch. Ähm, Gabi, mal eine kurze Frage. Ja? Ich bin zwar Staatsanwalt und nicht Strafverteidiger, aber kann das sein, dass der Herr King gestern in den Knast gegangen ist, obwohl es nicht mal eine Strafanzeige gab? Äh, na, ich sag mal so, ich war ja am Ende dabei. Das war die Geschichte, wo ich dich gefragt habe, bist du im Feierabend oder? Ja, ja, ich weiß. Ja, also, es gab eine Anklage in dem Sinne, aber sie ist nicht verschriftlicht worden. Er hat das aber alles genau so akzeptiert. Ja, okay. Ähm, ging um schwere Körperverletzungen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß. Ich habe mit ihm gestern kurz gesprochen. Ah, okay. Ja, ich habe seinen Kamatscho runtergefahren. Ich weiß, deswegen bin ich übergegangen. Gut gemacht. Ich habe gefragt, ob das jetzt unser ist. Nein. Ja, Kamatscho da unten in die Diebgase ist ein bisschen... Ja, das war schwierig. Ich habe eine kurze Frage, was hat er da für einen Strafmaß bekommen? Äh, das weiß ich gerade nicht, weil ich bei dem Strafmaß selber nicht dabei war. Ähm... Und was solltest du denn drüben machen? Über den Kamatscho runterfahren? Ähm, weil... Also eigentlich ging es darum, dass er eben noch andere Sachen angekündigt hat und das sollte im Beisein der Justiz sein als Zeuge. Achso. Äh, so, 22.21 Uhr. Äh, Damien King. Kurze Frage. Kurze Antwort. Seit wann ist Herr Lassenstein wieder im PD? Äh, ich glaube seit zwei... Seit einer Woche oder so. Ja, seit ein paar Tagen erst. Hat er Heimweh gehabt oder was? Weiß ich nicht. Ja, wer hat damals schon gesagt, dass er irgendwann mal zurück will? So, bitteschön, Eddie, Nummer 1. Schlechter Kopfwort nicht, oder so? Ne, überhaupt nicht. Das stimmt. Äh, das ist die Vorladung für nächste Woche. Ja. War auch echt schockiert, wohl ich habe erfahren, dass er nicht mehr im PD ist. Das war einmal der Linking. Und andere zu dem Zeitpunkt schon noch. Richtig. Das war viel schlimmer. Äh, Carta Knight. Am 22. Braucht ihr mich aktuell akut? Äh, naja, die meiner Reichfälle müssen dringend bearbeitet werden. Ja, ja, ich mach... Setz mich da durch rein, ich muss mal kurz meinen Kaffee wegbringen. Achso, äh, ja gut, dafür ist Zeit. Na, jetzt wird der weg. Ich wollte kurz was sagen. Es ist doch in zwei Minuten hinterher. Heute geht auch alles schief, ich gehe gleich nach Hause. Och, Alonso. Willst du in dem Verkehrsunfall als Richter machen, oder nicht? Ja, im Notfall mache ich das. Und da ich bisher noch keinen externen Richter habe... Dann, okay, dann, nee, dann halte ich die Klappe. Okay. Ähm, so, dann haben wir Marcel Briggs. Ach, Gabi. Kannst du mich gleich einmal auszahlen? Ja, klar, können wir gleich machen. Und als Ende... Am Ende noch Stefan Schiller. Alonso hat keinen Bock mehr. Scheiße. Kann ich verstehen. Ich brauche Geld. Ich habe was vor. Hat man nicht normalerweise was vor, um Geld zu verdienen? Wer kauft jetzt Menschen? Spaß. Wow. So. Kannst du da einmal drüber gucken, nicht, dass ich irgendwo einen Tippfehler oder so drin habe. Das wäre peinlich. Jawohl. Dankeschön. Dann machen wir eben die Auszahlung. Da fällt mir an, dass ich schon wieder seit einer halben Woche keine Zeiten eingetragen habe. Okay, nicht. Irgendwann, irgendwann nage ich wirklich noch am Hungertuch. Ich glaube nicht. Nein. Ich denke auch nicht. So. Ah, da fällt mir ein, ich muss immer noch... Ich muss immer noch Layout-Sachen wiedergeben. Äh, Alonso die Kähne. Nein. Auszahlung. Da gab es noch den Bonus. So. Eddy, die sollte ich vielleicht auch mal wieder auszahlen. Ja, der freut sich immer über Geld. Mhm. Bitteschön. Dankeschön. Passt. Perfekt. Machst du, äh, Doc leer? Oder? Äh, hab ich schon. Okay. Danke. Möchtest du auch Kohle haben? Kommt drauf an, machst du heute nicht lange? Mhm. Ich weiß nicht, wie lange ich heute da bin, aber ich denke schon ein bisschen, bisschen länger. Ja. Ja, sonst, sonst sag einfach, wenn du gehst, dann sagen wir einfach dann aus und, äh, sonst kann ich mal irgendwann... Ja, alles gut. Woll ich dann eben mal, äh, bei den, bei unseren Freunden, dann weiß man eben vorbeischauen, denen das geben? Das wäre wundervoll, wenn welche nicht da sind, ähm, gib das bei der Anwaltschaft ab und, äh, schreib dir in der SMS, dass die Vorladung bei der Anwaltschaft hinterlegt ist. Das geht nur an Personen und Anwaltschaft. Nee, nee. Nee, dann würde ich eben fahren. Mhm. Sofern sehen? Äh, äh, kann man real? Fahr vielleicht zu zweit. Okay, ich fahre mit. Ja, was sollen sie denn machen? Sollen sie mich doch festnehmen? Ich weiß sowieso nichts dazu. Ja, trotzdem. Tu mir den Gefallen, fahr zu zweit. Okay, wir fahren mit die zwei. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Gewertet werden Hallo Hallo Frau Hell Frau Hell, ich habe mal eine dienstliche Frage Ja Ja Und zwar habe ich gestern mitgekriegt, dass der Herr Hell bei dem Herrn Heinzmann angerufen hat Bezüglich 1021 und Gutachten Richtig Kann sein, weiß ich nicht Ja Meine Frage ist, inwiefern habt ihr irgendwelche bestimmten Bedingungen, die wir erfüllen müssen? Also Ich meine, es geht da um das psychologische Gutachten, richtig? Genau Für Wiederholungstäter Beziehungsweise für Intensivtäter Genau Also ich hatte bisher noch keine Möglichkeit Das hätte ich dem Herrn Hell aber auch gesagt, dass ich da einmal nochmal Rücksprache mit dem Stadtrat halten muss Inwiefern wir hier die Definition machen, ab wann ist man Intensivtäter Wir gehen ja davon aus, dass eine Person hoffentlich, die eben verurteilt wird oder eben eine Strafe bekommen hat für ein Fehlverhalten, nenne ich es mal Daraus lernt Ein Wiederholungstäter ist jemand, der das ein bis zweimal in einem kurzen Zeitraum, wir reden hier von einer Woche, erneut macht Wenn das Verhalten sich aber mehr als das häuft und das eben in einer kurzen Zeit von ein bis zwei Wochen Dann kann man laut Definition einer Intensivtäterschaft eben von einem Intensivtäter ausgehen Und hier wäre dann natürlich zu prüfen, inwiefern, in dem Fall sind es ja Verfolgungsjagden, diese Person durch dieses Verhalten, die Bevölkerung oder andere Straßenteilnehmer oder Straßenverkehrsteilnehmer halt in Gefahr bringt Weil es ist ja immer Gefahrenpotenzial und deswegen das psychologische Gutachten, inwiefern diese Person dann überhaupt in dem aktuellen Zeitraum dann fähig ist, ein Kraftfahrzeug zu führen Es kann ja sein, dass es vielleicht auch eine Art Suchtverhalten ist oder so Ja genau, dann müsste das nämlich in Therapie behandelt werden Genau und deswegen bei Intensivtätern, da wie schon gesagt, brauche ich aber eben noch eine Definition, ab wann man von einem Intensivtäter spricht Da habe ich bisher noch keine Rückmeldung, aber ich glaube es geht hier insgesamt um vier oder fünf Fälle innerhalb von zwei Wochen Wo man schon vom Intensivtäter ausgehen kann Und deswegen eben dieses psychologische Gutachten, einfach um herauszufinden, okay, handelt es sich vielleicht um Suchtverhalten, was therapiert werden müsste Ist die Person eben eine Gefährdung für sich und andere Straßenverkehrsteilnehmer etc. Okay, gut Ich schätze mal, dass MD rechnet das wieder selber ab, wenn es soweit kommt Ja, gehe ich mal von aus Guten Abend, könnten Sie ganz kurz einen Tick Abstand halten? Danke Danke Genau, also ich gehe davon aus, dass das dann entweder auf Rechnung des PDs gehen würde oder da müsste man halt dann das Ganze vielleicht einmal mit der Chief-Ebene im PD klären, wie in solchen Sachen dann verfahren wird Weil was Buchhaltung angeht, da bin ich echt nicht so firm Nicht nur Sie Ja, okay, gut Also ich könnte ansonsten Empfehlungen aussprechen, was das angeht, würde ich aber zu dem aktuellen Zeitpunkt ungern machen Ja, klar, natürlich, verstehe ich, verstehe ich Ja gut, da weiß ich noch Bescheid Dann werde ich mich mal heransetzen und mal was vorbereiten Ja Gut Okay Super Dann wünsche ich noch einen schönen Abend Ja, danke, gleichfalls Danke Wie sieht das jetzt eigentlich aus wegen Morgen? Wegen Morgen? Ja Morgen, wovon Sie dann genau wissen Also ich hatte jetzt irgendwie Informationen bekommen, jetzt habe ich aus Versehen meine SMS gelöscht Aua, Frau Hell Ja Ja, wenn die Speicherkarte voll ist, das Problem hat man manchmal Ähm, wegen Morgen, das war ja um 20.30 Uhr 20.30 Uhr Palito Bay, richtig? Genau, da neben dem Partystrand Genau Okay Palito Partybier Partybier, auch das Okay Ähm, wie sieht das jetzt aus wegen der, äh, wegen der Trauriede? Ja, da hatte der Herr Müller vom, ähm, wie sieht das so rum, es hätten sich zu tun, dann holen Sie mal die Frau Brot rein Da hatte ja, wie gesagt, die Frau, äh, der Herr Müller bei Ihnen angefragt, weil wir im Moment keinen haben, der das machen kann Genau, der hatte mich nämlich gestern, äh, angerufen, inwiefern, äh, das möglich ist, also ich kann das gerne übernehmen Bitte gedulden Sie sich noch eine Sekunde, wir sind hier gleich fertig Bei sowas habe ich keine Geduld Also grundsätzlich, äh, ja klar, kann ich das gerne übernehmen Super, sehr gut, weil der Herr Gnadenlos ist nicht da und der Herr Kochsloski ist morgen auch nicht da Oh nein Ja gut Dann, äh, ja, übernehme ich das natürlich Also 20.30 Uhr, äh, Palito Bay Pier Genau Toll Super, okay, dankeschön Schönen Abend noch Äh, Frau Hell Ja Noch eine Sache, ähm, ich war gerade mit Ulfie drehen, bei Ulfie kann ich telefonieren Ja Äh, ich war gerade bei der Frau Folus, habe die Aussage aufgenommen wegen dem Fall mit Herrn Althaus und Strand Okay Mit dem, ähm, JT, TJ Ja Ja Jax Taylor oder wie der heißt Mhm Nur, dass Sie Bescheid wissen Okay, gut, dann weiß ich da Bescheid und kann das weitergeben Ich glaube, die Frau Folus wollte dann Herrn Ulfie dann Bescheid sagen Ja, dann wird sie das bestimmt tun Okay, danke Ihnen Gut, dankeschön, tschüss Bis morgen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen So, jetzt dürfen Sie rantreten, danke Ähm, wir würden gerne Einen wunderschönen guten Tag erstmal Hallo, guten Abend Ähm, die Frau Brot hätte ich gerne gesprochen Die ist aktuell noch nicht da Ähm, doch, sie schreibt ja die ganze Zeit mit mir Ähm, sie ist aber nicht hier im Dienst, also ich habe sie heute noch nicht gesehen Frau Hell, ich sage es jetzt mal, äh, äh, auf gut, äh, kurz und knapp in Deutsch Wenn die Frau Brot mit uns nicht sprechen will Dann sollte sie das Gebäude vielleicht abends nicht mehr verlassen Dann packe ich sie mir ein und rede mit ihr Darf ich das als Drohung sehen? Das sehen Sie nicht, das können Sie sehen, wie Sie wollen Ich lasse mich von niemandem sinnlos verleugnen und dann sinnlos schreiben Ich lasse mich hier, ich rede nur mit drei Menschen im Staat Dumm, ich lasse mich hier nicht verarschen Wir wollen das unter, ganz normal unter Menschen klären Wenn sie nicht bereit ist Wie schon gesagt, Frau Brot Dann sehen Sie das als Drohung oder was weiß ich nicht Frau Brot habe ich aktuell noch nicht gesehen Wir können aber hier gerne, ähnlich wie wir das ja auch bei dem Gespräch mit Herrn Oldfield gemacht haben Äh, einfach ein Zwiegespräch führen Dann würde ich Der Richtig hatte gedacht, die Sache ist schon geklärt Nein Ja, das Staatliche ist geklärt, aber noch nicht das Private Okay Und ich möchte auch niemanden dabei haben Ich möchte mit ihr unter sechs Augen sprechen Das bin ich, mein Bruder und die Frau Brot Dadurch, dass Sie aber gerade diese Drohung ausgesprochen haben, werde ich das nicht zulassen Okay Machen Sie, was Sie denken Also Bruder, ich bin durch, ist es mir zu dumm Also Sie dürfen gerne Entweder klärst du das oder ich kläre das auf andere Tore Ich weiß nicht, wo das Problem von dieser Frau Brot ist Sie ist ja da, sie schreibt mir die ganze Zeit und sagt, sie möchte nicht mit Sie redet nur aktuell mit drei Personen Ich möchte doch nur, wie gesagt, ich bin bis jetzt wirklich ruhig geblieben Wir haben mit Ihnen geredet Äh, äh, lieber Herr Oldfield, wir haben das geklärt Ich kann doch, wo ist denn das Problem als DOJ-Mitarbeiterin Einfach mit einem Bürger dieser Stadt zu reden Also das Problem verstehe ich auch nicht Weil ich rede ja auch mit Ihnen Ich bin echt friedlich, freundlich, höflich Und ich möchte einfach nur mal mit der Dame reden, dass sie vielleicht, wenn sie jetzt schon im DOJ arbeitet seit neuestem Ähm, sollte sie vielleicht in Zukunft mal drüber nachdenken, was sie in welchem Wortlaut weitergibt Mehr möchte ich mir nicht Und das bringt mir nichts, wenn Sie dabei sind Das bringt mir nichts, wenn der Kollege hinter mir dabei ist Sondern ich möchte das mit ihr reden, weil es eine persönliche Sache ist zwischen der Frau Brot und uns beiden Ja gut, aber wenn Sie Das kann doch nicht so schwer sein, wenn Dass man dann einfach mal das Gespräch sucht Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht Die Frage ist, äh, was sollen wir jetzt da tun? Gar nichts, nicht Ihr sollt gar nichts tun Ich wollte ja, ich weiß ja, dass die Frau Brot hier neuerdings arbeitet Und dadurch, dass sie jetzt schon bestimmt eine halbe Stunde mit mir hin und her schreibt Und sagt, nein, sie möchte nicht mit mir reden Warum auch immer, ich habe ja nichts getan Dann möchte sie das vielleicht auch einfach nicht Ja, aber das sollte man klären So was kann man nicht offen stehen lassen Da gebe ich Ihnen auch recht Und ich möchte jetzt hier keine Drohung aussprechen oder sonst irgendwas Aber Sie müssen es auch verstehen, dass es natürlich, wenn irgendwelche Geschichten erzählt werden, die wirklich, wirklich unwahr sind Mhm Dass man darüber redet Und ich möchte hier keine Anzeige, ich möchte da nichts Ich möchte das einfach persönlich mit ihr beim klären im Gespräch In einer ganz entspannten Art und Weise einfach mal erklären Dass sowas einfach nicht geht Also mein Vorschlag, den ich machen kann Ähm, und den meine ich auch wirklich ernst Sobald Frau Brot hier ist Und ihren Dienst antritt Würde ich sie einmal fragen, ob sie sich dazu bereit erklärt Eben dieses Gespräch zu führen Und dann würden wir Ihnen hier innerhalb des... Aber sie hat da keine Wahl, ob sie dazu bereit ist Sie muss dieses Gespräch führen Sie hat immer eine Wahl Das sollte Ihnen bewusst sein, dass jeder Mensch immer eine Wahl hat Ja, natürlich Und aus einer... Egal, weiter Aus einer Aktion folgt eine Reaktion Das auf jeden Fall Da gebe ich Ihnen auch recht Und natürlich soll sie sich auch bewusst sein Deswegen würde ich vielleicht vorher einmal mit dir gerne sprechen wollen Zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter Und ihr einfach den Tipp geben, sich mit ihnen zusammenzusetzen Das auf privater Ebene zu klären Das dürfen sie auch gerne hier im DOJ in einem unserer Büros machen Damit sie einfach ungestört sind Und es wird dann allerdings so sein, dass wir eben zumindest nach dieser Drohung, die gerade ausgesprochen ist Eine Person vor der Tür lassen Dass sie trotzdem ungestört sind Ich gebe Ihnen um meine Waffe Das ist mir wurscht Also ich meine die Drohung Also ich meine die Drohung verbal Ja? Nicht körperlich, Frau Hell Gut Ich gebe Ihnen alle meine Waffen Zu dem Gespräch Mir ist das wurscht Ich möchte bloß mit der Frau reden Und wenn sie sich verleumden lässt Und hin und her, weil sie keinen Arsch in der Hose hat Ein ehrliches Gespräch zu führen Dann muss ich es auf dem anderen Weg führen Okay Genau, und wir kommen an der Stelle halt einfach nicht weiter Ich wollte natürlich normal mit ihr reden Aber wäre es dann so schlimm für Sie, wenn zum Beispiel ich dabei wäre? Ja Ja, weil es ja nichts mit Ihnen zu tun hatte Ich weiß, ich halte mich auch zurück Nein, das ist ein Gespräch Dann lassen Sie uns das doch so machen Sofern Frau Broth heute Sofern Frau Broth hier ins DOJ kommt und ihren Dienst antritt Werde ich Sie einmal beiseite nehmen Ihr den Vorschlag machen Dass sie sich doch bitte mit Ihnen auseinandersetzt Und das Gespräch dann eben auch sucht Dann geben wir Ihnen Bescheid Und dann können Sie sich hier ganz in Ruhe In eins unserer Büros setzen und das ausdiskutieren Ja Okay Ist okay Ist okay, wenn da jemand vor der Tür steht, ist es mir auch gewuscht Aber im Rahmen sind nur wir zwei Gut, dann geben wir Ihnen da auf jeden Fall die Privatsphäre, die Sie da benötigen Dann passt das ja Okay, dann melden wir uns, sobald wir mit Frau Broth einmal gesprochen haben und sie hier ist Machen wir so Göni, bist du zufrieden? Nein, aber Ja, ich wollte gerade sagen, mehr können wir gerade nicht tun Nein, nein, sie hat ja nichts mit dir Ich wollte ja, naja, es ist gewischt Machen Sie das Ja Und dann, ähm, schauen wir, wie es weitergeht Okay Danke Schönen Abend noch Tschüss Ja, tschüss Ja Da ist vor Schreck mein Handy abgeschmiert Ich bin zwar eben So eine Kacke Mann, es ist schon wie, 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 Freitag wieder Die Idee ist unfassbar Äh, sobald ich etwas Neues weiß, gebe ich dir sofort Bescheid Es kann sein, dass ich meine schriftliche Aussage von Herrn Janssen abgeben muss Weil er nicht weiß, ob er am 22. da ist Herr Janssen hat aber schon ausgesagt Äh, es kann sein, dass ich eine schriftliche Aussage von Herrn Janssen abgeben muss Achso, äh, von der schriftliche Aussage von Herrn Janssen, ne? Ah, okay Kein Ding Äh, Herr Janssen ist Äh War der nicht schon? Ne, Jones Ähm Kein Ding Lass uns hier am besten Oh Gott Ja Ja Hallo Äh, ganz schlecht Ich bin so ein bisschen im Stress Ja Ja, es geht auch ganz schlecht Ich mach dir gleich noch mehr Stress Ach, ja Ähm Dadurch, dass ich den Oldfield nicht erreiche Ich hab da ein Anliegen Der steht hier vorne Dann soll der mich anrufen, bitte Aber dann klär ich das mit ihm Weil ich hab das über ihn gemacht Und das werde ich auch dann mit ihm beenden Geht es um den, äh, Verleumdungsfall? Ja Ja, äh, sind wir dran Es kamen so ein paar Sachen dazwischen Aber wir sind dran Wir haben da absolut oberste Priorität heute drauf gesetzt Ja Dass das spätestens im Laufe des Wochenendes erledigt ist Okay Mhm Ich wollte halt nur mal ganz kurz nur den Stand fragen Weil ich dachte, das ist irgendwie untergegangen oder so Nein, 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 nein Wie schon gesagt, da haben wir oberste Priorität drauf Das sag ich jetzt sogar nicht nur so Sondern wir haben da wirklich heute drüber gesprochen Das, äh Oh, ich hab noch mehr Scheiße gebaut Du weißt, dass ich mich dazu nicht äußern darf Ich weiß Aber du weißt auch, dass ich dich kenne Weißt auch, dass ich mich dazu nicht äußern darf Du weißt Ich schweige wie ein Grab Vielleicht tue ich nämlich nur so Ja, ich bin vielleicht doch ein sehr lautes Grab Aber, äh, wie schon gesagt Darüber darf ich mich nicht äußern Über deinen Fall natürlich Und der wird, ähm, im Laufe des Wochenendes Auf jeden Fall bearbeitet und fertiggestellt sein Ja, na gut Wenn du mir das sagst, dann glaube ich dir Das, äh, lege ich viel Wert drauf Dein Wort Ja, deswegen Und ich trete meinen Leuten schon in den Hintern Aber ich glaube, du hast ja mitbekommen, dass wir aktuell Ist das schon wieder Kings Auto da draußen Echt, ich kriege zu viel Was hat der denn heute? Alles Gute Ich mach da auch gar keinen Stress Ich wollte einfach nur mal kurz nachhaken Ja, nee, alles gut Also wir sind dran Nee, aber wir sind da auf jeden Fall dran Ja, gut Okay Bis später, tschüss Jo, tschüss Ähm Hallo Und? Eine von vier ist abgegeben Wow Weil, sonst würde ich nochmal Mal jetzt Richtung Cannaboys düsen Und hoffen, dass die da sind Äh, ja, gerne Genau Ja, dann mach ich das mal eben Sonst, äh, sonst schreibe ihr Dass sie sich nochmal entweder bei dir oder bei mir melden Ja, ich hab ihr sowieso geschrieben Weil sie hat mich so ein bisschen zugespampt mit SMS Äh, anstatt dass sie einfach anruft Okay Ja, ich mach mal eben Flieger Okay Bis gleich Viel Spaß Also das mit den Dichts, ne Das ist auch so ein bisschen Kindergarten Wenn einer nicht reden will Dann will der einfach nicht reden Hm Das muss man dann auch akzeptieren Hm Schwierig Ja, ich weiß Weil mir der eine so Korreli bürstet ist Ja, ich weiß Aber trotzdem Ich meine, man kann niemanden dazu zwingen Zu reden Also, doch, es gibt leider Möglichkeiten Niemanden zu zwingen Aber Das muss nicht sein Da sollte man einfach manchmal Ja, schwierig Schwierig, schwierig, schwierig Äh Ja, Dagi hat mir gerade geschrieben Ja Geht aber nicht ans Telefon Äh, wahrscheinlich Wird der Herr Janssen Ähm 22. nicht da sein Aber der ist doch schon vernommen worden Vor Gericht Richtig Also Ne, wobei Ist er jetzt vernommen worden? Ist er nicht vernommen worden? Ne, Janssen glaube ich nicht Ne, Janssen eben nicht Aber dann werden wir dasselbe Spiel machen Wie bei den anderen Zeugen Dass er dann eben vorher seine Aussage vor Staatsanwaltschaft und Dings absprechen Also, dass das dann hier gemacht wird Ohne die Angeklagten Sondern einfach nur die Aussage vor Staatsanwaltschaft, Anwaltschaft, damit die Fragen geklärt werden können Ja, und was wir dabei brauchen Dann auch, äh, wieder einen Schreiber Ja, ja, das auf jeden Fall Das Protokoll können ja dann die Reichs anfertigen Damit nur die Hälfte drinsteht? Ich denke nicht Na super, toll Ich erkläre mich auch selber dazu bereit Dieses Protokoll zu schreiben Ich meine, ich bin eigentlich grundsätzlich ja sowieso raus aus dem Fall Ich würde da, sofern kein, äh, sofern zu dem Termin ich immer noch keine Info habe Äh, jetzt schreibt sie mir, oh Gott Äh, noch keine Info habe, äh, würde ich den Part dann erstmal noch übernehmen Als, äh, neutrale Position Ja, und dann protokolliere ich das auch Da habe ich gar kein Problem mit Äh, wunderschön Äh, Alonso, hast du mal eine Minute? Ja, klar Äh Es ist Mimimifreitag Unfassbar So Oh Hallo Ach, lebst du, oder? Wieso lebe ich noch? Ich habe dir schon zwei Nachrichten, die eine, glaube ich, geschrieben Ja, vorhin ist mein Handy irgendwie verschütt gegangen So, so Bildschirmäßig Und dann waren hier ganz viele Leute, die irgendwie ganz viele Fragen hatten Und ich bin gerade erst mit dem Restart von meinem Handy fertig geworden Weißt du, das dauert immer ewig Ah, ist okay Was, was über dir? Ja, ein bisschen stressig, aber sonst gut Wieso, was ist los? Ach King, der rumpöbelt Vorladung Ach, geht um den Fall, um die Gerichtsverhandlung Ach so Ja, dann, äh, ja Arbeit, Arbeit, Arbeit Dann ein Kenne ich nicht anders gerade Ja, dann andere Leute, die wissen wollen, wie der Stand in ihren Fällen ist Dann, äh, wieder andere Leute, die sich über andere Leute beschweren Und, äh, nein, es geht nicht um Officer, über die sich beschwert wurde Dann Leute, die heiraten, wo ich dann die Traurede halten soll, weil sonst keiner Zeit hat Ah, ja Ja Ja, deswegen würde ich Oh, okay, also sieht das bei dir genauso stressig aus wie bei mir Ja, wahrscheinlich nur anders geartet Mhm Mhm Also ich, ich fahre nicht rum mit dem Auto und hab dann Stress, sondern ich stehe hier Im EOT Ne, ich bin schon mit Alvarez heute geflogen Was? Ja, ja, wir sind heute schon geflogen Ich hoffe mit dem Helikopter Ja, na, auf die Schnauze bestimmt nicht Ja, weiß ich ja nicht, so oft wie du dich lang machst Aha, 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 aha Ja, ist doch so Ich hab dir schon mal gesagt, mit Flipflops sollst du nicht rennen Das ist wirklich gut Ja Na gut Ja Nein, also, äh, ja Ja, hoffe ich, hoffe ich Bis später Bis dann, tschüss Ciao Jo Ganz ehrlich, so oft wie er sich mault, ne Puh Hm Meinst du die Flasche hier? Die so ein bisschen durchsichtig gerade ist Die ist mega Da gehen über zwei Liter rein Voll gut Wenn man Probleme hat, so den ganzen Tag, äh, genug zu trinken Diese Flasche ist, ist der Heat Besonders, weil sie eben ein Komplett Strohhalm auch drin hat Eine Sache muss ich allerdings sagen Sie lässt sich beschissen sauber machen Also sollte man gucken, dass man wirklich vielleicht nur Wasser oder so da rein macht Hm 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 So Ah, ja, so Okay Also Beweis mit der Liste Einmal die Aussage von Herr King Herrn King Dann Die Aussage Hallo Hallo Oh Hm Irgendwie Hast du mich gerade angeklingelt? Ja Ich wollte wissen, ob es dir gut geht Klingel mich nicht nur einmal so an Warum? Bin zusammengeschriegt Du armer Okay Er ist sensibel Ich glaube So sensibel ist der gar nicht Das ist richtig Das stimmt bei KLS eigentlich nicht Ich hab viel KLS Wir fangen gerade mit KLS an Kann aber euch stand jemand drinnen Er sah aus wie in der Kriegsverhandlung der Herr Reich Ob er es ist, weiß ich nicht Weil die Person meint, er nicht mit mir reden zu müssen Wow Dementsprechend stand ich da zwei Minuten und bin dann wieder gefahren Also mit mir, mit mir hat er was geschrieben Toll Er hat Akten angefordert, die ich schon längst freigegeben habe Ja, übrigens zur Info Die Akten, die wir freigegeben hatten Diese Aktenfreigabe Das Dokument Habe ich auch einmal an King weitergegeben Weil sie es irgendwie nicht gebacken bekommen Die Informationen an ihre Mandanten weiterzugeben Aber mal jetzt unter uns Ist das nicht das normale Vorgehen Wenn man irgendwo Akten anfordert Dass man zuerst In sein digitales Dokumentenfach guckt Ob die angekommen sind und denn nochmal anfragt Wenn man organisiert arbeiten würde, dann ja Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal Dass sie Sachen gefragt haben Ach, wir haben übrigens die Informationen gekriegt Dass die ihre Büros nicht eine Taxizentrale haben Sondern bei Cannaboy sitzt Ja, sie hatten zwischendurch glaube ich auch ein Haus am Miro Park Da habe ich gestern Hatte doch Lucille erzählt Die mussten das Haus aber verkaufen Weil sie daran fast pleite gegangen wären Ah, Sekunde Dagi ruft an Hallöchen Ja, Eddie, jetzt beruhig dich bitte Meine Güte, ich gehe mal ganz kurz beiseite Ich verstehe kein Wort Entschuldigung Wegen deiner SMS Ja, es tut mir echt leid Ich wollte dich nicht so Nein, 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 alles gut Alles gut, alles gut Mein Handy ist zwar daraufhin abgeschmiert Aber alles in Ordnung Ich habe es einfach einmal neu gestartet Passt schon Genau, also wegen der Zeugenaussage von dem Herrn Jansen Wir haben ja selber auch Zeugen, die Also wir, damit meine ich jetzt die Staatsanwaltschaft Dass die Zeugen wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt im Urlaub sein werden Das heißt, wir hätten einen Vorschlag zu machen Und das könnten wir mit Herrn Jansen nämlich genauso machen Dass wir uns vorher treffen Anwaltschaft, Zeuge und Staatsanwaltschaft Sowie eine neutrale Person Und die Befragung, die sonst vor Gericht laufen würde Vorziehen, um dann das Ganze zu protokollieren Und als Beweismittel mit aufzunehmen Wäre das so in eurem Sinne? Ja Damit wäre ich einverstanden Das sollte nicht das Problem sein Ich schaffe das aber nicht mehr heute Nein, 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 es geht auch nicht um heute Wir müssen das sowieso ein bisschen vorplanen Weil wir haben ja auch noch die Zeugen auf der Staatsanwaltschaftsseite Die halt unerkannt bleiben möchten Da hätten wir nämlich auch schon eine Idee Und zwar würde die Befragung in den Verhörräumen unten im PD stattfinden Der Zeuge würde hinter dem Spiegel stehen So dass man ihn nicht erkennen kann Aber ihr könnt ihm trotzdem alle Fragen stellen Okay Und dann würde das ebenfalls protokolliert werden Okay Es wird ein komplett externer Richter sein Ich kenne den bisher auch noch nicht Gut, na dann bin ich ja mal gespürt Der wird aber die komplette Beweismittelliste, Zeugenliste, Protokolle Da sind wir noch dran Die kriegt dir die Tage Die werden wir mit Das bleibt, das bleibt alles, alles gut Also das bleibt Das Einzige, was sein wird, ist Ich werde bei der Verhandlung selber auch nicht dabei sein Sondern mich komplett zurückziehen Ich unterstütze eigentlich nur so in den organisatorischen Sachen vorher Und würde dann halt Sofern ich eben diesen externen Richter noch nicht kennengelernt habe Und die Sachen soweit übergeben konnte Die Vernehmung, sage ich jetzt mal Die Befragung der Zeugen mitbetreuen Aber als neutrale Person Ohne dass ich hier Also ich würde immer noch interimsweise als Richterin da agieren Aber mich sehr, sehr zurückhalten Das heißt, das ist eine reine Geschichte Zwischen der Staatsanwaltschaft und euch als Verteidigung Und das Ganze wird halt dann auch so protokolliert Dass wir wirklich ein 1 zu 1 Protokoll von der Befragung haben Okay Gut Machen wir so Das ist eine gute Idee Wie gesagt, ich Wer muss mit den Leuten erstmal drüber quatschen Die jetzt noch nicht da waren Das war Herr Jansen Herr Young Herr Schiller hatte mich schon angerufen Dass das wahrscheinlich erst später schaffen wird Zu der Verhandlung dazu zu stoßen Das ist aber auch kein Problem Im Endeffekt Genau, genau, genau Also er würde dann, sobald er da ist Würde ja dann die Info auch in den Gerichtssaal reinkommen Dass er eben da ist Und dann würde er zu dem Zeitpunkt halt gegebenenfalls nochmal vernommen werden Falls eben noch Fragen von der Staatsanwaltschaft oder auch von euch sind Die halt nicht beantwortet werden konnten Durch die Aussagen von dir, die du für ihn getätigt hast Ja, dadurch, dass ich die Fragen nicht kannte Wusste ich nicht, was ich ihn da fragen soll Ja, alles gut Deswegen Alles gut Aber das ist auf jeden Fall schon vermerkt, dass er da später kommt Okay Habt ihr schon nachgefragt bezüglich wegen der Anzeige, die Herr Mensch, wer war denn? Herr Jones gemacht hatte Kam da was raus bei? Da müsstest du einmal in die Staatsanwaltschaft treten Das weiß ich nicht Aber das können wir zum Beispiel auch morgen oder so klären Das ist glaube ich noch nicht so wild Wichtig wäre mir halt nur, dass ich von euch nochmal die Zeugen, die jetzt nochmal eben vielleicht dazugekommen sind und die Beweismittel nochmal bekomme Weil ich gerade an der Übergabe für die Richterschaft arbeite, dass ich da eine komplette Beweismittelliste aufstelle, die Protokolle zusammenführe und so Ja, wie gesagt, das schaffe ich heute nicht Nein, 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 ihr habt ja bis zum 17. Zeit Bis zum 17. sind nur noch zwei Tage, das heißt, ich habe nur noch Morgen Zeit Ja, aber Manne ist doch auch noch da, der ist doch genauso in der Verteidigung Ja Ja Hast du auch wieder recht Ja, ihr seid ja schon zu zweit Sobald wir irgendetwas finden, noch einen neuen Zeugen oder noch ein neues Beweismittel, geben wir dir sofort Bescheid Okay Okay, alles klar Ich bespreche das mit Herrn Jansen und Manne nochmal wegen dem Vorzieht Ähm, ansonsten ganz kurze Frage Äh, an Herrn King, konnten wir die Vorladung jetzt schon abgeben Äh, die anderen haben wir bisher noch nicht getroffen Ist Manne denn heute noch länger da? Weil ich meine, vorhin, ähm, Cannabois war nicht ansprechbar Ähm, Manne Könnte er vielleicht ansonsten noch einmal herkommen oder Ähm, bist du noch länger wach? Oder, oder wo seid ihr denn gerade? Wir sind gerade bei Cannabois Achso, okay, dann, äh, würde ich ansonsten Eddie nochmal bitten, nochmal rüberzufahren Wenn ihr, ihr gerade da seid Ähm, Eddie? Ja, ich würde jetzt, äh, eigentlich nach Hause fahren wollen, aber Manne ist noch hier Ja, das sind ja zwei, drei Minuten, die wir brauchen Mehr nicht Kein Problem Okay Alles klar Gut, dann, äh, ja, wünsche ich dir einen schönen Feierabend Jo, danke dir Ja, tschüss Ciao Äh, also Manne wäre jetzt im Cannabois ansprechbar Ja, nein, also Dagi hat das Problem, dass ihr Flieger um fünf geht Ähm Entschuldigung Du musst mir nicht zu Füßen liegen Ja, ich wusste, dass es kommt Ich weiß, dass das manchmal, egal Eddie, pass auf die Taktik, die ich dir gerade gesagt habe Was? Kann ich Ihnen nicht Ja, aber Was willst du machen? Nein, was ich dir vorher gesagt habe Nicht das mit dem Personaler Das geht nicht, Eddie hat kein Geld Der entsprechende Du musst wie der typische Cannabiskunde auftreten Achso In Jogginghose? Nein, halt ein bisschen entspannter Musst reinkommen, du fies, Mann Ich hab da was für dich Kannst du als Papierflieger reinschmeißen Nein, das tust du nicht Musst wie das echt an deiner Klappe Warum? Weil du einen Tiger bei dir im Haus auslegen möchtest Und ihm eine tote Maus davor legst Ja, nee, nicht der Poins Du musst aber auch so da reinkommen Genau, genau Genau, so und dann sagst du Ey, yo, Bro Ich hab richtig heißen Shit für dich Ganz heiße Ganz heiße neue Wagen Ach, Leute Hab den heißen Scheiß D.O.J. Spezial Ja, nee, Eddie Wenn du das machen könntest, wäre das superlieb Wenn der nicht ansprechbar ist Dann läuft der mir hinterher, ja? Ja, dann Aber sag ihm auch Sind keine Papers zum Raufen Der hat mir einen extra großen Joint, oder was? Fahr einfach, Eddie Hör dir das gar nicht an, was sie sagen Danke Oh Mann Mami, fertig Ach, dann krieg ich Eddie schon alleine hin Ja, nee, also vorhin habe ich sie zu zweit losgeschickt Weil so in Richtung Hood fahren oder so Alleine fände ich nicht so geil Nee, doch Nee, also da sollten sie zumindest zu zweit sein Jetzt zu Cannabois ist, glaube ich, eher weniger das Problem Ja, ich stelle gerade mal so eine Beweismittelliste zusammen Also anhand der Sachen, die in der Aktenfreigabe drin sind Das Protokoll werde ich auch als Beweismittel hinterlegen Und ja Dann mal gucken, was noch von Dagi kommt Beziehungsweise von Manne Ich habe übrigens das Gefühl, so nach dem, was sie mir gerade gesagt hat Dass Dagi das eigentlich alles alleine macht Weil sie meinte, ja, aber ich habe heute keine Zeit Und es sind ja nur noch zwei Tage und so Wo ich so meinte, ja, aber du hast doch auch noch Manne Und der ist auch bei euch in der Verteidigung Also warum machst du das alles? Weil ich meine gerade fünf Akten überschickt habe Die, glaube ich, alle gegen ihn laufen Ja Ich glaube, der hat gerade genug mit sich selber zu tun Ja Genau, Danny hatte sich erkundigt Wir müssen halt gucken, dass wir das irgendwie jetzt übers Wochenende fertig kriegen Weil, und da bin ich ganz ehrlich Die schmeißen uns mit Arbeit zu Dann können wir das genauso Ja Es gibt genug zu tun Und genau, also ich stelle gerade eben so ein bisschen diese Beweismittelliste zusammen Die Protokolle würde ich dann mit in die Aktenfreigabe unten drunter setzen Also das Protokoll jetzt von dem ersten Tag der Gerichtsverhandlung Die Protokolle, die bei den Zeugenvernehmungen, bei den offiziellen Gerichtsvernehmungen zustande kommen Die würde ich da mit reintun Und dann sollte das, glaube ich, auch nicht das Problem sein Ja, wie schon gesagt Also das Online-Dokument darauf hat KLS Zugriff Darauf hat jetzt auch ein Herr King Zugriff Aber das ist ja auch das Offizielle Das ging schnell Was denn? Hi Ich mach mal weiter Äh, kurze Frage Die Part So Weiter im Text Wieso ist Gabby kein Richter mehr? DOJ, hey, guten Tag Ja, guten Tag, gut, der Kologe hier Moin Ja, hallo Ich wollte noch mal fragen, ob jetzt Platz ist, um eine Ausbildung bei Ihnen zu machen Ähm Ja Theoretisch schon Ich würde Ihnen aber gerne noch ein paar Fragen vorherstellen Hätten Sie Zeit, ins DOJ zu kommen? Ich komm Okay, perfekt, dann sehen wir uns gleich Ja, ich bin gleich da Okay Jo, tschüss Tschüss Den Spaß gönne ich mir jetzt Den Spaß gönne ich mir jetzt Aber ganz ehrlich Hallo Hi So, ich hab jetzt gerade mit Herrn Janssen gesprochen Okay Ähm Er sagt, er wird es schaffen Äh Er hat nochmal auf den Terminkalender gekauft Am 22. Ja gut Ja Okay, dann passt das ja Ansonsten auch wenn Also ich sag mal so Wenn das jetzt vielleicht kurzfristig dann doch nicht funktionieren sollte Er das ein, zwei Tage vorher weiß Dann können wir die Vernehmung ja trotzdem vorlagern Einfach aus dem Grund, damit wir eben seine, die Fragen stellen können Ja Und den Prozess am Ende nicht unnötig in die Länge ziehen Weil je länger das dauert, desto teurer wird das entweder auf Staatskosten Oder eben auf, ähm Also auf eurer Seite Je nachdem wie der Fall am Ende ausgeht Kein Problem Mhm Ich hab ihm auf jeden Fall Bescheid gesagt Und er sagt, er kann Okay, perfekt Ähm Wir müssen sowieso gucken, äh Wie das Ganze am Ende aussieht Ich weiß nicht, wie wir das, ähm Ich sag mal so Wenn, wenn der Staat Einen Freispruch ausspricht Dann entstehen ja für euch keine Kosten Wie wir das aber am Ende ansonsten mit den Kosten machen Ähm Ich würde sagen, dass wir das dann im Nachgang einmal klären Ähm Grundsätzlich ist das ja immer abhängig von dem Streitwert Der am Ende dann rauskommt Ich kann dir aber nachher oder die Tage mal was schicken Ähm Worüber wir eben die Berechnung machen Dann habt ihr das nämlich auch als Grundlage Um das einfach abschätzen zu können Ja, das ist eine gute Sache Okay, dann mache ich das nämlich Alles klar Perfekt Okay, super Jo, dann schönen Abend Sehr gerne, tschüss Dank gleichfalls, tschüss Ah Wir haben gleich einen Bewerber Weiß ich nicht, ob das so schön ist Aber ich will jedem eine Chance geben Oh, wer? Günther Kologe Guck nicht so Ja, ich habe ihn auch schon kennengelernt Aber er ist echt hartnäckig Ich glaube, der hat da Bock drauf Ich würde ihm halt gerne einfach ein paar Fragen stellen Wenn er die, ähm Ja, wenn Je nachdem, wie er dann halt reagiert Ich hoffe, er hat mittlerweile dann Lesen und Schreiben gelernt Weil das ist halt Grundvoraussetzung Das wäre halt doof, wenn er das nicht kann Aber wieder einen, wie bei Ritter Den wir halt ruhig kriegen müssen Den müssen wir ruhiger kriegen Ja, genau Also bei Ritter hat das ja nicht so funktioniert Obwohl es hat eigentlich gut funktioniert Er hat ja dann selber nur festgestellt Dass das so nicht sein Ding ist, ne? Ja Aber ich glaube Bevor Herr Kologe hierher kommt Muss ich nochmal Hände waschen Ja Ich bin nicht überheimig Alter, das geht nicht Also Kologe ohne dass sie vorher eine rauchen War schwierig Kardaschens, die haben immer was zu tun Na mal Hallo Ich habe hier mal eine Zeitschrift mit den Kardaschens reingezogen Mein Gott, du Vater Dann ist aber Trubel in der Familie da Ich muss der Putzfrau mal sagen, dass sie was anderes als die Gala holen soll Vielleicht irgendwie Ich weiß nicht, Jura Today oder sowas Ja, klar Wollen wir eben dann mal im Büro gehen? Ich suche dahin, wo sie möchten Okay Stamm, der hat aber ein schickes Tattoo am Abend Ah ja, danke Hallöchen Wollt ihr eben mitkommen? Ja Gut Oh no, ich werde ein bisschen nervös unter Druck Ach Stell mir jetzt alle drei ein paar Fragen Dann bin ich aber ganz, weiß ich auch nicht Ach, das muss sie nicht nervös machen Alles gut Okay Äh, wann sie sitzen oder wann sie stehen? Mir ist das egal, so wie sie das möchten Ja, dann machen wir das eben im Stehen Ist vielleicht ein bisschen ungezwungener Dann kann man auch ein bisschen hin und her laufen Weil der Wunsch geht Gut Herr Kologe, sie haben sich ja schon vor einiger Zeit mal bei uns beworben Ja Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass sie gesagt hatten Dass sie immer so ein bisschen Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben Hat sich das denn mittlerweile gebessert? Hat sich ja gebessert Ich habe jetzt Hauptschulaufschluss noch gemacht, ne? Oh, sehr gut Glückwunsch Ja, wollte ich gerade sagen Glückwunsch Um ehrlich zu sein Ich will raus Ich wohne da hinten im Ghetto Und das ist auch nicht mehr das Wahre, ne? Ich möchte jetzt ein bisschen so in den Hillen So in dieses Milieu reinkommen Okay Und dafür brauche ich einen vernünftigen Job, ne? Ja, das macht schon Sinn Äh, ich würde jetzt ja fragen In welchem Ghetto? Wir haben ja einige Achso Das ist da hinten, was haben Sie? Da ist so eine Tankstelle Da sind auch manchmal so grüne Banausen unterwegs Und ich wohne genau auf der anderen Seite Da waren auch letztens ein paar Lila da unterwegs Ich habe wieder, was ist denn hier los? Dann ist ja wie auf Karneval Eine grüne, der andere bing Dann gibt es ja noch die Hauptschüler, ne? Mit die College-Jaggen sind ja auch noch da Und dann ist ja hier Riebel, Riebel, Trubel, ey Ich habe immer Angst, wenn ich rausgehe Wussten Sie eigentlich schon, dass die Hauptschüler mich mal mitgenommen haben? Die haben mich mal entführt, die, die Davina Ach, das tut mir sehr leid zu hören Ne, davon habe ich gar nichts mitbekommen Ja, echt nicht Ich habe sogar eine Anzeige drüben gemacht Okay Ja gut, also aus den meisten Geschichten Halte ich mich eigentlich raus Aber das tut mir sehr leid zu hören Ich hoffe, Ihnen geht es gut Ja, mir geht es gut Die haben gesagt, die wollen mir meinen Fukuhila abschneiden Ich war am Zittern, hatte Angst Da ist so ein bisschen so, ja, war ich auch nicht Schweißausbrüche und so Oh nein War schon ein bisschen her, oder? War schon was länger her, ja, ja, deswegen Oh Mann Ja gut, aber dann schließt sich direkt eine Frage an Also wenn Sie schon Bekanntschaft mit äh, gewissen Gruppierungen gemacht haben Welche Seite könnten Sie sich denn vorstellen? Die Verteidigung oder die Staatsanwaltschaft? Staatsanwaltschaft, um ehrlich zu sein Okay, ähm, Ihnen sollte dann aber bewusst sein, dass Sie dann natürlich, äh, weiterhin, wenn nicht sogar noch mehr in den Fokus geraten Hm, ja, das ist mir egal Das kann doch nicht angehen Dass diese ganzen kriminellen Balausen hier tun und machen, was sie wollen Da muss einer auf den draufkloppen Also, äh, nicht äh, gewaltmäßig so Schon klar, also wenn, dann verbal wahrscheinlich Ja, genau, gesetzmäßig Ich wollte gerade sagen, wir sind immer nur ans Gesetz gewonnen Also handgreiflich werden dürfen wir nicht Nein, nein, das war falsch ausgedrückt, Entschuldigung Das wäre ja fast so, als wären wir ein, ein Polizeistaat oder so Nein, nein, nein Okay, also eher in die Staatsanwaltschaft Ähm, wie gut kennen Sie sich denn mit unserem Gesetz aus und mit unserem Strafenkatalog? Ja, ein bisschen Okay Ich hatte ja, wie gesagt, ein bisschen Probleme mit Lesen und Schreiben Das habe ich jetzt aber in den Griff bekommen Aber, äh, ich bin leider nicht im Lesen so schnell wie manche andere Ja, gut Aber ich lerne noch Ich glaube, das ist am Ende auch alles einfach eine Übungssache Ja, musst du ja nur ein bisschen rein aufbauen Aber das geht hin Okay Ähm, sagt Ihnen denn die Strafprozessordnung was? Ja, sicher Gut Was würde Ihnen denn direkt als erstes einfallen, wenn ich Sie frage, äh, was ist der wichtigste Bestandteil der Strafprozessordnung? Jetzt haben Sie mich halt knallhaut erwischt Darf ich so nicht sagen? Ich dachte, ich mache hier eine Ausbildung, um das zu lernen Das ist so richtig Ich wollte halt einmal abprüfen, äh, wie weit Sie sich vielleicht trotzdem schon in die Themen reingearbeitet haben Achso Okay Um ehrlich zu sein, nicht mehr viel Als Sie mir damals gesagt haben, du hör mal, das wird nichts mit dir Da habe ich das ja auch zur Seite gelegt Okay Ja gut, aber wir sehen ja, äh, dadurch, dass Sie sich ja jetzt, äh, mit dem Hauptschulabschluss, mit dem Nachholen und so, ja, wirklich weiterhin auch für die, ähm, für die, ähm, für die, ja, ich sag mal, Justiz interessieren und, äh, sehr hartnäckig sind Macht das natürlich für uns auf jeden Fall das Bild, dass Sie das wirklich wollen und, ähm Also, lassen Sie sich so von meinem Aussehen und meiner Ordnung nicht abschrecken Ich meine das wirklich ernst Mhm Also, die Jungs, die müssen hier hinter Gittern Also, nicht alle, aber ein paar Mhm Ich würde mal sagen, Oldfield, vielleicht hast du noch ein paar Fragen Oldfield ist ja zur Zeit unser Oberstaatsanwalt Mhm Ja, habe ich vorhin schon kennengelernt Ich entschuldige mich noch mal vielmals, dass ich gedacht habe, Sie wären die Empfangsdame Äh, Empfangsher, Entschuldigung Alles gut Irgendwie sind wir alle Empfangsdame Hm, nö, erst mal ich gerne fragen, wie gesagt Okay Würde sich zeigen Ähm, wie wären denn so Ihre, ich sag mal, zeitlichen Verfügbarkeiten, ungefähr? Also, ich könnte, wenn, 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 wenn das hier wirklich was werden sollte, würde ich hier, äh, mir das so einrichten, dass ich öfters da wäre Okay Also, grundsätzlich, ähm, ich würde jetzt einmal nochmal ganz kurz, äh, Ihre Personenakte überprüfen Und, ähm, geben Sie mir mal eine Minute So Ab wann könnten Sie dann anfangen? Jetzt! Äh, jetzt, Entschuldigung Jetzt? Jetzt sofort? Ja, ich könnte auch jetzt anfangen Okay Also, dann gleich mal zum groben Ablauf Ich hab, äh, ich hab noch die Kollegin neben mir, die ist auch noch in Ausbildung Ja Ich hab keine Zeit, wenn ich zum PD rüber muss, äh, ich alle eins zusammen Das heißt, äh, ein bisschen ein Auge auf mich haben, wenn ich dann rübergehe, einfach mitlaufen Ah, okay, wenn das gewünscht ist, dann ja, klar, sehr gerne Genau Genau, auf der anderen Seite, also gerade innerhalb der Ausbildung, ähm, sobald es dann eben auch in den Stand, äh, der Fachkraft für Rechtswissenschaften geht, wäre das sowieso, äh, auch so getaktet, dass wir eben versuchen, äh, auch die Verteidigung, äh, sozusagen zu vermitteln Was einfach daran liegt, ähm, auch als Staatsanwalt muss man halt wissen, wie Verteidiger ticken, damit man halt den Job möglichst gut machen kann, weil man genau weiß, worauf gucken die denn Ja Gut, ähm, ja, also eine Sache habe ich bei Ihnen gefunden in der, äh, in der Personenakte Echt? Was denn? Äh, das Nicht-Mitführen von Erste-Hilfe-Material Na, wow Ach so, ja, das, äh, das kann ich aber erklären Alles gut Alles gut Das ist eine Ordnung, wie man dich geholt Ach so, ja, alles in Ordnung, aber jetzt wissen Sie's Jetzt wissen Sie, ja, in der Apotheke dahinter, äh, äh, in der Nähe vom Würfelpark Ach, genau Ja, ja, gut, also, ähm, äh, ich, ich weiß nicht, äh, wie meine beiden Kollegen das sehen, aber ich, ich würde Ihnen gerne eine Chance geben Ja, dann Ja, dann Habe ich das direkt eine Hausaufgabe für Sie Wahrscheinlich einen Anzug kaufen Hätte ich auch getan Ich habe aber ehrlich gesagt nur 100 Dollar Ja, das, das kriegen wir hin Also, äh, das sollte am Ende nicht daran scheitern, äh, dass Sie sich das nicht leisten können Dann, Herr Kologe Erstens Hier innerhalb, wenn wir unter uns sind Gerne das Du Ich bin Gabi Aha, ich, äh, ich bin der Güter Ja Ich bin Jack Hallo Ich bin Gelsi Hallo, hallo, hallo Genau, die beiden, äh, anderen Kollegen, äh, Alonso und Eddie, die sind gerade auswärts unterwegs Oder mittlerweile schon wieder hier, ich weiß das gar nicht Ähm Ja Aber, äh, die würdest Du dann auch die nächsten Tage kennenlernen Oh Aktuell ist das so So, einmal für den Anzug Ähm Oh Nein, das kannst Du ja nehmen Ach, alles gut Ähm, so, ich, ich muss gleich Alonso einmal zurückrufen Dann, ähm, ja Jetzt hat mich der Anruf gerade aus dem Konzept gebracht Äh, aha, genau Also, ähm, wir haben aktuell leider aus, äh, Personal-IT-technischen Gründen kein Paycheck-Verfahren Das heißt, dass wir keine automatische Überweisung bekommen Bedeutet im Umkehrschluss, dass wir, ähm, eine Zeitenliste führen Und dann in, äh, bestimmten Abständen eine manuelle Auszahlung machen Das können wir auch hier im Gebäude machen Wir haben hier ganz normalen ATM Ja Und, äh, hier wäre einfach nur wichtig, dass, äh, ja, im Endeffekt die, äh, Zeiten einmal an mich weitergeleitet werden Damit ich das dann eintragen kann bei uns und dann den Rechner durchlaufen lasse Oh, okay Zugriff auf die Docs, et cetera, würdest du dann, äh, mit der Beförderung bekommen Sobald du Fachkraft für Rechtswissenschaften bist Das heißt, vorher ist halt viel mitlaufen, äh, gegebenenfalls Fragen stellen Wenn irgendwas unklar ist Und erst mal zuhören und lernen Ja Mhm Ja, dann auf eine gute Zusammenarbeit Ja, ich freue mich, dass es jetzt doch geklappt hat Echt cool Und keine Scheuer vor Fragen immer stellen Genau Gut Dann, äh, rufe ich mal eben Alonso zurück Vielleicht sollte man Ich gehe mir mal ganz schnell einen Anzug kaufen, oder? Äh, ja, das wäre perfekt Wenn das für Sie okay wäre, würde ich direkt heute hierbleiben Äh, ja, gerne Ja, dann gehe ich schnell anzukommen Okay, joo Ja, das war Ja, ich will mich ja ganz kurz in den Namen Hallo Hallo Wieso drückst du mich weg? Weil ich gerade in einem Gespräch war Wir haben einen neuen Auszubildenden Oh, okay Ja Eddie, wir haben einen neuen Auszubildenden Das wird nicht mehr uns ab Ich habe extra Oldfield und Lucie hier stehen Das sind zwei Ja, ich weiß Zwei, die nicht geklappt worden sind Aber wir haben auch letztens festgestellt, dass wir gerade in der Staatsanwaltschaft dringend Unterstützung Ja, alles gut Ich mache euch Ist gar nicht so schlimm Vielleicht kennst du die Person sogar Ja, wer denn? Der Herr Kologe Er hat sich wirklich bemüht Er hat sogar seinen Hauptschulabschluss nachgemacht Das ist aber jetzt nicht die rosane Knutschkugel mit der Pommes-Tecke hinten drauf Die gerade vom DOJ Wahrscheinlich doch Wahrscheinlich doch Ich habe ihm gerade Geld in die Hand gedrückt, dass er sich einen Anzug kaufen kann Oh, wow Wir probieren es einfach mal Ich meine, Johnson Wolf haben wir jetzt auch eine Chance gegeben Ja Ich habe eine super erste Aufgabe für den Herrn Kologe Ja Müssen wir nicht noch irgendein Protokoll schreiben? Ja Mit Sicherheit Ja, kann er direkt anfangen Ja, perfekt Der Herr Kologe Mhm Finde ich gut Finde ich sogar sehr gut Ja Möchtest du eine von deinen Aussagen abgeben Oder soll ich meine beiden abgeben? Nö, nö, ich mache im Brat Vielleicht erstmal nur eine Ja Wollen wir ja nicht hier sofort überfordern Ähm Wir können ihm ja die Aussage von Rainer Wald geben Ja Ja, ja Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee Ja, genau Mhm Ich muss ihn auf jeden Fall gleich erstmal nochmal bei uns in die Dings mit reinnehmen Ähm Damit er da eben auch Zugriff drauf hat Auf unsere Absprache und dann passt das, glaube ich Ich bin aber gerade am überlegen, ob wir da Ja, ich, ich, ich mache das gleich mal fertig Und dann Du kriegst noch keinen Zugriff auf das System? Nein, nein, nein Nicht auf unser Doc und auch nicht auf das Copnet und so Aber, äh, auf unser Absprachensystem Zum Dings, ne Ja Das, äh, mache ich gleich noch fertig Weswegen ich eigentlich angerufen habe Ja Ähm Der Herr Werner war vorhin bei mir Mhm Der hatte wohl gestern, äh Na, ja Was? Ein Zusammentreffen mit der Polizei Ja, mehrere sogar, wenn ich richtig informiert bin Ich meine, es waren zwei Verfolgungsjagden Ja Ähm Akzeptiert er auch alles so Mhm Mehr oder weniger Das Problem ist, das zweite Auto, was sie ihm abgenommen haben, war nicht seins Oh, okay Das ist dann schon nicht so geil Mhm Das sollte zumindest mal geprüft werden Mhm Und, ähm Ja gut, aber er war der Fahrer, richtig? Ja Dann war er zu dem Zeitpunkt Besitzer Man kann es dem Halter zwar wieder aushändigen, aber zu dem Zeitpunkt ist er halt Besitzer gewesen Ja Ja gut, dann können wir das ja so machen, dass sich der Besitzer melden soll Ja, der Eigentümer sollte sich da melden Ja, genau Der Eigentümer Und der kriegt das dann auch ohne Murren direkt wieder ausgehändigt Ja, ähm Und, ähm Die zweite Sache Ich suche immer noch diesen Paragrafen, der sagt, dass sich, ähm Leute, die innerhalb von 24 Stunden zweimal bei einem zu schnell fallen erwischt werden, ein medizinischem Gutachten unterziehen kann Ja, diesen Paragrafen an und für sich gibt es halt nicht Richtig, und deswegen gibt es das auch nicht Ja, es geht ja darum, ähm Und da bin ich noch, das habe ich aber sowohl, äh, dem Herrn Helges dann so gesagt, dass es halt so im Gesetz noch nicht hinterlegt ist, weil das noch nicht mit dem Stadtrat abgesprochen ist Auf der anderen Seite, ähm, habe ich heute aber auch mit dem, äh, mit einem Mitarbeiter vom Emdi gesprochen und habe ihm aber auch gesagt, dass wir dafür noch keine gesetzliche Grundlage haben, weil ich brauche halt noch eine, äh, Rückmeldung in Bezug auf, ab wann sprechen wir von Intensivtätern Also nicht nur Wiederholungstäter, also ich sage jetzt mal zwei- oder dreimal während einer Zeit von einer Woche, da würde ich sagen, wäre das auf jeden Fall ein Wiederholungstäter Wenn das aber zum Beispiel innerhalb von einer Woche fünf- oder sechsmal passiert, dann kann man schon von einem Intensivtäter sprechen Und da sollte man dann ein psychologisches, also wäre jetzt aus meiner Sicht so, ein psychologisches Gutachten ansetzen, ob diese Person, äh, befähigt sein sollte, ein Kraftfahrzeug zu führen Und da durch sein Verhalten eben die Bevölkerung und andere Straßenverkehrsteilnehmer, äh, dadurch gegebenenfalls zu, äh, gefährden, weil er im schlimmsten Fall eine Art Suchtverhalten darstellt, also hat Darum geht es ja am Ende, dass man das einmal prüft und gegebenenfalls dieser Person dann einfach auch anbietet, eben eine Therapie zu machen, um sich halt dadurch dann so ein bisschen von diesem Suchtverhalten, äh, wieder zu entfernen Ja, also so war die Idee dahinter, das ist aber alles gesetzlich noch nicht hinterlegt Ja, ist auch grundsätzlich nicht verkehrt, äh, müssen uns dann vielleicht nochmal zusammensetzen, um da die genauen Abstände, äh, zwischen den Taten, äh, halt festzulegen Also, also ich, ich hatte da an irgendwie sowas gedacht, wie fünfmal innerhalb von einer Woche, also dass man wirklich sagt, äh, das wäre so, äh, ab da fängt eben ein Intensivtäter als Definition an Und dann muss man natürlich auch gucken, weswegen, ne, wenn es jetzt wirklich zehn, äh, wenn es jetzt wirklich fünfmal eine Verfolgung sagt, ist die, weiß ich nicht, letztendlich ein Verkehrsunfall endet, ja, dann ja Aber jetzt nicht, äh, weil ich, äh, fünfmal, äh, 15 Kilometer zu schnell gefahren bin Nein, 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 also wenn, dann geht es wirklich nur um wirklich, äh, so, so schwer, schwerwiegendere Verkehrsverstöße Richtig Wo man also wirklich davon ausgehen kann, dass es da rein um das Adrenalin geht Mhm Und die pure Provokation in dem Sinne Okay Ah Äh, ja, gut Das heißt, das mit dem medizinischen Gutachten hat sich erst mal erledigt. Genau, also es gibt aktuell noch keine gesetzliche Grundlage dafür. Dementsprechend haben wir hier eben erst mal alles soweit offen. Okay, alles klar. Gut. Ich danke dir. Ja, sehr gerne. Tschüss. Ciao. So. Dann kannst du mir schon mal deine Telefonnummer geben. Ach so, ja, ich müsste dich auch noch eben bei uns im Doc hinterlegen. Ach ja, ich hatte mit Alonso vorhin schon mal gesprochen und mit Eddie. Wenn Feli wieder da ist, werde ich sie wahrscheinlich erst mal entlassen müssen. Also ich sehe da einfach nicht, dass sich das bessert mit ihrer Art und Weise. Und ja, das bringt ja nichts, sie dann die ganze Zeit durchzuschleifen, ohne dass sie eben in die Prüfung gehen kann. Richtig. Gut, dann. Das wäre einmal die 1-4-0. Jawohl. Richtig. Mhm. 6-1-7-1. Alles klar. So, dann ziehe ich das einmal hier runter. Äh, Jack war dein Name, ne? Genau. Und dein Name? Jack Oldfield. Okay. Dann die Nummer. 290. 1-9-0. Richtig, 66, 45. 60, 45. Jo. Ich bin mal ganz kurz unten. Abgelehnt. Gibt es hier nicht. Ihre Nummer habe ich ja schon, Frau Hell. Ja, sonst hätten Sie mich nicht anrufen können. Geh her. Geh runter. Also, vielleicht ganz kurz so ein bisschen zu den Abläufen hier. Ja. Bis 22.30 Uhr die Annahme von neuen Fällen. Ja. Weil, ja, erfahrungsgemäß ist man mindestens eine Stunde beschäftigt und einige haben halt einen Flieger, der relativ früh geht oder einfach so einen Wecker, der halt relativ früh klingelt und ich möchte das vermeiden, dass Sachen, die mir schon passiert sind, dass man bis morgens um zwei oder so noch im PD bei Verhören mit dabei sitzen muss und am nächsten Tag um sechs Uhr der Wecker klingelt. Das ist nicht so schön. Ja, verstehe ich. Durchziehen, durchziehen. Ja, genau. Nein. Einfach nein. Genau. Da muss ja auch mal Schluss sein, ne? Genau, genau. Also, grundsätzlich eben, ja, normalerweise ist eigentlich ab so 19, 20 Uhr immer jemand hier. Meistens stehen wir dann auch gerade während, ich sage jetzt mal, während der Büroöffnungszeiten unten auch am Empfang, dass die Person halt hier nicht wild durch die Büros laufen. Das sollte halt tunlichst vermieden werden, dass eben DOJ-fremde Personen sich hier frei bewegen. Die Problematik, die wir aktuell halt haben, ist, dass wir die Büros nicht abschließen können. Das heißt, hier ist eben alles frei zugänglich und dementsprechend, sobald man ein Büro hat, sollte man auch immer darauf achten, keine Akten irgendwo rumliegen zu lassen und so allein aus Datenschutz. Also, grundsätzlich, gerade innerhalb der Staatsanwaltschaft, das würde ich sagen, kann die Oldfield nachher nochmal erklären. Innerhalb der Verteidigung ist es halt so, dass es relativ mau aktuell aussieht. Also, es sind viele Anzeigen, die geschalten werden, Beschwerden, gerade gegen staatliche Fraktionen, was so das Hauptgeschäft von der Verteidigung ist, was einfach daran liegt, ja, ich weiß nicht, so unter uns gesprochen, ich weiß nicht, ob das aktuell irgendwie so ein Volkssport ist oder so, aber das PD hat halt keinen so guten Ruf. Und manche haben das irgendwie so als Hobby, denen halt noch mehr auf die Nerven zu gehen, als sie es eh schon tun. Ist dann ein bisschen schwierig. Wir haben eine Problematik innerhalb des PDs, dass wir keine interne Abteilung haben, die autark arbeitet, wenn es um interne Ermittlungen geht. Das heißt, dass wir hier das Ganze erstmal interimsweise übernommen haben und diesen Beschwerden auch intern nachgehen mit den Kollegen zusammen und dann über die Chief-Ebene das Disziplinarische eben weitergeben als Empfehlung, weil wir disziplinarisch nicht vorgesetzt sind. Wir sind fachlich vorgesetzt. Das bedeutet, wir dürfen sie darauf hinweisen, wie zum Beispiel Akten geführt werden müssen, also welche Inhalte da rein müssen. Wir sind diejenigen, die die Gesetzeskundeschulung durchführen und die PD-Officer dahingehend schulen, dass sie eben genau wissen, okay, wie zum Beispiel nach Strafprozessordnung hat eine Festnahme zu erfolgen, welche Rechte müssen hier verlesen werden, warum müssen sie das machen und wie wird das am besten dokumentiert und in welchem System. Das Ganze, ich glaube, letztes Mal hat Eddie das gemacht, gelieft zweieinhalb Stunden. Mit ein bisschen Übung kriegt man das aber auch in der Stunde hin, Gesetzeskunde und Strafenkatalog und Aktenkunde mehr oder weniger wirklich durchzuprügeln. Das war sein erstes Mal, ne? Ja, ja, genau. Das war sein erstes Mal. Deswegen, da darf es dann auch ein bisschen länger dauern. Ja. Ja. Genau, dann haben wir eben noch den Teil, dass wir auch von der Staatsanwaltschaftsseite nicht in alle Fälle mit eingebunden werden. Wir stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Man muss uns halt dementsprechend einfach nur informieren und zum Beispiel eine Frage stellen und dann gehen wir auch rüber und klären das Ganze. Allerdings ist das so, dass die Staatsanwaltschaft aktuell nur bei Fällen involviert wird, automatisch, die einen Streitwert von Minimum 20.000 Dollar haben. Also alles, was da drunter fällt, da hält sich die Staatsanwaltschaft eigentlich raus. Das heißt, wir sind wirklich nur in den schwerwiegenden Fällen oder in Fällen mit hohem staatlichen Interesse. Also wenn es zum Beispiel Fälle sind, die zwar unter den 20.000 Dollar liegen, aber wo es dann als Beispiel eine Bedrohungslage gegen eine staatliche Fraktion gibt, da würde die Staatsanwaltschaft dann auch mit reingehen. Oder wenn es um sehr schwerwiegende Verbrechen geht. Also sei es um Drogenkartelle, um Geschichten wie Mord, um Geschichten wie Entführung von Staatsbeamten, solche Geschichten. Gab es hier schon Morde oder Entführungen? Oder um es mal weiterzuführen, kurz, wenn sich PD und Anwaltschaft nicht einig werden. Genau. Also wenn PD und Anwaltschaft sich nicht einig werden, dann würde auch zum Beispiel die Staatsanwaltschaft mit reingehen, um da mehr oder weniger dann als Vermittler aufzutreten. Im Sinne, dass das PD unterstützt wird. Es gibt aber immer die Möglichkeit, halt eine neutrale Person als Richter auch zu nehmen. Das heißt, aktuell bin ich die Person, die das Ganze dann übernehmen würde, als mehr oder weniger neutrale Person. Weswegen ich mich eigentlich aus allen Fällen auch raushalte. Klar, man kann mich jederzeit fachlich fragen, weil ich auch einen relativ guten Draht zum Stadtrat habe und dann auch auf einem relativ kurzen Dienstweg eben mal Fragen klären kann. Aber grundsätzlich halte ich mich aus den Fällen eigentlich raus, weil wir ansonsten da eben keine Handhabe haben. Zurzeit haben wir eben das Problem, dass wir noch keinen externen Richter haben aus einem anderen Staat oder so, der uns hier unterstützen könnte. Da habe ich aber mitbekommen, dass sich das Ganze auch kurzfristig ändern soll. Einfach damit wir hier etwas mehr Freiraum bekommen und gerade in der Staatsanwaltschaft, Oldfield ist halt der einzige Staatsanwalt als Oberstaatsanwalt und dementsprechend alles, was staatsanwaltschaftlich geklärt werden müsste, landet bei ihm auf dem Tisch. Das heißt, wenn er mal längerfristig nicht da wäre, hätten wir ein ganz großes Problem. Okay. Und ja, ich könnte zwar immer irgendwie einspringen im Notfall, dann hätten wir aber wieder die Geschichte, dass wir keine neutrale Person hätten, die gegebenenfalls als Richter auftreten kann. Wir hatten bis vor kurzem noch einen Richter, das war der Herr Jäger. Der hat allerdings gekündigt und auf, ja ich sage mal, auf freier Basis können wir ihn aktuell nicht einstellen, weil er bei der Presse ist. Und das wäre, glaube ich, denkbar unglücklich. Einen Pressevertreter als Richter einzustellen. Ja. Ein bisschen. Kann man so sagen, ja. Genau. Vielleicht zur Erklärung, warum die Verteidigung bei uns, also die Strafverteidigung relativ wenig Fälle übernimmt, liegt einfach daran, wir haben mittlerweile einige freie Anwälte. Das heißt, wir haben ja die Kanzlei Los Santos. Wir haben die Frau Rottenbach, den Herrn Jäger und den Herrn Parker, die alle berechtigt sind, als Anwälte und Rechtsvertreter aufzutreten. Einfach aus dem Grund, dass sie innerhalb des DOJs ihre Ausbildung abgeschlossen haben und somit eine Anwaltslizenz erworben, beziehungsweise eben die Prüfung zum Anwalt bestanden haben. Kann man sich vorstellen, in etwa wie in anderen Staaten, wo es sowas wie ein Staatsexamen gibt. Das ist im Endeffekt hier eben so geregelt. Man hat seine Ausbildung, wo so die Grundlagen mitgegeben werden. Im weiteren Verlauf wäre man dann Fachkraft für Rechtswissenschaften. Dort wird man dann auf die Prüfung vorbereitet. Sobald wir feststellen, okay, das läuft ganz gut, kommt man in die Prüfungsphase. Da ist man dann Anwalt auf Probe, wo man auch seine ersten eigenen Fälle dann bekommt. Und ein besonders schöner Fall würde dann der Prüfungsfall werden. Dazu gibt es dann eine kurze Prüfung mit so fünf bis zehn Fragen. Und nach Beendigung der Prüfung hat man dann die Vereidigung zum Anwalt und kann dann eben sich weiter hocharbeiten, entweder in Richtung Staatsanwaltschaft, Strafverteidigung, gegebenenfalls sogar in Richtung Richter. Aber das ist noch, denke ich, weit in der Zukunft. Okay. Ja, und das ist so ungefähr unsere Struktur. Aktuell haben wir eben noch die Lucille als Auszubildende. Jack Odefield als Oberstaatsanwalt. Der Alonzo D. Cain ist Hauptstrafverteidiger, hat also dieselben Berechtigungen wie ein Oberstaatsanwalt, nur dass er normalerweise die andere Seite vertritt. Und Eddie McKee ist Strafverteidiger und hat dementsprechend nicht die Berechtigung eines Oberstaatsanwalts, aber eines Staatsanwalts. Obwohl er eben auch auf der anderen Seite steht. Hier muss man auch so ein bisschen, ich sag mal, die eierlegende Wollmilchsau sein, weil am Ende kann jeder von uns eigentlich alles machen. Wir müssen halt das Ganze nur so ein bisschen koordinieren, weil wenn wir am Ende die Strafverteidiger in der Staatsanwaltschaft einsetzen und dann wird doch ein Pflichtbeistand benötigt, haben wir eben auch hier wieder das Problem, weil einfach schon Informationen an die Verteidigung gegeben worden wären, die halt eigentlich noch nicht in der Verteidigung hätten landen dürfen. Weil man darf halt auch nicht vergessen, der Ablauf ist ja normalerweise so, es passiert etwas, es wird ein Bericht angefertigt, Wenn man dann feststellt, dass das auf jeden Fall für die Staatsanwaltschaft ist, würde die Staatsanwaltschaft dann diese Akte übergeben bekommen und die komplette Klärung liegt dann auch innerhalb der Justiz. Das bedeutet, dass das PD im Endeffekt nur noch ausführende Kraft ist. Entweder in dem Sinne, dass eben angedacht ist, die Ermittlungen weiterzuführen, also dass sie zum Beispiel von uns einen Auftrag bekommen, bestimmte Sachen nochmal zu prüfen, weil sie eben die Möglichkeiten haben. Ich geh mal runter. Ach, don't go. Genau. Aber auf der anderen Seite, was die Strafmaßfindung angeht, das obliegt dann eben komplett der Staatsanwaltschaft. In Zusammenarbeit mit der Anwaltschaft, also hier ist es dann nicht so, dass was vorgegeben wird und dann muss das Ganze genauso umgesetzt werden, sondern es endet meistens darin, dass es eine Diskussion gibt, man abwägt und am Ende einen Kompromiss findet. Der eine oder andere würde sagen, ist so ein bisschen wie auf dem türkischen Basar. Ich sage dann eher, dass man hier das Ganze einfach in Verhältnismäßigkeit setzen muss und am Ende ein Gerichtesurteil spricht. Und wenn das alles aber nicht funktioniert, dann geht das Ganze vor Gericht. Deswegen können sich manche Fälle eben auch ewig lang ziehen, gerade wenn zum Beispiel Kollegen vom PD, die die Ermittlungen durchgeführt haben, nicht greifbar sind oder wenn die Tatverdächtigen, also die TVs, nicht greifbar sind oder auch die Mitarbeiter des DOJs einfach aus bestimmten Gründen nicht greifbar sind. Dann kann das schon mal passieren, dass es Fälle gibt, die gegebenenfalls mal zwei oder drei Wochen dauern. Grundsätzlich haben wir aber Bearbeitungsfristen. Das heißt, wenn wir einen Fall haben, wo nur zwischen dem Angeklagten und dem PD eine Verhandlung stattfindet, weil kein Anwalt eingeschalten wird, haben wir eine Bearbeitungszeit von zehn Tagen. Wenn es eine Anwaltschaft gibt, dann 15 Tage und das Ganze kann theoretisch auf 20 Tage verlängert werden, wenn zum Beispiel innerhalb dieser 15 Tage neue Ermittlungsstände noch aufgetaucht sind. Also neue Zeugenaussagen, neue Beweismittel, die aufgetaucht sind, aber noch geprüft werden müssen. Das Einzige, wo das außer Kraft gesetzt wird, ist entweder die Person wird, also der Tatverdächtige muss zur Fahndung ausgeschrieben werden, weil er untergetaucht ist. Oder wenn eine Gerichtsverhandlung ansteht, dann wird diese Frist auch ausgesetzt. Aber ansonsten sind das so die Bearbeitungsfristen, die wir haben, die wir leider viel zu oft reißen. Okay. Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Informationen. Es tut mir sehr leid. Alles gut, alles gut. Also ich glaube, Lucile hat das Ganze ja auch schon mal gehört. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte das einfach so auf Tonband aufnehmen und dann abspielen. Hin und wieder wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Hast du ansonsten erstmal Fragen? Ach, nee. Okay. Aber alles gut. Ich laufe jetzt erstmal mit und gucke mir das Ganze mal an. Genau, perfekt. Super. Lucile, ich habe eben nochmal ganz kurz eine Frage an dich. Unter vier Augen. Ach so. Ja, ich gehe mal nach unten. Okay, dankeschön. Jo. Ja. Die Brüder dicht waren vorhin hier. Er hat mit Outfit schon gesagt, da ist schon einen Termin ausgemacht. Ah, okay, perfekt. Alles gut. Okay, perfekt. Morgen geklärt. Mhm. Die Manne und Daki, ähm, Manne Daki Mirsache, die geht jetzt die nächste Runde erstmal. Da habe ich mir jetzt auch einen Anwalt zur Seite gezogen. Mhm. Ja. Ähm, macht das Eddie, Alonso oder jemand Externes? Externes. Danny? Ja. Ha, wusste ich es doch. Weil ich ihn als Einzelnen noch kenne. Ja, ach, ähm, ja gut, Matthew ist, glaube ich, zur Zeit relativ wenig im Staat. Ob, äh, Leia wirklich noch aktiv als Anwältin arbeitet, weiß ich gar nicht. Sie dürfte, aber ob sie es tut, weiß ich nicht. Oh, alles gut. Mhm. Gibt Danny schon hin? Ja, doch, ich glaube schon. Also Danny hat auch lang genug mit, äh, Manne und Daki zusammengearbeitet, dass er weiß, was er da tut. Und, äh, gerade in der Verteidigung dann auch weiß, worauf er achten muss. Ja. Okay. Alles, äh, alles die Wege ab morgen. Ja, perfekt. Ähm. Ähm, ah, Mist, ich wollte Günter eigentlich noch, ach, ich wollte ihm eigentlich noch eine Info geben, weil Alonso hatte eine ganz tolle Aufgabe für ihn. Er könnte ja mit Protokoll schreiben. Äh, die Frage ist, wie sieht das bei dir denn aktuell so zeitlich aus? Könntest du bei dem Protokoll auch noch mithelfen? Äh, gerade zeitlich sieht es da schlecht aus. Okay, gut. Hatte ich mir nämlich schon gedacht, du hattest ja was angedeutet. Ich versuche, äh, jeden Tag hier in die Stadt zu reisen. Mhm. Und ich habe nicht jeden Tag, äh, Zeit dafür wieder zurückzureißen. Okay. Ja, nee, äh, alles gut, alles gut. Also es ist halt auch super zeitaufwendig, ne? Ähm. Ähm, aber ich bin ja wenigstens froh, dass wir das Videomaterial von vorgestern nutzen dürfen, um das Protokoll dahingehend eben zu schreiben, was das angeht und kein Gedächtnisprotokoll machen müssen. Oh, ich muss mal was. Ja, alles gut. Ähm. Ja, ein Mann hier hat uns da eben zu getippt. Ah. Jetzt sind sie, jetzt ist es von Prügel. Hm. Kleiner Tipp von meiner Seite, so als ehemalige Strafverteidigerin, gerade wenn du mit jemandem in einem, ich sag mal, in einem Fall auf gegnerischen Seiten stehst, lass das über deinen Anwalt laufen. Die komplette Kommunikation. Ja, alles gut. Hm. War auch nicht akkibel, dass der Beut nur wegen der Freundschaft guckt. Wegen der Freundschaft? Ja, aber anscheinend ist die Freundschaft mir egal mit denen. Ah. Zieht der das gerade auf die persönliche Ebene? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Boah. Also, Entschuldigung, äh, das hast du jetzt ganz privat von Gabby gesprochen. Wenn er das auf die persönliche Ebene zieht, ist das alles, aber bestimmt nicht professionell. Wie viele Freundschaften ich schon hätte kündigen müssen. Oh Mann. Ne, ich, tatsächlich bin ich noch mit denen Freundschaft, so ist es nicht, aber jetzt gerade halt nicht einfach fern, weil ich einfach das hier kommen ja, ah, ich kann heute nicht sprechen. Hm. Weil ich einfach nicht so arg viel reden möchte. Mhm. Weil halt gerade dieser offene Fall ist. Mhm. Oh Mann. Halt, schwierig, ne? Aber, ähm, ich, ja, ich hoffe ja, dass wir das jetzt übers Wochenende die Fälle abgeschlossen bekommen, weil die liegen halt auch schon relativ lange. Jetzt durch den Mordfall haben wir halt super viel Zeit auch verloren, was das angeht, aber da müssen wir echt mal hinterher sein. Ja, gut. Ja, das ist jetzt auch mit Jäger dran, dass die geschlossen werden dann. Mhm. Ja, macht ja auch Sinn. Gut. Dann, äh... Jetzt sollte ich endlich mal ein Ulti suchen. Ja. Ja, irgendwo wird er schon sein. Ja, es ist schwer zu finden, ist alles. Ähm, nö. Äh, eigentlich nicht. Wie sollte man so eine Pokifahne drüber halten? Äh, so ein, so ein, so ein Regenschirm. Äh, ja. Ja, das findet man noch leichter. Hm. 1 Uhr Tweet. Hm. Was sollt los sein? Was sollt los sein? Du, du wolltest mit mir reden. Ich weiß mich mehr, wo du warst. Was? Ah, ich ließ mich gerade an einen Fall enden. Was ist denn da los? Ich brauche hier mal Hilfe. Oh Gott. Ah nee, ist das gut, der steht wieder hoch. Ähm, Happy? Äh, ja? Meine Stempelkarte ist voll. Ich muss nur wieder. Ja, da machen wir Auszahlung. Ja, bitte. Ja. Boah, ich glaube, wir müssen erst mal setzen. Äh. Alles gut, Köln? Bei mir, ja. Ich muss, glaube ich, mal ein Stück. Sie sehen beide nicht so gut aus. Nee. Also du nicht und sie auch nicht. Das ist das, wo ein Haar gesaust ist. Boah, Klieb voll gemacht. Boah, wirklich nicht. Echt nicht. Also ich sie aber gerade mal schief gelaufen. Äh. Okay, ich nehme das einfach mal so hin. Wir trinken sie mal was. Ist doch ein bisschen. Ich hätte noch eine Salbe. Nein, alles ist gut. Schokoriegel? Ibuprofen? Was brauchen sie? Könntest du eben mal doch einen Schritt beiseite kommen? Wie kommt das zu? Okay. Und, Fitt, ich glaube, wir gehen mal auf die andere Seite für die Auszahlung. Wie gesagt, hast du den gewünscht, dass du eine Ausbildungstelle gekriegt hast? Okay. Was haben die gemacht? Keine Ahnung, ich war gerade in der Akte vertieft. Ja, ich war auch irgendwie gerade ein bisschen abgelenkt. Ich meine, äh, solange sie hier nicht von der Treppe runterfallen wie viele andere. Mhm. Mhm. Äh, schwierig, schwierig. Ähm, und viel. Ach, Gottchen. Ja, die ist wirklich voll. Ja. Äh, 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 äh. Spaß. Oh, Mann. Oh, Frau Hell, bitte. Das war jetzt nicht so... Alles gut. Da kommt zwei Zwillinge rein. Ich habe keinen Alkohol, nichts getrunken. Hilfe. Äh, hab ich Alkohol für mich? Äh, äh... Das ist so toppelte Lottchen. Was hat der Typ denn da gerade gemacht? Wie hat ich jetzt so die Schutzfrauen eropfert? Was hat der Typ denn da gerade gemacht? Ja. Einmal... Oh, es fehlt. Danke. Bitteschön. Denk dran, einzahlen. So, wer wird zuerst. Ich kenne die Tattoos. Ich kenne die Tattoos. Ähm, falsche Reihenfolge, aber ja. Hallo Lani, hallo Leia. Ich bin hier. Ich muss es wer, wer. Wenn sie reden würden... Äh, relativ einfach. Der mit dem Armband ist Leia. Genau. Ja, nee, das ist Lani. Der mit dem Armband ist Lani. Ist das schlimm, wenn ich beide am Po unterscheiden kann? Ja. Ja, das ist schlimm, Oldfield. Wir haben nicht Donnerstag. Es ist nicht Donnerstag, es ist Freitag. Was ist denn Donnerstag? Äh, wir hatten mal einen Kollegen... Ja, wir hatten mal einen Kollegen, der hat den sexuellen Belästigungsdonnerstag eingeführt. Es ist mir egal, wer jetzt wie... Hallo. Oh nein. Ich bin jetzt ja für die Zwarze auch wieder. Hallo Herr Müller. Na, nach unten. Ja, es ist doch unten. Kurze Frage, informativ. Wir haben ein Auto, was zwar nicht widerrechtlich geparkt ist, aber einer Person gehört, die strafrechtlich, wenn Erscheinung in den letzten Tagen oder generell in der letzten Zeit gekommen ist, dürfen wir dieses Fahrzeug dann abschleppen oder darf es aufgrund dessen, dass es ja nicht den fließenden Verkehr beeinträchtigt, stehen lassen? Die Frage ist, warum wollt ihr das Fahrzeug abschleppen? Nur weil es dem, äh, einem, äh, einer Person gehört, die, äh, in Erscheinung getreten ist? Ähm, zum anderen, ähm, wurde hier vor kurzem, also vor nicht mal fünf Minuten ein Einbruch gemeldet und das Auto steht genau eine, eine Straße tiefer. Ähm, also haben wir einen hinreichenden Tatverdacht? Ja, wir haben zwar keine Person dazu gefunden, aber das Auto steht genau unter dem. Es könnte also ein Beweismittel sein? Theoretisch, ja. Dann, äh, das genauso hinterlegen innerhalb des Einsatzberichtes, beziehungsweise der Strafanzeige gegen aktuell ja wahrscheinlich erstmal unbekannt. Genau. Und dann darf das, äh, Fahrzeug natürlich abgeschleppt werden, wenn es eben in Verbindung mit einer Straftat steht. Ja, das wissen wir halt nicht, aber es steht halt direkt, äh, eine Straße drunter unter dem, wo uns ein Einbruch gemeldet wurde. Ja, ist das denn, äh, irgendwie damit in Verbindung zu bringen? Also haben wir wirklich nicht nur einen Anfangsverdacht, sondern einen hinreichenden Tatverdacht? Definitiv noch nicht. Okay, dann wird das auch nicht funktionieren mit dem Abschleppen, da würdet ihr euch in Teufels Küche bringen. Gut, dann lassen wir uns. Okay, nein, also nicht, nicht abschleppen, außer ihr könntet dieses Fahrzeug, äh, ihr könntet dieses Fahrzeug irgendwie mit dieser Straftat in Verbindung bringen. Hier gibt's aber Kekse. Okay, nee, dann lassen wir den stehen, Gabby, und dann machen wir da nichts weiter. Okay. Das soll ich jetzt nicht machen. Alles klar. Ja, ansonsten, äh, wenn ihr eh den Einsatzbericht macht, dann könnt ihr das Fahrzeug ja trotzdem als Beobachtung mit aufnehmen. Ich sag dir das später. Mhm, gut. Okay. Ja, sehr gerne, tschüss. Ciao, ciao. Ich gucke doch nicht, dass du hier Kekse verstecken kannst, die unser Spürhund Eddie nicht findet. Doch, meine hat er nicht gefunden. Ah! Also letztens waren da noch welche, aber ich hab sie aufgegessen. Ja, ähm, ja, eigentlich wollten wir nur ein bisschen, wir wollten euren Alltag ein bisschen auflockern. Habt ihr geschafft. Ja, gerne. Kein Geschicht. Ja, dafür kommen wir vorbei. Ja. Ja. Und wir wissen jetzt auch, woran Oldfield festmacht, wer wer ist. Ja. Ja. Wieder was gelernt. Ja. 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 Oh Mann. Da müssen wir jetzt nämlich auch von jeder Seite eine hängen. Oh wow. Links und rechts, ne? Die werden einen eintreten. Gleichzeitig. Ich würde ihn wahrscheinlich sehr schmal wirken lassen. Das kann sein. Wie der Bus bei Harry Potter. Aber nein. Ja, genau. Wir fahren eine Ritte. Ja, das lässt sich alles einrichten, ne? Oh. Warum startet da schon wieder ein Heli? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das war wahrscheinlich, weil sie wieder irgendwo eine 1021 haben. Eventuell haben wir auch eben eine PD-Karre ein bisschen verstört. Oh. Verstört, nicht zerstört. Ja, zerstört. Sehr schön. Wir sind da vorne aus dem Auto ausgestiegen und sind halt hier hochgestiefelt. Und dann habe ich die PD-Karre einfach angehalten und habe, glaube ich, erst mal so gefühlt 25 Sekunden geguckt. Sie ist einfach weitergefahren. Stopp. Verrückt, gucken, gucken, gucken und weitergefahren. Und langsam weiter. Ich kam heute in PD-Fahrzeugen von meiner Fahrspur entgegen. Da habe ich wo erst mal geguckt. Ja, das ist dann auch passiert. Die haben ihn in Per Vito fast aus dem Leben geschossen. Oh Mann. Das ist alles nicht so schlimm, wenn du den Not Rockford Drive hochfährst, weil du irgendwie denkst, boah geil, ne? Ist spät, ich fahre nach Hause. Und dann kommt dir von rechts Kings Camacho entgegen. Und du haust in die Eisen, als würdest du einen Anker werfen wollen, obwohl du eigentlich Vorfahrt hast. Aber genau weißt, wenn King da fährt, dann fährt der einfach. Ohne Witz, ich habe immer noch ein mega schlechtes Gewissen wegen gestern. Das war ja mein zweiter Gedanke gewesen, weil die waren zwar mit der großen Geländekiste unterwegs, aber ich mit dem 6x6. Wir wissen, was letztens mit dem Granger passiert ist. Ja, war nicht so gut für den Granger. Nein, ich habe gestern das Auto, den Camacho von Herrn King, einfach unten in die Tiefgarage gestellt. Und als ich den aber gestartet habe, ist hinten alles kaputt gegangen. Das war mir so mega unangenehm. Warum fährst du Kings Auto? Weil das unten in die Tiefgarage musste. Ah, okay. Und glaubt mir, ein Camacho fährt sich da echt bescheiden unten rein. Das fährt sich richtig beschissen, weil ohne Scheiß, diese ganze Tiefgarage war einfach übelst vollgeparkt. Ja, und wenn du mit dem Ding an einem Auto hängst, läppst du es mir ab. Ist dieses Auto dann auch so smart? Ist dieses Auto dann auch so smart? Ich bin über King und seine Autos zu quatschen. Muss der so allgegenwärtig sein? Muss das, tut es Note? Jetzt eine ernst gemeine Frage. Tut es Note? Tut es Note ist das so lauter. Tut es Note. So, wir fahren wieder hellig. Ja, genau. Schönen Abend noch. Es tut mir leid, dass wir deine neuen Mitarbeiter verstört haben, Gabby. Das war so nicht geplant. Wir wussten nicht, dass er hier ist. Sorry, Gunny, sorry Gunny. Nimm das Sniffelstick mit. Ja, ja, das Sniffelstick, ja. Das Sniffelstick. Das ist not good. Ja, vor Ort geht nicht noch mehr Werner mitzumachen. Tschüss. Ach ja, gerade eben der Telefonanruf. Sehr interessant. Sie haben ein Fahrzeug gefunden in der Nähe von einem Autodiebstahl, was einfach nur, oder ein Hauseinbruch. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hieß es, dürfen wir das abschleppen. Ich habe dann erst mal verneint, weil dieses Fahrzeug einfach nicht direkt mit diesem Fall zusammengebracht werden kann. Genau, die habe ich auch verneint. Ich meine, ich kann doch nicht einfach alles abschleppen. Der steht sogar ganz normal, nicht mal im Parkverbot. Der ist ganz normal abgestellt. Warum wollen Sie den dann abschleppen? Ja, das habe ich dann auch gefragt, weil es einen Anfangsverdacht gibt, dass dieses Fahrzeug mit diesem Hauseinbruch zusammenhängt. Aber ein Anfangsverdacht reicht nicht aus. Wir brauchen hier einen hinreichenden Tatverdacht. Aber der existiert nicht. Aha. Was die Unterschiede ist, weißt du? Ja. Okay. Es ist ein Verdacht, dass er vielleicht damit zu tun hat, aber sicher sind sie sich nicht, weil keine weiteren Beweise vorliegen, weil man nichts gesehen hat. Aha. Richtig. Genau. Und je höher die Wahrscheinlichkeit, desto eher kann man da halt dann auch agieren. Ich habe gesagt, die sollen es einfach in den Einsatzbericht mit reinschreiben. Besonders man konnte irgendwie auch nicht feststellen, wem das Auto jetzt, auf wen das zugelassen ist, das ist schon wieder eine ganz komische Geschichte. Auf wenige. Also wirklich. Ja. Ich habe genau ein Beweismittel bisher auf der Beweismittelliste. Zu mir bin ich heute einfach nicht gekommen. Ach so, ja. Du warst ja vorhin kurz weg. Ja. Ich hätte noch was. Ich hätte noch einen Zeugen. Darf ich kurz auf Klo? Ja, natürlich. Wo ist denn dort? Und zwar... Hier die linke Tür. Da hinten die letzte rechte Tür. Die dunkel umrandet ist. Ja, oh, danke. Genau. Wen hast du denn noch als Zeugen? Den Herrn Glenn Sizer. Okay. Anonym oder offen? Anonym. Ich will alle Zeugen anonym halten. Okay. Was ich jetzt gut. Weil auch die Cops haben irgendwann mal ein Privatleben und da sollen die auch... Ja, natürlich. Sicher durchlocken können. Anonym. Dann machen wir das genauso. Ich habe das jetzt mit der Anwaltschaft auch schon besprochen. Die sind damit komplett konform. Der Ivan Janssen geht aktuell doch davon aus, dass er bei der Verhandlung dabei sein kann. Heißt, er würde dann auch vor Gericht aussagen. Sofern sich da aber nochmal was ändert, würden wir das dann ähnlich handhaben, sprich eine neutrale Person, Staatsanwaltschaft, Anwaltschaft und dann wird die Befragung vorher durchgeführt und protokolliert. Genau. Genau, bei den anderen Zeugen, ich würde das ungern aktuell in die Aktenfreigabe reintun, einfach weil dann die Anonymisierung für Lulu ist. Ja, 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 ja. Aber ich bräuchte einmal die Geschichte, welcher Zeuge, also welche Zeugennummer, welche Person ist. Hm. Die Sache ist jetzt auch die, die geschwärzten Aussagen, die können wir nicht verwerten. Geschwärzten Aussagen? Genau, also ich meine Zeuge 2, Zeuge 3, Zeuge 4, die Sachen sind aus ermittlungstechnischen Gründen geschwärzt. Die müssten halt entschwärzt werden oder können halt nicht vor Gericht verwendet werden. Das sind ja die, die ich dann einmal rumgegeben habe. Genau, aber dadurch, dass die Anwaltschaft diese Informationen halt nicht hat, also die Verteidigung, was da jetzt, klar, aus ermittlungstechnischen Gründen, alles okay. Die Problematik ist jetzt halt nur, wenn die nicht entschwärzt werden und der Verteidigung zur Verfügung gestellt werden, können wir die Sachen nicht verwenden. Haben sie ja. Die haben sie ja direkt beim Prozess bekommen. Ach so, okay. Ja, ja. Deswegen sagte ich ja gestern, ist jetzt ein bisschen doof, dass die die kompletten Aussagen quasi haben und sich da halt dementsprechend vorbeuten. Ja, gut. Dann müssten wir das einmal nochmal da, oder ja, das kann glaube ich aktuell nur ich machen, weil ich die Einzige bin, die das Dokument bearbeiten kann. Dann müsste ich da nochmal die Aussagen so reintun, also ungeschwärzt. Ja. Das war dieses eine Dokument, was du mir zugesendet hattest, ne? Genau, genau. Ah, okay, gut, dann weiß ich da Bescheid. Ich habe nur ein Problem, mein Hauptzeuge, der überlegt halt nach wie vor Bandschwanz entzieht oder nicht. Ja, ich hatte vorhin auch ein langes Gespräch mit dem PD, unter anderem mit dem Herrn Folos und Frau Folos, weil Herr King war ja da. Hatte erst mit mir und mit Alonso gesprochen. Ich bin ganz ehrlich, hallo Eddy. Hallöle. Äh, Eddy, Günther, Günther, Eddy. Hallo. Hallo. Unser neuer Auszubildender. Herzlich willkommen auf der dunklen Seite, der macht. Wieso, er will in die Staatsanwaltschaft. Ja, ist ja die dunkle Seite. Ach komm, aber die dunkle Seite hat Kekse. So. Naja, das Problem ist halt, dass wir halt massive Sicherheitsbedingungen haben. Ja, natürlich, natürlich. Also deswegen, ich hatte, wie schon gesagt, ich hatte einmal jetzt mit Dagi telefoniert und hatte sie mal gefragt, wie sie das so sieht, aus Verteidigersicht, wenn wir eben gerade bei den Zeugen, die halt bei dem Termin nicht dabei sein können, diese Sachen eben vorziehen. Das heißt, ich oder gegebenenfalls, wenn es sogar schon möglich ist, der externe Richter würden bei der Befragung dabei sein, du als Staatsanwaltschaft und Dagi beziehungsweise Manne von der Verteidigerseite. Dann würde die Befragung von den Zeugen, die anonym bleiben, im PD, unten im Verhörraum stattfinden, weil wir ja auch den Verdacht haben, dass sie eben Informationen, die unter Verschluss sind und eigentlich unter anwaltlicher Schweigepflicht auch ihren Mandanten gegenüber eben aus Zeugenschutzgründen weitergegeben haben. Also der Verdacht besteht einfach, dass wir hier eben sagen, okay, dass wir die Zeugen hinter die Scheibe stellen, sodass man von dem Verhörzimmer nicht sehen kann, wer das ist, aber alle Fragen beantwortet werden können. Aber es hat der Hauptzeug halt ein Problem, weil der halt länger mit denen zu tun hatte, dass die halt trotzdem den Namen raushauen bei den Mandanten. Das ist halt das große Problem. Auf Grundlage der Stimme oder was? Sind die in irgendeinem familiären Verhältnis oder? Nee, nee. Ja, aber ganz ehrlich, dann sind das Mutmaßungen. Dann kreiden die jemanden an und bringen den einfach in höchste Gefahr auf Grundlage einer Vermutung. Das ist gemeingefährlich. Das muss denen auch bewusst sein. Nee, das ist denen eben nicht bewusst. Das ist ja ein großes Problem. Ja, also. Guten Abend. Also was das angeht, genau, Alonso, du warst ja vorhin auch dabei, als der Herr King hier war und eben so ein bisschen Druck ausgeübt hat, was diesen ganzen Fall und auch die Akten angeht. Also, ich habe jetzt gerade mit Oldfield schon gesprochen. Ich werde in die Aktenfreigabe die geschwärzten Zeugenaussagen, die ja aktuell nicht drin sind, reinsetzen. Deswegen haben wir ja auch noch die Möglichkeit, bis zum 17. hier eben die Sachen auch zu hinterlegen. Die jeweiligen Zeugen werden eben unten im PD, im Verhörraum, vernommen von der Anwaltschaft, der Staatsanwaltschaft und einer neutralen Person, entweder mir oder dem externen Richter, je nachdem, was machbar ist. Und damit hat sich Dagi auch einverstanden erklärt. Es kann sein, dass der Herr Janssen, der ja von der Verteidigerseite noch als Zeuge aufgerufen worden ist und beim letzten Termin nicht da war, dass der auch bei dem nächsten Termin nicht da ist. Da habe ich ihr den Vorschlag gemacht, das genauso zu handhaben. Allerdings ist der Herr Janssen halt nicht in dem Sinne eher anonym, weil ansonsten wäre das schon komisch gewesen, dass sie uns jetzt den Namen genannt hat und dann will sie den anonym halten, wäre irgendwie merkwürdig. Aber sei es drum. Auf jeden Fall würden wir das dann ähnlich handhaben, wenn er den anderen Termin nicht einhalten kann. Und das würde ich auch bei allen anderen Zeugen so machen, dass wir da eben die Vernehmung vorziehen und das eben so runterprotokollieren, wie wir das jetzt auch mit dem ersten Verhandlungstag machen. Genau. Günther. Ja. Frage. Wie sieht so deine Bereitschaft aus, Homeoffice zu machen? Ja, auch nicht. Wir haben nämlich aktuell einen sehr großen Fall, der vor Gericht ist. Und wir hatten jetzt vor ein paar Tagen den ersten Verhandlungstag. Von dem Verhandlungstag gibt es Videomaterial, was wir aktuell noch dokumentieren müssen in Form von einem 1 zu 1 Protokoll. Da sind einige Zeugen vernommen worden, die Angeklagten, die an dem Tag da waren, sind vernommen worden. Und wir sind gerade dabei, eben das Protokoll so weit fertig zu kriegen, dass wir das dann zum einen an die Verteidigung weitergeben können, damit die damit eben auch ihre Grundlage haben. Und das Ganze dann eben auch an die beiden Angeklagten weitergeben können, die halt nicht anwesend sein konnten. Aus welchen Gründen auch immer. Der Herr Schiller hatte mich übrigens angerufen. Der wird nächsten Freitag etwas später kommen können. Er wird aber auf jeden Fall eben zu der Verhandlung noch auftauchen. Ich habe gesagt, das ist gar kein Problem. Er hat sich ja früh genug gemeldet. Und dann würden wir die Vernehmung von ihm, so würde ich das dann auch der neuen Richterschaft vorschlagen, einfach dann machen, sobald er da ist. Genau. Wie sieht das denn aus? Würdest du dich bereit erklären, vielleicht auch eine Zeugenaussage vor Gericht anhand des Videomaterials runter zu dokumentieren? Oder traust du dir das noch nicht zu? Ich würde es mir noch nicht zutrauen, nein. Okay. Gut. Dann machen wir das erstmal. Das hat leider auch mehrere Gründe, wenn sie, ja, also noch nicht so. Okay. Also alles gut. Alles gut. Muss auch nicht weiter ausgeführt werden. Ich meine, für den ersten Tag wäre das vielleicht auch eine etwas sehr große Aufgabe. Wollte gerade sagen. Der arme G-Trick wieder. Was? Tja, Eddie. Entschuldigung, ich wollte wenigstens gefragt haben. Ich glaube, Eddie hat gerade nochmal eine Aussage gewonnen. Ja. Du machst die noch von Rainer Wald. So. Müssen wir bei einem Zeugen von der... Obwohl, nee, Eddie hat schon viel. Lass das... Ja, ich mach das selber. Können wir den, die schon ausgesagt haben, tatsächlich nochmal laden? Ja, das ist ja nicht das Problem. Also das, ähm, dafür ist es ja da, dass wir eben hier sagen, okay, ähm, bis zum 17. Hinten haben wir ja die Möglichkeit, ähm, genau. Also du hast jetzt gesagt, äh, da, dass du auf jeden Fall Salsa nochmal vorladen möchtest, beziehungsweise eben unter diesen anonymen, äh, Geschichten. Wie schon gesagt, die Anwaltschaft hat sich damit bereit erklärt, dass, äh, das für sie in Ordnung ist. Dann werden wir das auch genauso machen. Ähm, das würde ich dann ab Montag eben gucken, wie das zeitlich immer aussieht, dass wir das dann vielleicht auch, äh, so zwischenschieben. Hm. Nee, den Herrn Jansen müsste ich mir nochmal laden. Hm. Ja, der, der ist ja sowieso noch offen. Hm. Äh, nicht Jansen, sorry. Äh, sonst. Ach so. Äh, ja, dann kriegt der nochmal eine Vorladung. Am Montag, äh, ist ja sozusagen die Beweismittelliste erstmal vollständig. Hm. Da wird dann auch nichts mehr dran gerüttelt, also bis Sonntag müssen die Sachen eingegangen sein, dann werde ich die am Montag fertig haben und dann gehen die Vorladungen an die Zeugen raus. Und wenn da noch Fragen sind an den Herrn Jones, dann, äh, muss ja nochmal vorgeladen werden. Ähm, dazu, ich mache ja das Protokoll von dem Herrn Jones. Mhm. Ähm, soll ich das jetzt dann sein lassen, wenn er eh nochmal oder so trotzdem freut? Nee, 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 nee. Nee, ist ja wahrscheinlich zusätzlich. Okay, also dann schreibe ich das. Ja. Oder, ich weiß nicht, vielleicht tauscht dir das, dass, äh, Oldfield vielleicht zwischen den Zeilen oder so ist da schon was rausgekommen, ähm, was er jetzt nicht mehr im Kopf hatte oder so. Äh, dass ihr euch da vielleicht eine Aussage einmal austauscht, dass Oldfield die von Jones aufnimmt ins Protokoll. Ja, ist mir egal. Ich habe bisher noch Frust fertig. Das war, äh, wo ich dann nochmal die, äh, wo du ihn schon entlassen hattest, dass ich dann nochmal, äh, eine Frage hatte und, äh, der dann gesagt hat, nee, ich bin ja schon entlassen. Ja, ich habe schon gesagt, ich habe einige Fehler gemacht. Nee, alles gut, alles gut. Nein, das ist nicht. Ja, das war ja im Moment sein Recht gewesen, alles gut, wie gesagt, deswegen müsste ich mir aber nochmal vorladen. Mhm. Ja, das ist ja, äh, also wie schon gesagt, die, die Zeugen, die halt vorgeladen werden, äh, beziehungsweise eben auch teilweise vorher vernommen werden, einfach aus sicherheitstechnischen Gründen, ähm, das ist ja alles in Ordnung. Ähm. Nee, geht ja auch darum, weil ja von Seiten der Angeklagten und der Zeugen, äh, gesagt wurde, dass, äh, das beim PD beeinträchtigt wurde, der Fahrzeugdiebstahl und ich ja mittlerweile neue Ermittlungserkenntnisse habe. Okay. Die ich halt gerne nochmal mit ihm besprechen würde. Äh, ja klar. Ähm, wenn es da aber zu dem Fall noch was gibt, das müsste dann auch einmal eben in die Beweismitte mit aufgenommen werden, ne? Ja, ja, klar. Mhm. Okay. Genau, also Dagi wollte mir, äh, innerhalb der nächsten ein, zwei Tage, also heute hat sie es nicht mehr geschafft, aber morgen spätestens übermorgen noch die Interaktion. Infos zusenden, welche Sachen jetzt rüberkommen. Das war auch sehr merkwürdig. Sie hatte mich irgendwie angerufen und da meinte ich, ja, aber denk dran, äh, Sonntag ist halt, ja, ich sag jetzt mal Einsendeschluss. Mhm, das ist leider nicht. Ähm, und dann meinte sie, ja, ich weiß aber nicht, ob ich das hinkriege bis Sonntag und daraufhin meinte ich nur ja, aber Manne ist ja auch noch da. Also sie muss das ja nicht alles alleine machen. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, er sie da so echt allein auf weiter Flur stehen lässt. Ja gut, aber das soll ja nicht unser Problem sein. Nee, natürlich nicht, aber es tut mir halt so wahnsinnig leid für sie. Ja, überleg mal, was wir gerade für einen Aufwand betreiben, was, was diese ganze Schreiberei angeht. Ich weiß. Die haben auch kein Mitleid mit uns. Nein, ich hab mich ja vorhin angerufen, wie gesagt, er kümmert sich komplett nur um seine Anzeigen. Also ist er eigentlich in dem, in dem anderen Fall gar nicht mehr involviert, oder was? Das weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, dass er sich heute zumindest, äh, nur um seine eigenen Anzeigen kümmert. Ja, das ist super, dass er sich heute damit auseinandersetzt, wo sie schon anderthalb Wochen einfach auf dem Tisch liegen und er davon auch weiß. Ja. Ey, das ist so unfassbar. Ohne Witz. Das ist einfach so. Oh, nein, ich sag dir jetzt nichts zu. Nein, das geht nicht. Oh, oh, Gibby ist sauer. Nein, ich bin nicht sauer. Weiß eigentlich jemand, ob der Officer Mayfield Urlaub hat oder so? Hm, nö, wieso? Also, vorgestern war er noch da, okay. Hm, äh, warum, warte mal. Na, ich wollte auch was gemacht. Ne, der ist nicht im Dienst, ich war gerade schon drüben. Äh. Ne, stimmt, der ist heute nicht da. Ja, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht hat er einfach mal einen Tag frei, sei ihm gegönnt. Hallo, der durfte sich den Ehekrieg zwischen Buddy und mir antun. Der arme Junge, der hat sich auch mal einen Tag frei verdient. Das sagst du so. Ja, sag ich so. Weil Jugendlicher leicht sind. Weil Jugendlicher leicht sind. Nur weil ich unter 30 bin. Das ist gut. Kühl, wie gesagt. Nein, Lucia, du bist jünger als ich, ne? Ja. Siehste? Und Eddie ist auch jünger, das haben wir auch festgestellt. Bei Lucia hat die Eier schon, er hat mal einen Riss bekommen. Wow. Oh, Mann. Ja gut, ähm, ich schaue, dass ich meine beiden Aussagen, also meine beiden Vernehmungen von der Gerichtsverhandlung, ähm, morgen fertig kriege. Und dass ich die Beweismittelliste anhand einmal der Aktenfreigabe und, äh, anhand der Aussagen vor Gericht halt dann auch soweit fertig kriege, dass wir da im Endeffekt nur noch die neuen Sachen eintragen müssen. Ähm, muss das Protokoll auch bis Sonntag fertig sein? Wäre gut, wenn wir das Montag mit der Beweismittelliste zusammen verschicken könnten. Also, ich sag mal so, wir müssen halt auch bedenken, die Sache ist ja am Freitag. Ein bisschen Zeit, hm? Ich habe auch keine Borge, wenn das in ihm ist. Ja, natürlich, immer. Ähm, ich hörte jetzt gerade nur so, äh, so zu und, äh, so und, äh, da hörte ich, dass Zeugen hier, ähm, 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 nicht erkannt werden dürfen. Ja, aus, aus Schutz quasi, weil es wird ja gegen eine, ähm... Ähm, also, weswegen, also, ich kenne den King ja nicht, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Ja, ähm, sagen wir mal so, es, äh, handelt sich hierbei um einen Fall, ich, ich weiß nicht, inwiefern du da vielleicht über den, ich nenne es mal nicht Flurfunk, sondern Stadtfunk vielleicht was mitbekommen hast. Es gab vor einigen Wochen einen, äh, anscheinenden Mord, ähm, und die vier Angeklagten sind bekanntermaßen Mitglieder der Gruppierung Hanna Royal, unter anderem der Herr King und drei weitere, die hier angeklagt sind, ähm, des Mordes. Teilweise, weil sie ihn selber durchgeführt haben, teilweise, weil sie ihn unterstützt haben und dadurch dann, äh, der Mittäterschaft in diesem Fall angeklagt werden. Paragraph 13 und 14 der Strafprozessordnung. Genau. Ähm, dadurch, dass, ähm, diese, diese Gruppierung, sie, sie, ich sag mal so, sie hat keinen Status in dem Sinne, dass wir sie als potenziell gefährliche Personen eingeordnet hätten, das nicht, aber wir wissen halt, dass diese Gruppierung relativ aggressiv vorgeht und dass diese Gruppierung nicht nur einmal auch gegenüber Staatsbeamten zum Beispiel, äh, relativ aggressiv ist. Es gab schon häufiger, äh, Zwischenfälle, die uns dazu bewegt haben, gerade die Zeugen, die hier wichtige Informationen haben, äh, was diesen Mordfall angeht, zu schützen. Weil es einfach unverantwortlich wäre, sie hier sozusagen in die freie Schussbahn zu laufen zu lassen. Das ist allerdings immer so. Also es ist nicht nur bei der Organisation. Nein, es ist auch bei anderen Organisationen so. Verstehe ich wohl, aber ich hab ja vorhin erzählt, dass ich, äh, ja aus dem Ghetto da raus bin, dass da ja aufgewachsen bin und so. Ich hab da mit einigen Verbrechern zu tun und ich weiß so ein kleines bisschen wie die Ticke, ne? Okay. Und, ähm, sowas, wenn, 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 also, um Gottes Willen, ich bin nur auszubilden und hab kaum eine Hand. Ja, alles gut, wir sind für jede Meinung offen. Aber, äh, sowas ich so mitbekommen habe, erhascht man sich von solchen aggressiven Gruppierungen nur den Respekt, wenn man, ich sag mal auf gut Deutsch, ich, 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 klang das mal in, äh, äh, die Ghetto-Sprache, die Eier auf dem Tisch, wenn sie sich Leute so verstecken und sowas, verstärken sie nur davon, dass die Stadt Angst hat vor denen. Und dann, äh, wird das immer weitergehen. Wenn sie aber sagen, jetzt sagen wir Eier und die Zeugen würden Aussagen und den, äh, die, äh, die mutmaßlichen Gruppierungen, die das getan hat, in den Augen schauen und sagen, so und so und so war das und so und so hab ich das mitgekriegt, erlangen sie von solchen Menschen mehr Respekt, als wenn sie sie verstecken. Hm. Wir haben allerdings jetzt, äh, Alles gut. Ich will mich ja nicht einig. Nein, 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 das sind, das sind super wichtige, äh, ja, super wichtige Sichtweisen, die uns teilweise, ich würde nicht sagen, fehlen, aber, ähm, das einfach auch mal auszusprechen, ist super, super wichtig. Also gerne immer. Ähm, die Sache ist jetzt halt allerdings die, ähm, wir haben einige Zeugen, die sind, äh, im PD, wir haben einige Zeugen, die sind hier angestellt und Und, ähm, ja, diese Gruppierung ist halt wirklich aggressiv, äh, den Personen gegenüber. Ich kenne die Organisation so, ich sag mal, auf privater Ebene nicht wirklich. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass, äh, das, was du gerade gesagt hattest, schon stimmt. Die Problematik, die wir allerdings aktuell haben, ist, dass eben so viel, ich, ich würde, ähm, nicht mal nur Respekt, sondern teilweise wirklich auch Angst herrscht, dass die Zeugen keine Aussage tätigen würden, sofern sie eben ihre Anonymität innerhalb dieses Falls aufgeben müssten. Das heißt, wenn wir sagen, okay, ihr müsst, äh, wenn ihr eure Aussage macht, dann müsst ihr das aber so vor Gericht machen und es weiß am Ende jeder, dass ihr diese Aussage gemacht habt, dann hat die Staatsanwaltschaft relativ schlechte Karten. Weil, ich meine, es sind jetzt fünf oder sechs Zeugen, wenn einer davon am Ende aussagt, wäre das schon viel. Einfach weil, weil diese, diese Schwelle, darüber zu gehen, so immens hoch ist, weil eben so viel auch in der Vergangenheit schon passiert ist. Und die Angst einfach da ist, ist das eine Möglichkeit, um wenigstens an die Information und verwertbar an die Information ranzukommen. Das ist das Problem, was ich da halt einfach sehe, ist ja, ähm, es geht ja hier um einen Mord. Das heißt, die Zeugen können eventuell dafür, äh, sorgen, dass diese angeklagten oder mutmaßlichen Mörder, sag ich jetzt einfach mal, äh, für lange Zeit ins Gefängnis müssen. Und nicht nur das. Und da die anscheinend, und da die anscheinend ja vor Mord dann nicht zurückschrecken, ja, glaube ich, ist das der Punkt, wo viele sehr große Angst haben. Ja. Gut, aber so, ja, äh, äh, es ist verzwickt. Solche Gangsmorden nicht ohne Grund. Das sind keine, äh, Mörder, die man so, äh, äh, ich sag mal, ähm. Aus Krimi-Romanen kennt. Ja, das sind, die machen, die, die töten eigentlich nicht. Die, äh, oder morden nicht. Die ermorden nur, wenn es keinen anderen Ausstieg mehr gibt. Nee, sie besetzen Leute gerne unter Strom. Richtig, oder ziehen ihnen Zähne. Mhm. Und lassen andere dabei zugucken. Ja, das ist nicht so geil. Ich denke, also bei, bei den Gruppierungen hier in der Stadt ist schon ein hohes Gewaltpotenzial da. Genau. Also, ähm, ich hatte heute, da hatte ich vorhin, glaube ich, einmal kurz aufgehört. Äh, ich hatte heute mit Alonso zusammen ein Gespräch mit dem Herrn King. Und da ging es halt darum, dass angeblich immer noch nicht alle Informationen, die eben auch für den Fall verwertet werden, weitergegeben worden sind. Was von unserer Seite aber absolut gegeben ist. Einfach dadurch, dass wir wirklich eins zu eins die Ermittlungsakten weitergereicht haben. Das Problem allerdings anscheinend ist, dass die Anwaltschaft so unorganisiert ist, dass sie, ich glaube, wie oft haben sie jetzt angefragt? Viermal? Fünfmal? Dass sie die Akten haben wollen? Und sie haben sie jetzt, glaube ich, insgesamt in drei verschiedenen Formaten von uns schon bekommen. Mhm. Einfach auf der Grundlage, dass sie es nicht hinbekommen haben, sich da selber zu organisieren. Ja. Das nächste ist, ähm, ja, äh, es war relativ wenig Zeit. Die Problematik auf der anderen Seite ist aber auch, dass sie ja irgendwie nie auf uns zugekommen sind. Und irgendwie dann nochmal gesagt haben, ja, hier, das, 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 das fehlt uns noch und das, das, das müssten wir jetzt noch anbringen. Und, äh, im Endeffekt waren wir wirklich die Treiber, was das angeht. Das ist ja auch alles absolut in Ordnung und richtig. Ähm, jetzt versuchen wir natürlich das Ganze irgendwie auf ein Level zu bringen, dass sowohl die Verteidigung mit denselben und wirklich mit den, am besten wirklich, keine Ahnung, wie so ein Vogel vorgekaut und wieder hingespuckten Informationen arbeiten kann, so wie wir das tun. Also, gerade eben in Oldfield in der, in der Staatsanwaltschaft, ich halte mich da jetzt im Endeffekt eigentlich nur noch beratend und unterstützend in dem Fall auf. Mhm. Und, ähm, die, die Sache ist halt jetzt wirklich die, dass wir versuchen, eben denen im Endeffekt die Arbeit noch leichter zu machen. Und, ähm, es ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, weil die haben ihre Ausbildung hier gemacht. Die waren über ein Vierteljahr hier und haben jeden Tag gefühlt mitgearbeitet und die wissen, worauf es ankommt. Deswegen, das ist das, was mich halt so ein bisschen ärgert und wo ich mich frage, ob ich einfach nur eine schlechte Ausbilderin bin. Nö. Ja, aber irgendwie ja doch. Es hat ja auch bei dem einen oder anderen geklappt. Ja, natürlich. Das kann ja nicht ganz so verkehrt gewesen sein, was du gemacht hast. Äh, ja, nein, aber, ähm, deswegen gab es jetzt ja auch nochmal den Aufschub und heute ja genau das Gleiche. Wir rennen denen wieder hinterher und, äh, weisen sie wirklich nochmal darauf hin, dass eben bis zu dem Datum die Sachen eingereicht werden müssen. Wenn da nichts kommt, dann kann das auch von der neuen Richterschaft nicht akzeptiert werden. Und das ist halt das Ding. Auch, dass wir jetzt zum Beispiel das Protokoll noch fertig machen, dass hier eben alle Informationen, ich meine, ähm, sie hätten ja auch anfragen können, ob es ein Protokoll dafür gibt und so. Haben sie alles nicht getan. Das ist alles von uns die Eigeninitiative gewesen. Und hier am Ende, ähm, ja, dann eben solche Sachen, ja, wirklich mit so viel, mit so viel Arbeit zu machen, ist halt super, super schwierig. Das nächste ist halt wirklich diese, diese Geschichte mit den Zeugen, dass wir natürlich als erste Priorität erstmal die Sicherheit der Leute gewährleisten müssen. Und deswegen war jetzt eben der Kompromiss, dass man das Ganze eben vorverlegt mit den, mit den Aussagen und dann halt schaut. Dass das vielleicht für die Zukunft nicht förderlich ist, ja, aber da können wir uns in der Zukunft erstmal drum kümmern, glaube ich. Also wichtig wäre, dass dieser Fall einfach nicht auf Grundlage, dass irgendwelche, Entschuldigung, blöden Fehler, die entweder von mir oder von irgendjemand anderem gemacht werden, halt im Nichts verläuft. Da werden wir einfach auch der verstorbenen Person nicht gerecht und das möchte ich nicht. Also dieser Fall soll, und wenn er abgeschmettert wird, alles in Ordnung, aber nicht auf Grundlage eines Fehlers, der passiert ist. Ja. Es ist halt super schwierig, diese ganze Situation. Das stimmt. Es ist nicht so einfach momentan. Nee, nee, ist es nicht. Ach du Gütiger, wir haben es schon halb zwölf. Ja, ich hab. Oh wow. Wir haben doch gestern erst zweieinhalb Stunden Meeting gehabt. Was machen wir denn den ganzen Tag? So, machen wir denn heute noch ein bisschen Action jetzt? Ähm. Lassen Sie alle ein. Also. Also Flashbacks, das ist unglaublich. Ja. Meinst du, oh nein. Action ist eigentlich meistens schlecht. Also wenn wir Action haben, ist das meistens schlecht. Weil ich dann von Toilette komme und hier auf einmal vermummte Personen sind, die mich einsacken. Oder irgendwelche Anrufe kommen, dass man schnell ins MD müsste seinen Mann abholen. Das ist auch nicht so gut. Was halten wir denn davon, wenn wir mal jetzt rüber zum PD gehen und mal fragen, ob irgendwelche Akten da sind, die wir bearbeiten müssen? Weil ich habe gehört, also ich habe nur gehört, also tun sie mich verbessern. Du hörst eine ganze Menge, kann das sein? Was? Du hörst eine ganze Menge. Ja. Ich war heute Lolo-Schmiede. War ja auch schon. Weil ich hänge meistens am Würfelpark rum. Und dann am MD war ich auch schon mal den ganzen Tag. Da erzählen die Leute, die erzählen immer sehr viel. Und da hört man auch einiges. Und ich habe gehört, der PD ist ein bisschen langsam. Mit den Autos oder mit den Akten? Ich glaube sowohl als auch manchmal. Der war jetzt nicht schlecht. Ja, ich weiß ja nicht. Urdfid, hast du denn noch irgendwie was zu klären drüben? Ja, ich bin noch am Akten durchgucken. Okay. Dann brauchen wir uns da hin durchgucken. Ja, weil ansonsten hätte ich gesagt, nimmst du Lucille und Günther mit? Mhm. Ich würde mich dann einmal oben in meinem Büro kurz verschanzen und die Beweismittelliste für die Verhandlung soweit fertig machen, wie es halt aktuell geht. Und dann kann ich das nämlich schon mal in die Freigabe auch mit reinarbeiten. Unter dem Stand, dass das halt in Arbeit ist. Und ja. Wurde gleich bezahlt und angetreten. Warum wird es ja nicht zugemacht? Weiß ich nicht. Da müssen wir jetzt rübergehen und sagen, da ist einer motiviert. Ich merke. Ich hoffe nur, dass das nicht so in eine Motivationsschaukel gerät, wie bei unserem alten. Das ist nicht so gut ausgegangen. Obwohl, ganz ehrlich, ich bin immer noch fest überzeugt, dass Tom ein wahnsinnig guter Staatsanwalt geworden wäre. Ich glaube das auch. Also er hat ja sehr übermotiviert angefangen, aber hat sich ja dann ja auch ein bisschen gefangen. Ja. Wenn man dann nicht in andere Gebiete reinläuft, aber gut. Ja gut. Dann ist das mit dem Staatsanwalt ganz schnell vorbeizient. Ja. Das war nicht so schlau. Äh, er ist... Er hat ein paar Freunde besucht, anscheinend. Ja, so Freunde, die in einer bestimmten Hood wohnen. Was war... Hood? Mhm. Gangst du da? Ich weiß nicht, kennst du da? Mit College-Jacken? Ja. Die Hauptschüler! Die aktuell so weiße Oversized-T-Shirts tragen, die so ein bisschen was vom Nachthemd haben. Ah. Wo irgendwie Goofy draufsteht. Goofy? Naja, weiß ich nicht. Ähm... Ich glaube, das ist so eine... Ich glaube, das ist so eine... so eine Modemarke. Äh, weiß ich nicht. Äh, ich hab davon einen Pulli, der ist ganz schick. Siehst du? Hm. Wo viel ist so eine Animationsfigur? Ach, du meinst den komischen Hund, der immer so ein bisschen trottelig ist? Ja, genau. Also ich finde, die Verkürzung dazu passt. Du hast sie doch Kinguine genannt. Also wirklich. Oh Mann. Ja. Ach, äh, Alonso, was ist jetzt eigentlich bei dem Blatzfall rausgekommen? Oder bei den Fällen? Sind die jetzt, äh, zugemacht worden? Oder? Ich, äh, warte darauf, dass das Pidi, äh, was tut. Ich werde meine Mandanten sicherlich nicht anweisen, äh... Nein. Äh, äh, ja, da tätig zu werden. Also das Pidi will ja was von einem Mandanten und nicht umgekehrt. Ja, ähm, oh, ich hoffe nur, dass das nicht so lange dauert. Aber im ersten Fall läuft eh die Frist, äh, glaube ich, morgen ab. Also ich hoffe, dass das nicht so lange dauert. Wir müssen dringend mit Miller und Danner sprechen. Ja, es ist halt auch Mayfield, ne? Also... Ja, natürlich. Aber wir müssen dringend mit denen sprechen, dass, ähm, auch wenn das gesetzlich vielleicht anders geregelt ist, aber dass die Staatsanwaltschaft wieder mehr reingeht. Weil wir sehen ja, es funktioniert einfach nicht. Ja, was ich vor allem da ganz schlimm finde, ja, also die Jungs saßen irgendwie insgesamt dreieinhalb Stunden unten in der Zelle, ja, und dann wird so ein Fall noch nicht mal zu Ende geworden. Also das ist... Das ist einfach auch wahnsinnig unfair denen gegenüber. Ja. Weil die haben ja keine andere Chance, da irgendwie wegzukommen oder sonst irgendwas und dann wird die ganze Sache noch nicht mal irgendwie durchgeführt. Ja, da läuft jetzt die Frist ab und dann gehe ich zum Petit und verlange Geld für jede Minute, die da gesessen haben. Ja, jeder Hafteinhalt entspricht 75 Dollar. Das kannst du hochrechnen. Ja, komm, auf ihn. Ja, das läuft erst morgen ab. Läuft morgen ab und geht. Los, fass. Das Problem ist, dass heute keiner da wäre, der auf das PD-Konto Zugriff hat, weil das können nur die Chiefs. Da geht es auch schon wieder los. Ja, das ist halt wirklich ein riesiges Problem, aber was sollen wir machen? Aber wenn ich den Partyalarm, das wir draußen hören, glaube ich nicht mal, dass ich in einer Leitstelle sitze. Warte, ich habe doch Zugriff. Pepp hat Innendienst und Hungerstein hat anscheinend Leitstelle, aber Pepp müsste da sein. Ähm, welchen Fall geht es genau? Weißt du? Dafür kann er doch nichts. Alonso? Bitte? Um welchen Fall geht es genau, der morgen abläuft? Ich würde ja jetzt sagen, guck in die Strafanzeige, weil leider wurde die noch nicht angefertigt. Schön. Ja. Du glaubst du nicht, dass sich da heute noch einer hinsetzt und seine Strafanzeige schreibt? Nee, natürlich nicht. Wenn du das schon so richtig geht, dann ringmach. Leute, lass uns was machen hier. Wir haben so viele Dinge. Zack, zack, rüber. Bär, bär. Oh Mann. Was lacht du denn jetzt schon wieder so, Eddie? Also wirklich. Oh so, Person verhauen. Ja, ja. Ähm, gut. Ich kümmere mich mal eben um die Beweismittelliste beim Büro. Ihr macht das schon. Könny, ich mag dich. Ich guck doch mal, ob da irgendwas... Oh, okay. Bring, bring, bring hier mal ein bisschen Schwung rein. Und Lucile? Hm? Ich glaube, wir können nächste Woche bei dir mal anfangen, die Prüfung vorzubereiten. Okay. Mhm. Anfang vorzubereiten oder machen? Überraschung. Hier. Bis später. Ja. Er ist einfach so ein Loslinker-Typ. So, dann lass mich mal eben gucken. Eddie. 24 Stunden. Sollten wir wirklich gucken, dass wir häufiger mal Dingsen, ne? Justin, vielen, vielen Dank für dein, äh, Follow. Vielen, vielen herzlichen Dank, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast Spaß, aber wenn nicht, dann hättest du wahrscheinlich nicht reingefollowed. Jungen Tag. Jungen Tag. Oh, ey, dieses Schild. Irgendwann hau ich dich deswegen nochmal. Aber dafür müsste ich den Pazifismus ablegen. Das geht nicht. So. Bitteschön. Äh. Onion. Ganz ehrlich, ich muss immer an Thriller denken. Jedes Mal. Ja, kennst du nicht Thriller von Michael Jackson? Doch. Ja? Da hab ich mit sechs geguckt und hatte Albträume für zwei, äh, vier Wochen lang. Oh, Mann. Ich musste dann mit, äh, Licht anschlafen. Oh, nein. Das tut mir leid. Ja, passiert. Bist du nicht so der Horrorfreund? Damals nicht. Heute wahrscheinlich nicht mehr so, also, ist nicht so, dass ich sag, boah, ich hab so Lust auf den Horrorfreund. Kommt wahrscheinlich auf die Begleitung drauf an. Und auf. Und auf. Ah. So dieses, dieses typische, ich mach mal eben den Arm hoch. Genau. So. Lass mal Schultern ziehen. Ja, genau. So hab ich mir das gedacht. Dann geht das. Mhm. Du bist einfach manchmal wie ein offenes Buch. Nicht immer, aber manchmal. Aber Komfort, ne? Mhm. So. Was treibe ich denn heute noch? Das ist die Biegel. Achso. Wollte ich mal. Bin mir noch nicht so sicher. Yellow scheint zuzuhaben. Äh. Ist das nicht heute irgendwie ne, 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 white, yellow, red, black party? Hat das Galaxy irgendwas gepostet? Das Galaxy öffnet am Sonntag ab 23 Uhr zur Black and White Party. Ach, das ist morgen. Scheiße. Ja. Ja, heute, ja, morgen, weil erst muss geschlafen werden. Black and White Party. Okay. Ich kenne nur Black and Yellow, aber das ist was anderes. Was ist das denn? So ein kultiger Song. Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. Aha. Kennst du es nicht? Nee. Wow. Wow. Ich bin nicht so gut mit Musik. Wollen Sie mir was über Kult erzählen, weißt du? Ja, über Filme und Serien. So die alten Klassiker auf jeden Fall. Aber nicht über Horrorfilme. Ähm, nee. Ich war mal, ich habe mal The Nun geguckt. Was hast du geguckt? The Nun, also The Nun. Ah, ja, 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 ja. Genau. Ja, und ich habe den Fehler gemacht, dass ich danach dann auf einem Geburtstag bei einem Kloser eingeladen war und da bis ungefähr Dunkelheit geblieb bin. Uhu. Mein Gott ist mir mein Arsch auf Grundeis gegangen. Ich hatte damals, ich weiß nicht, kennst du die Neuverfilmung von Halloween? Ja, das mit dem hier. Mike Myers. Mike Myers. Ja, genau. Ja. Da gab es ja eine Neuverfilmung. Und, also jedenfalls von dem ersten Teil. Und den habe ich gesehen. Ich konnte dann nach drei Wochen nicht durch einen dunklen Flur laufen. Ja, ich renne heutzutage immer noch, wenn unten die Keller dunkel sind und ich das Licht aufmache, renne ich immer noch die Treppen hoch. Ja, ich auch. Oder ich lasse heute die ganze Zeit das Licht an. Scheiß, was auf Strom. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich renne halt immer. Ah ja. Nee, ich bin nicht gut im Rennen. Stell dir mal vor, du machst dich dann lang und dann liegst du da und kommst nicht weg, aber das Licht ist aus. Dann wäre ich schon tot, wenn ich wieder verliegen würde. Einfach tot spielen. Ja. Ah. Mein Gott, hätte bei der, hätte Oldfield mal nicht so viel labern können. Ich schwöre, ich saß 15 Minuten nur daran, Oldfields Text abzutippen. Oh. Ja, ich, äh, ich, ich muss das noch machen. Ich setze mich morgen auf jeden Fall ran, dass ich, äh, die beiden Texte fertig kriege. Ähm. Es ist halt super viel Aufwand, den wir uns da betreiben. Ich hoffe nur, dass der sich am Ende auch auszahlt. Ich habe jetzt gerade die Beweismittelliste soweit fertig. Also mit den Sachen, die jetzt aktuell sind. Plus die Zeugen, von denen ich weiß. Äh, zwei Zeugen, die mir in den Aussagen aufgefallen sind, wo ich aber nachfragen müsste, ob die jetzt noch benötigt werden oder nicht. Und zwei Beweismitte, die, die mir der Herr Briggs gegeben hatte, die beiden MD-Akten. Hm. Ähm. Also allein diese Beweismittelliste, also rein die Beweismitte, die zugelassen sind, aktueller Stand, äh, ist schon eine halbe Seite. Mhm. Ja. Ja, Aussage Damien King, Vernehmung, äh, von Zeuge 1, 2, 3, 4, das sind ja die Sachen, die noch offen sind, plus die Vernehmung von, äh, Salsa, Protokoll, erster Verhandlungstag, Aussage Mike Frost, Aussage Angus Nobody, Aussage Joe Jones, Aussage Ivan Janssen, Aussage Owen Young, Aussage Sebastian Davis, äh, die Ermittlungsakte zum Autodiebstahl GKF 927, Halter Joe Jones, Aussage PD12 Matt Harris, Autopsiebericht. Äh, Autopsiebericht, Liefernachweis Callerboys, Nachtrag PD28 Rudolf Folus, Aussage Kater Neid, Aussage Marcel Briggs, MD-Akte Nachuntersuche Marcel Briggs und die MD-Hauptakte Marcel Briggs. Mein Gott, ich hab nach Aussage Owen Young abgeschaltet. Ey, das war noch nicht mal die Hälfte. Doch, ungefähr die Hälfte war das. Ich bin gespannt, was da jetzt noch um die Ecke kommt. Ich hab das Gefühl, es wird ein sehr langer Prozess wieder. Ja, mal gucken, ne, mal gucken. Ich weiß halt nicht, äh, ich bin echt gespannt, wie dieser neue Richter da ist. Ja. Ja, aber befürchtet. Was denn? Es wird nicht Alexander Salisch. Ja, nee, das ist halt nicht so schniege. Meinst du? Also, ganz ehrlich, ich hab gar keinen Plan. Ich kenn die Person nicht, ich, äh, lass mich mal überraschen. Ach, mich mal, ich kenn die auch nicht. Hm. Aber ich werd mir das antun. Was? Ja, in den Saal rein. Ja, du bist Mitarbeiter des DOJs. Ich weiß halt nicht, ähm, inwiefern Alonso wieder da ist, dabei ist, aber wir brauchen halt ja eh Protokollanten. Mhm. Und sei es wenigstens so... So schnell kann ich dich tippen, aber... Naja, sei es wenigstens so stichpunktartig. Also, DOJ-Mitarbeiter, ich weiß halt, ähm, ich, ich könnte mich halt auch mit reinsetzen. Ich weiß halt nur nicht, was das für ein Bild macht, wenn ich als ehemalige Richterin mich dann da irgendwie mehr oder weniger reinsetze. So, von wegen, wenn dann Pause ist oder so und wir reden ja doch, dass das dann doch wieder irgendwie falsch ausgelegt werden kann, oder ich hab keine Ahnung. Ich glaub, ich sollte mich aus der Sache einfach raushalten. Ich mein, die Presse wird wahrscheinlich auch dabei sein. Schauen wir einfach mal. Einfach mal schauen. Aber jetzt mal ehrlich, hier unser Gynäkologe. Ja. Jetzt mal ehrlich, der ist ein bisschen drauf wie Ritter. Ja, schon so ein bisschen. Also, ein bisschen... Er eskaliert nicht so krass, weil er wahrscheinlich... Nee, nee, er hat noch nichts von Einkasteln gesagt. Oh, wow. Also, noch hat er nichts von Einkasteln gesagt. Wahrscheinlich sagt er nicht Einkasteln. Wegnasten oder so. Keine Ahnung. Jungs aus der Hut, in der andere Hut stecken. Ja, weiß ich nicht. Solange der nicht in die Kanerhut läuft. Hm. Hm. Nö, der stellt sich ja einen Wirbelpack. Oh. Da muss er sich halt wahrscheinlich dann auch dran gewinnen. Sobald sich das spricht, dass er bei uns arbeitet, wird er wahrscheinlich nicht mehr so viel hören, ne? Der ist mit seinem Aspo, ne? Seine Knutschgugel da, die Praline. Ja. Der ist so an mir vorbeigepäst. Oh. Oh, krass. Der ist an mir vorbeigeschossen. Mit einem Aspo? Wie geht denn das? Weiß ich nicht. Der ist auch tiefer gelegt bis zum Kratzen. Also. Wow. Okay. Ja, komm. Das Pferd ist das Geräusch, nicht der Monat, sondern das Kratzen auf dem Boden. So in etwa? Ja. Oh, nicht gut, nicht gut. Oder machen Spalgerarzt, so sieht das aus. Hm. Ja, ich bin mal gespannt, wie er sich macht. Also er wollte, glaube ich, vor knapp einem vierten Jahr oder so, wollte er schon mal hier anfangen. Hatte da aber eben wahnsinnige Schwierigkeiten wegen Lesen und Schreiben. Da habe ich gedacht, ja, ist vielleicht nicht so geil. Ähm, aber wenn er jetzt sogar seinen Hauptschulabschluss noch nachgemacht hat, das ist doch mega gut. Gerade mehr als ich. Ich habe auch keinen Schulabschluss. Oh, ich habe, ja. Aber halt keinen guten. Hm. Ja, ist ja egal. Ich meine, guck mich an, ne? Nicht mal einen Schulabschluss und hab das größte Büro von uns. Wow. Ja. War jetzt mal hier den Flex gerade hoch. Mit Billardtisch. Ja, danke. Mhm. Sie haben auch einen Billardtisch, aber... Ja. Haben sie. Nicht mal die Chiefs haben einen Billardtisch. Ich habe das Gefühl, die Chiefs... Also, weiß ich nicht. Hm. So, der Rest ist schon am Feierabend, oder? Wahrscheinlich, ne? Reicht du was? Hm. Nee. Äh, Günther hatte mich vorhin nur angerufen, ob das okay ist, wenn er ins Pink Cage zieht, oder ob man ihm daraus einen Strick drehen kann, weil das dann irgendwie illegal wäre oder so. Da habe ich mich auch gefragt, was ist denn mit dem? Also, es gab mal eine Zeit, da hätte ich nicht im Pink Cage gewohnt, aber das war nur, weil eine bekannte Gang da gewohnt hat. Ja, moin. Ja. Ich weiß nicht, kennst du, äh, White Oceans? Sagt dir das was? Das hört sich an wie ein Ozean. Ja. Die haben da auf jeden Fall gewohnt und die waren... Das war eine Gang. Ja, die... Die haben sich White Ocean genannt. Ja, die waren relativ heftig unterwegs, sage ich mal so. Ziemlich aggressiv. Die hätte ich ja zusammen gelacht. Weil die White Oceans heißen, oder? Ja, aber wer nennt sich das ein Weißer Ozean, also... Ich hoffe... Das weiße Hai gefährlich hat, aber weißer Ozean. Wieso, das ist sehr viel Gicht? Dann ist der Ozean weiß. Oder nicht? Nur Sichtweise, aber nee. Hm. Ja, die waren auf jeden Fall ziemlich komisch. Warum denn sie? Hm. Ich mach mich mal jetzt mal eben frei hier von meiner Klamotten. Ja, mach das. Ich bin ja schon... Eben. Mhm. Darin gearbeitet. Bleh. Ja? Hallo. Hallo. Na? Du, ist... Kein Problem, ich hab gerade Zeit. Ich sitze nur vor dem Bierbaum. Der liegt hier wieder betrunken unten im Flur. Was? Kannst du auch runterkommen, Tiefgarage. Sind wir da? Ich bin gerade an der Tankstelle am Euro Park. Achso, okay. Ähm. Hä? Warum liegt der betrunken... Was? Im Dienst? Er klägt dich später. Er klägt dich später. Oh nein. Ja, nee, der trinkt im Diesig. Wir wissen auch nicht, was wir mit dem noch machen sollen. Dabei habe ich eigentlich relativ viel von dem Herrn Bierbaum gehalten. Nee, also wirklich. Ich habe gedacht, der wäre ein guter. Ja, der ist auch gerade ein bisschen sprachlos. Hm. Oh Mann. Aber sonst geht es ihm gut, oder? Soll ich mein Auto jetzt einfach hier stehen lassen? Wenn du ihn abgesperrt hast? Da, wo wir hinfahren, kommt dein Auto nicht hin. Okay. Dann steige ich einfach hinten ein. Hallo. Hallo. Ha. Was denn? Ach nee, es ist so, äh, ungewohnt bei dir hier halt hinten zu sitzen. Das ist alles. Ich... Neu. Das ist richtig. Ja. Aber, aber ich störe jetzt wirklich nicht. Er weh. Ja, ist okay. Wie war denn euer Tag so? Ich wurde angeschossen ansonsten. Ja, das weiß ich doch schon. Und ich habe dir auch meine Meinung dazu gesagt. Nochmal. Ich war wirklich ausnahmsweise, und ich sage ganz bewusst ausnahmsweise, unschuldig. Leia, du willst mich sonst auch am liebsten irgendwo wegsperren, damit mir nichts passiert, ne? Ja, ich weiß. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Aber trotzdem. Ja, ist das bei mir meistens eigentlich verschwimmt. Ja, alles gut? Alles gut. Wir haben neun Auszubildenden. Ich war eben da. Ach ja, stimmt. Du warst ja da. Voll. Das hat mich verwirrt. Das hat mich heute wirklich verwirrt. Ich wünsche ihm jetzt schon viel Spaß damit. Warum? Das ist eigentlich gerade die Hellste, weil ich denn jetzt ein Schildes. Ohne Witz, der hat heute, wir hatten nochmal eine Besprechung gehabt und der hat wirklich gute Beiträge geleistet. Oha. Hm. Ich bin ehrlich, ich war auch etwas überrascht. Aber ich will halt, wenn man so engagiert ist, und er rennt jetzt ja wirklich fast schon ein viertel Jahr dahinter her und hat jetzt sogar extra noch einen Schulabschluss nachgeholt und alles. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann gibt es ihm eine Chance. Wenn er sich so engagiert, auf jeden Fall. Ja, gut. Prinzipiell hat er jeder ne Chance verdient. Mhm. Sehe ich nämlich genauso. Aber ihre eigene wollte sie nicht. Was? Ja, du brauchst nicht machen, weißt? Welche? Wie, als du ins D.O.J. gekommen bist, da wolltest du die erst nicht. Das ist richtig, ich wollte Hausmeister wählen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, du hast nicht mehr alles raus. Mhm. Warum Hausmeister? Weil sie dachte, sie könnte nicht mehr. Ich habe halt keinen Schulabschluss, ich bin nicht wirklich schlau. Das würde ich tatsächlich so nicht unterschreiben wollen. Was, dass ich keinen Schulabschluss habe? Ich könnte keinem Zeugnis zeigen. Nö, dass sie nicht schlau sind. Achso. Könntest du mir eingefallen tun? Dass ich nicht sie sage. Richtig. Ich dachte, das geht um mich nicht, ich soll nicht da runterfahren. Nein. Dass du mich nicht siehst, äh, sie, sie, füü, füü, siehst, äh, also wenn du damit anfängst, Layer, dann haben wir ein ganz großes Problem. Womit denn, Frau Höhe? Frau Rottenbach. Oh nein. Siehst du? Siehst du? Ich möchte das nicht. Nochmal draußen? Ja. Eins, zwei, drei, fünf. Haben wir alle. Hallo. Ja, ihrs? Ja, Vorsicht, Naila sabbelt noch ein bisschen viel. Das ist egal, die Sachen müssen eh in die Wäsche. Und Akela ist halt irgendwie komisch drauf, keine Ahnung. Oh, grüßt. Ja, ich glaube, er ist irgendwie praktisch. Akela, kommst du bitte? Äh, sie ist prinzipiell schon mal kein Hund, sie ist ein Kalb. Wenn die im Wasser schwimmt, dann sieht das aus, als wärst du ein Boje. Wow. Tut mir leid, Hund, aber es ist einfach so. Ich wurde letztens auch mal Geboje genannt. Ich kann den Hund gut verstehen. Du bist nicht nett. Wahrscheinlich auch nur wegen der Haarfarbe. Auch. Und wenn man mir Schwimmflügel gibt, dann schwimme ich halt oben. Ansonsten würde ich, glaube ich, untergehen. Ich setz mich mal hin. Ansonsten setzt sich da vorne bitte hin. Danke. Das ist megaschön hier. Ja. Deswegen meine... Nein, klar. Nicht schubsen. Ich glaube, die mögen diese V-Format. Wenn ich jetzt noch jemanden aufholen gehe, ne? Dann ist aber so langsam... Ich kann nicht... 204 Leute im Auto, das funktioniert nicht. Dann muss ich jemanden auf die Ladefläche schneiden. Ich gehe auch auf die Ladefläche. Nein, du gehst nicht auf die Ladefläche. Warum denn nicht? Weil du nicht auf meiner Ladefläche fährst, das ist kein Dubster. Okay. Also ich brauche nicht nur ein Sandking XL, ich brauche auch noch ein Dubster. Hm. Neo ist nicht davon überzeugt, dass ich mir ein Sandking XL holen will. Nein. Wir hatten mal einen. Ihr habt den nicht mehr? Nee, ich meine, den hat Buddy verkauft. Ja, aber die Sache ist, wenn du nicht übers Lenkrad gucken kannst, dann brauchst du auch keinen Sandking, weil das macht nichts. Ich hatte ein Sitzkissen drunter. Das hat funktioniert. Siehst du, man kann ja auch ein Sitzkissen drunter machen. Würdest du mit Sitzkissen fahren? Na toll. Was denn? Jetzt schreibt mir Buddy, dass er Feierabend fährt. Das geht's doch gar nicht. Kann ich nicht mit dem Heli hier abholen. Oh, wow. Habt ihr denn heute mal miteinander gesprochen? Äh, wir haben zweimal telefoniert. Gerade eben, wo ihr auf die Tankstelle gekommen wart, war das zweite Mal. War ein bisschen stressig, sowohl bei mir wie auch bei ihm heute. Ja, manchmal hat man so Tage. Nö, aber ganz ehrlich, ich glaub, es wird besser. Das freut mich. Mhm. Was ist denn jetzt? Du fragst mich, ob ich wach bin und dann schreibst du mir nicht, oder was? Hallo? Warum fragst du? Ohne Scheiß. Das ist richtig schön hier. Aber ja, ich glaube, mit dem Kuruma wäre ich hier nicht hochgekommen. Nein. M-m. Mindestens hoch vielleicht schon, aber runter nicht mehr. Äh, ja. Da hätte ich mal einen Quad holen müssen. Das wäre hier hochgekommen. Das geht hier easy, ja. Aber das ist echt schön. Ja, ist richtig. Ich hab aber das Gefühl, gerade wenn man sich halt viel in der Stadt aufhält, man vergisst immer, wie schön ruhig das auch woanders sein kann. Ja, gerade mit dem ganzen Stress, man vergisst so, man kann die Ruhe halt nicht mehr genießen. Ich hab keinen Stress. Äh, auf den Lippen. Ja. Ja. Äh, ja, wir fahren. Wohin? Ja. Äh, ich müsste mal ganz kurz an deinen Koffer raunen. Äh, ja, wir kommen. Gehst du rein? Okay, da. Ich müsste nur ganz kurz an den Koffer raunen. So. Ne? Wann ist denn das hier jetzt? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, alles gut. Hat schon funktioniert. Bitte, anschnallen. Ja, ich bin angeschnallt. Wo fahren wir denn jetzt hin? Zum DOJ. Warum? Weil Lani mich gerade angerufen hat. Was ist los? Irgendjemand will sich mit ihr treffen. Sie vermutet, das ist ein Scherz, aber sie weiß es nicht genau. I'm DOJ. Ja. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie ich eben hier hochgefahren bin. Ich schmeiße mich eben an der Tankstelle raus. Nun kann ich mein Auto mitnehmen. Ich muss das mitnehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich müsste nur noch mal ganz kurz an den Kofferraum. Willst du dann bei uns mitfahren oder fährst du mit deinem Auto? Ich fahr eben mit meinem Auto. Okay. Bella, danke schön. Ja? Wenn wir durch die S... Oh. For real? Ja. Hallo? Hallo. Hallo? Ja, 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 ich bin da. Was denn? Ähm, dann pass auf hier, der Herr Salzner und ich. Wir stellen uns jetzt auch so wie die coolen Typen am Würfenpark hier mit uns Autos. Okay. Äh, ich fahr eben noch mal kurz zum DOJ, weil da anscheinend sich jemand mit Lani treffen will. Ja, wie mit Lani treffen? Ja, ich weiß es nicht genau, aber Leia hat mich eben nur... Waaaaaah. Braucht ihr Polizei-Shots? Ich hab ganz ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich hab eben, ich hab eben mit Salz rausgefahren mit dem Typenrennen sehen, der hatte, äh, zwei Blocks weiter vom DOJ über die Straße. Okay. Ja, ich, ich weiß halt nicht, wer sich mit ihr da treffen will. Sag doch einfach Bescheid, wir kommen dann hin. Okay. Ja, ja, mach ich. Okay. Erst verstehen wir, wie die coolen Typen am Würfenpark. Okay, dann, äh, seid mal cool. Bis gleich. 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 Dieser Sänger braucht Geld. Und wir? Wir brauchen dich. Bewirb dich jetzt bei uns und werde ein Teil unseres Radios. Alle Infos findest du jetzt auf unserer Website. Und vielleicht sendest du dann schon bald. So, ich muss mal ganz kurz re-loggen. Weil das funktioniert immer nicht. Ich gehe zwar immer einmal wieder rein ins Handy mit der rechten Maustaste wieder raus. Bli, blablub. Aber das funktioniert immer nicht. So, nochmal. Vielen, vielen, vielen Dank, Bella. Ich hoffe, ihr hattet einen mega coolen Stream. Und warum zur Hölle hat Erwin sich betrunken? Was sollte das denn? Übrigens, geht mal vorbei. Erwin Bierbaum. Mega geiler Charakter. Gabi hält sehr viel von ihm. Und ich finde ihn unterhaltsam. Er gibt mir so ein bisschen diese Heinz-Schmidt-Flashbacks. Flashbacks. Finde ich mega gut. Wie die coolen Leute. Würfelpack. Schwierig, 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 schwierig. Also das nervt mich halt so ein bisschen. Ich würde super gerne einfach komplett viele Fotos immer machen. Aber ich habe halt immer Schiss, dass ich danach jemanden töte. Einfach so. Ich weiß gar nicht. Einfach so, weil ich es kann. Dann wollen wir doch mal gucken, wer sich da mit der guten Lani treffen möchte. Falscher Alarm. Falscher Alarm. Ja, da stimme ich jetzt zu. Hallo. Hallo. Hi, Kibi. Warum habt ihr Westen an? Frag nicht. Das habe ich mich auch gefragt, aber... Wenn mich nachts um kurz 20 nach 12 jemand mit unterdrückter Nummer anruft und sagt, der Herr von Breitenberg, ein sehr einflussreicher Geschäftsmann, möchte mit Ihnen reden, wo möchten Sie sich mit ihm melden? Was? Machst du das bei ihr etwa auch? Nein. Ich weiß es. Ich weiß es auch. Ich habe das gemacht vor deinen Führungen. Und zweimal danach. Und du merkst, was den Leuten dann blüht, wenn sie das machen mit mir. Schönen Abend noch. Tschö. Wow. Ich bin für sowas im Moment viel zu nervig. Ja. Wow. Es fehlt ein Lüchstück. Oh, nee. Ah, guck mal, mein Mann. Okay, wollen wir weg? Kunstsalzer. Sekunde, ich muss gerade noch tief durchordnen. Als das Auto sieht aus wie ein Kunstprojekt. Kannst du wegstecken, falscher Alarm. Oh, Mann. Ja, die beiden dachten, das wäre witzig. Ja. Wer dachte, das wäre witzig? Ja. Wer dachte, dein Auto sieht aus wie ein Kunstprojekt. Steve und Wallace fanden das witzig, Lani mit unterdrückter Nummer anzurufen. Das sind Officer. Ja. Oder wie, wer war es jetzt? Er meinte, er müsste Rollen einstudieren für Prüfungen für Officer. Und deswegen rufen die Zivilpersonen an und machen denen Angst. Es war ja nicht mal Angst gemacht, aber es hat mich halt genervt wie sonst was. Und deswegen bin ich auch so hier aufgetaucht und habe den beiden gerade eine verpasst. Also, sorry, du kannst mir auch gerne was reinhauen wegen... Nee, warum soll ich dir da jetzt was reinhauen? Das ist doch blöd sein. Und dann ist er auch noch so blöd. Am Telefon stellt er sich vor, Herr von Breitenberg steht vor mir. Ja, ich bin der Herr von Breitenbach. Herr von Breiten... Ja. Habe ich ihn gefragt, ob sein Name nicht vielleicht anders lautet. Ja, er hatte sich versprochen. Herr von Breitenberg? Ja. Wow, okay, alles klar. Ja, aber danke, ist alles gut. Ähm... Ja. Ja, ich schaffe mich dann auch in... Wieder weg. Mach das. Gute Nacht, Gibi. Gute Nacht. Blass schön. Mhm. Ähm. Äh, guten Tag, Frau. Ähm. Okay. Ähm. Wahnsinn. Siehst du, er hat gar nichts gegen dich. Ja, ich weiß, er hat mich sogar freiwillig. Ja, mehr oder weniger freiwillig. Ja, da. Nein, pass auf dich auf. Ja, mach ich. Mhm. Ich habe ja gute Aufpasser. Äh, ja. Ja, ne? Ja. Aber auch. Mhm. Ich fände es übrigens sehr lieb von ihm, dass er vorbeigekommen ist. Ja, wir haben gerade eben telefoniert. Ich habe ihm erzählt, was ich wusste, was nicht viel war. Und er meinte, ja, er kommt mal eben mit Salsa vorbei. Ja. Finde ich sehr süß. Wenigstens im TV. Ja, ne, das ist doch was. Aber, sorry, eins muss ich loswenden. Salsa sieht aus wie so ein typischer Tennislehrer. Okay. Okay, mir wird schon wieder gelacht. Salsa sieht aus wie ein Tennislehrer. Okay, ich nehme mal an, dass dich dein Mann mitnimmt. Deswegen sage ich dir jetzt das vor. Ich wünsche dir eine gute Nacht und Dankeschön für den Versuch. Ja, gerne. Tschüss, Neo. Dann, äh, gute Nacht. Ihrs? Ja, schlaf gut. Ja. Ja. Ich hätte jetzt... Das geht, das geht absolut gar nicht. Hast du einen Kratzer im Gesicht? Buddy, dir fehlt übrigens eine Lichter, eine Leuchte. Nacht, Buddy, Nachtsatze. Ja, alles gut. Ich hab's, ja, egal. Kannst du machen, ist ja der Perkern. Ich bin alles mal weg, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, schlaf gut. Ja, schlaf gut. Wir fahren auch Richtung Heimat, oder was? Bis dann, schau, schau. Können wir machen, ja. Na dann, here we go. Okay. Bist du mit deinem Fahrt, wie du fährst mit mir, ne? Ja, ist ja gut. Du willst mit 1,5 Millionen fahren. Ah, mein Kuruma ist auch toll. Ich muss damit morgen nur mal kurz zum NSC. Ich hab da... Ja, wenn du nicht reden willst, willst du mit mir mal die Musik... Entschuldigung, ich hatte gerade so einen kleinen Hörsturz. Oh Gott sei Dank, ich wollte gerade Musiker machen. Also das geht gar nicht, da müssen wir morgen mit dem Bein klären. Das geht absolut nicht. Nein, geht auch nicht. Weil vor allen Dingen, sie schieben eine Polizeiorganisation vor für ein Rollenspiel und machen damit jemanden Angst. Ich meine, wenn man uns als Staatsbeamte da mit reinzieht oder so, dann ist das was anderes, weil wir sowieso noch mal informiert werden. Aber das geht nicht. Ja, das geht doch absolut nicht. So benehmen sich keine meiner Officer. Oh Mann. Was sagst du denn dazu, dass wir einen neuen Auszubildenden bei uns haben? Ja, ich wollte dich ja schon dreimal anrufen, aber du gehst ja wie immer nie an dein Telefon. Ich hab dich dreimal wieder zurückgerufen und dann bist du nicht rangegangen. Also gar nicht. Doch. Nein. Natürlich. Mein Telefon hat nicht geklingelt. Ich hab dich jedes Mal versucht zurückzurufen. Ja, aber mein Telefon hat nicht geklingelt. Ja, dafür kann ich doch nicht. Ich brauche nur das Telefon. Ja. Was wär's denn das? Äh, der Günther Kologe. Der rennt uns jetzt schon seit einem vierten Jahr immer wieder hinterher und er hat sogar seinen Schulabschluss jetzt extra nachgemacht und sich richtig reingehangen. Günther Kologe. Ja. Okay. Was denn? Ah ne, warte mal, ich werde mich mal ein bisschen anders hinstellen, weil ich weiß nicht, wer von uns morgen früh, also morgen früh er da ist. Würdest du nicht einparken einfach? Kann ich nicht. Warum nicht? Weil ich damit gegen die Wand gefahren bin. Ach so, ja okay, das ist doof. Gut. Wissen wir schon mal Bescheid. Hast du wahrscheinlich erzählt, als ich den Hörsturz hatte. Hä? Hast du wahrscheinlich erzählt, als ich den Hörsturz hatte. Nö, da wollte ich eigentlich Musik anmachen. Ach so. Wolle ich auch. War auch nur ein bisschen laut, als du da vorbeigefahren bist. Oh Gott, das hört sich an wie ein Stämmler-Schwan. Willkommen gleich hoch. Jojo. Show! Show, show, show. So, äh, Moni, du hörst das wahrscheinlich nicht mehr. Ich wünsche dir eine wundervolle, gute Nacht. Schlaf schön. Nicole, hallöchen. So, das einmal weg, das einmal weg, das einmal weg. Hose weg, das weg. Alles, alles? Also ohne Witz, manchmal sieht sie einfach aus wie so eine Cracknut. Das ist unfassbar. Aber nur manchmal. Sehr gut. MD-70 ist noch da. Wait. Salsa, aber der wird wahrscheinlich auch gleich ausmachen, ne? Kuchling ist noch da. Ich gehe mal davon aus, dass Salsa auch gleich Schluss macht. Jo, der hat schon Schluss gemacht. Und ich sage auch gleich schon wieder gute Nacht, aber wollte noch kurz Hallo sagen. Dann wünsche ich dir eine wundervolle, gute Nacht. Schlaf schön. Dann schicke ich euch da, nehme ich gleich mal hin. Boom. Der macht auch immer Nachtschichten, finde ich ganz geil. Dann bin ich wenigstens nicht die Letzte. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Boja. Ähm, ja. Also ohne Scheiß. Ich fand es heute mega cool. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Also alles, was wir so getrieben haben in dem Sinne. Und ich feiere einfach diese Kombo Alonso, Eddie, Gabby. Finde ich mega gut. Hm. Weißt du, was ich gut finde? Was denn? Ich musste dich heute nicht aus dem MD abholen. Ja, super geil, ne? Ja. Und das, obwohl du heute anscheinend sehr viel Stress hattest. Ich war viel mit dem Helium, übrigens. Ja gut, er lässt sich schlecht telefonieren. Mhm. Na gut. Ich bin ja mal gespannt, wie sich der Herkologe so schlägt. Aber der hat, ohne Witz, wir haben heute noch mal eine Besprechung gehabt wegen einem Fall. Und er hat richtig gute Beiträge geleistet. Okay. Und er hat sich halt wirklich bemüht. Und rennt uns halt schon ewig hinterher. Immerhin. Irgendwann ist das wie so ein, weißt du, wie so ein Hund, den man anguckt. Und der kommt dann mit seinen Knopfaugen und sagt, bitte, 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 ich will doch nur ein Leckerli. So war das ungefähr. Hm, ja. Hm. Hm. Genau so. Oh, nee, ist der süß, ey. Ja, ich mag nicht so gerne Fokuhila, aber ihm muss es ja gefallen. Und? Ohne Witz? Ihm muss es gefallen. Ja. Ja, ist doch so. Doch, doch, doch. Aber, wenn er Anzug trägt, ohne Witz, dann sieht er richtig seriös aus. Ah, so richtig ohne Witz? Ja, so richtig vollends ohne Witz. Ja, nee, das verstehe ich auch total. Veräppel mich doch nicht immer. So, wir gehen hier in Schlaf. Schlafkuh. Blöd, Mann. Bitte? Was? Ich habe nichts gesagt. Witz.